Mein Name ist Bulli, ich gehöre zu zur Spezies Bisasam und arbeite zusammen mit meinem besten Freund Scheinux seit ein paar Jahren in der Hubelupf-Gilde. Wir haben bisher nicht wirklich etwas Besonderes erreicht. Unser Team hat den Bronze-Rang und außerhalb von Schmuckstadt kennt uns eigentlich keiner. Bisher. Doch unsere erste Reise hat gerade begonnen. Eine Reise, die unser Leben auf den Kopf stellen wird. Eine Reise, die uns zu Legenden machen wird. Pokémon Mystery Dungeon, Walrus Edition 3 Heroes from another world Kapitel 1 Das geheimnisvolle Tagebuch Alles begann in einer Nacht vor nur wenigen Tagen. Alles war wie immer in der Hubelupf-Gilde. Jeder sammelte seine Kraft, um am nächsten Tag wieder für neue Missionen bereit zu sein. So auch ich. Doch in dieser Nacht war etwas anders als sonst. Zunächst einmal hatte ich Probleme einzuschlafen. Normalerweise ging es mir nach unseren langen Arbeitstagen wie Scheinux und ich schlief ein, sobald ich mich hinlegte. Ihm war dieses Glück auch in dieser Nacht vergönnt. Ich hingegen lag ewig wach. Mein Kopf dröhnte und ich machte mir Sorgen, dass ich krank werden würde. Es wäre einfach langweilig, untätig in der Gilde herumsitzen zu müssen, während alle anderen auf Missionen gehen durften. Ich versuchte trotzdem weiter, endlich Ruhe zu finden. Nach was wie eine Ewigkeit schien, aber vermutlich keine zwei Stunden waren, schlief ich auch endlich ein und begann zu träumen. Ich fand mich selber in einer seltsamen Gegend wieder. Alles um mich herum leuchtete in sich ständig wechselnden Farben. Ich wusste nicht so recht, was hier passieren würde, als ich begann eine Stimme wahrzunehmen. Erst leise, dann wurde sie lauter und lauter. Immer weiter, bis ich sie endlich verstand. Bulby, hörst du mich? Bulby? Äh, ja, ich höre dich. Wer bist du? Was willst du von mir? Gott sei Dank, endlich dringe ich zu dir durch. Ich versuche es schon seit Stunden. Ähm, wenn du dich unwohl gefühlt haben solltest, tut mir leid, das lag dann an mir. Aber ist jetzt egal. Bitte hör mir zu. Alles, was ich dir jetzt erzähle, ist die reine Wahrheit, auch wenn es schwer zu glauben sein wird. Ich komme aus einer anderen Welt, jedoch wurde sie zerstört. Ich musste fliehen und planen. Ich befinde mich inzwischen seit mehreren Jahren in eurer Welt und habe endlich alle Vorbereitungen getroffen, um meine Welt wiederzubeleben. Jedoch kann ich das nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Bulby, ich habe dich ausgewählt, um ein Team zu versammeln und es zu führen. Dein Vorentscheidungs ist ebenfalls ein Teil dieses Teams. Ich war sehr verwirrt und versuchte zu unterbrechen. Äh, bitte mach mal langsamer. Warum soll ich ein Team anführen? Was genau ist denn los? So würde ich so viel Zeit haben, dir das alles in einem Traum zu erklären, dann meinetwegen. Aber diese Zeit habe ich nicht. Also hör mir zu. Du und Scheinux müsst ein Team versammeln. Es ist mir nicht möglich, euch die Pokémon zu nennen, die ihr treffen sollt. Aber sie werden sich euch zu erkennen geben. Sie alle wissen, dass ihr kommt. Alle von ihnen leben auf anderen Kontinenten. Reist los, verbündet euch mit den drei Pokémon und sucht mich auf. Jedes Wort, das diese Stimme gesagt hatte, verwirrte mich mehr und mehr. Warte aber, warum ich? Wo sollen wir genau suchen? Weshalb? Doch bevor ich überhaupt aussprechen konnte, wachte ich auf. Immer noch sehr verwirrt. Ich entschied mich, dass es nur ein seltsamer Traum gewesen sein musste. Es war noch mitten in der Nacht. Meine Kopfschmerzen waren glücklicherweise verschwunden. Ich sollte mir wohl noch ein paar Stunden Schlaf gönnen. Verschlafen drehte ich mich in meinem Bett um und war kurz davor, wieder einzuschlafen, als ich in einem Moment hellwach wurde. Neben mir lag ein Gegenstand, der als ich eingeschlafen war, noch nicht da gewesen war. Ein Buch. Es wirkte relativ alt und nicht gut erhalten. Im Dunkeln brauchte ich einen Moment, um zu entziffern, was auf dem Einband stand. Wiedergeborene Hoffnungen und zersplitterte Träume. Meine Geschichte. Neugierig schaltete ich das kleine Licht an meinem Bett an, in der Hoffnung scheinungs nicht aufzuwecken. Einen Moment lang dachte ich, er würde aufwachen, jedoch drehte er sich nur um und schlief einfach weiter, während ich die erste Seite aufschlug. Dort stand eine Botschaft, die offensichtlich noch nicht so lange dort stand. Ich weiß, dass du viele Fragen hast, Bulmi. Dieses Tagebuch wird dir hoffentlich einige beantworten können. Es ist die Fortsetzung einer für euch berühmten Legende. Für mich war es ein Abenteuer. Enttäusche mich nicht, ihr seid die einzige Hoffnung für meine Welt. Dieser Nachricht stammte offensichtlich von jedem Pokémon, das gerade eben im Traum zu mir gesprochen hatte. Aber ich sah, dass auf der nächsten Seite eine Geschichte begann. Die Entscheidung fiel mir nicht schwer. Schlafen war soeben unwichtig geworden. Und so begann ich zu lesen. Kapitel 1. Eine neue Geschichte in der Apokalypse. Mir fiel selber nicht auf, wie viel Zeit wirklich verging. Die Geschichte fesselte mich bereits von Anfang an. Ich las und las die ganze Nacht einfach hindurch. Mir fiel dies erst auf, als Scheinux neben mir gehnte. Guten Morgen, Bulmi. Warum bist du schon so früh wach? Ich schlug das Buch zu und legte es zur Seite. Ich war ohnehin gerade fertig geworden. Ich antwortete ihm ehrlich. Früh wach trifft's eigentlich relativ schlecht. Unweigerlich musste ich gehen. Immer noch wach trifft's besser. Mein bester Freund sah mich überrascht an. Äh, wie? Du hast die ganze Nacht nicht geschlafen? Warum das? Er sah auf das Buch. Warte. Du hast wirklich die ganze Nacht gelesen? Ich nickte. Also, ich wusste, dass du gerne liest, vor allem alte Legenden. Aber das ist etwas übertrieben, meinst du nicht? Vor allem, das Buch sieht auch nicht gerade neu aus. Wie ich dich kenne, hast du das doch schon bestimmt 20 Mal vorher gelesen? Ich erwiderte, nein, heute Nacht zum ersten Mal. Ich sah nach draußen. Es war bestimmt noch eine halbe Stunde Zeit bis zum Frühstück. Bis dann war noch genug Zeit. Ich stand auf und nahm das Buch. Scheinux wirkte etwas verwundert. Hey, warte, äh, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Solltest du dich nicht lieber noch ein bisschen ausruhen? Was ist denn heute mit dir los? Ich machte mich auf und rannte in Richtung der Kammer des Gildenmeisters. Komm mit, ich erklär dir alles, wenn wir beim Gildenmeister sind. Ich rannte den gesamten Gang entlang, bis ich zu einer großen Tür kam. Scheinux hinter mir her. Er wirkte, trotz dass die Strecke eigentlich nur sehr kurz war, ziemlich fertig. Aber ich wusste bereits, dass man Scheinux innerhalb der ersten halben Stunde nach dem Aufwachen nichts zutrauen sollte. Er brauchte oft lange, um wach zu werden. Er hat nun mal auch so seine Macken, so wie jeder andere. Trotzdem ist er mein bester Freund. Ich klopfte sofort an die Tür des Gildenmeisters, als ich ankam. Ich wusste, er würde auch um diese Zeit schon da sein. Unser Gildenmeister ist an sich ein sehr nettes Pokémon. Inzwischen ist er ziemlich alt, hat aber immer noch alles in der Gilde gut im Griff. Er ist nicht die Art von Gildenmeister, die auf andere herabschaut und sie herumkommandiert. Ihm geht es wirklich darum, uns zu trainieren. Deswegen ist er immer ansprechbar, wenn uns etwas auf dem Herzen liegt. Oft habe ich das Gefühl, dass er zu mir und Scheinux noch freundlicher ist als zu den anderen. Vermutlich, weil wir schon mit gewissem Abstand die Jüngsten in unserer Gilde sind. In all der Zeit, die wir bereits in dieser Gilde trainieren, ist er mir auch sehr ans Herz gewachsen. Da ich nie den besten Draht zu meinen Eltern hatte, war er für mich inzwischen schon eine Art Großvater geworden. Und auch heute war er wieder da, als ich anklopfte und ließ uns herein. Was führt euch beide in so früher Stunde zu mir? Gibt's was, dass ihr besprechen wollt? Scheinux wirkt inzwischen ziemlich genervt, was ich ehrlich gesagt auch ziemlich gut nachvollziehen kann. Das wüsste ich auch gerne. So langsam mal. Bulby, was ist denn jetzt los? Ich zeigte den beiden mein neues Buch. Er ist wirklich wichtig. Es geht um dieses Buch. Ich hatte heute Nacht einen Traum, in dem ein Pokémon zu mir gesprochen hat. Und als ich aufgewacht bin, lag es auf einmal neben mir. Sofort hatte ich die Aufmerksamkeit der beiden. Das Buch ist eine Fortsetzung. Eine Fortsetzung von der berühmten Legende. Die Legende des reinen Elements. Und wo kommt das auf einmal her? Was hat das denn mit deinem Traum zu tun? Diese Geschichte erzählt die Vergangenheit der anderen Welt. Das Pokémon aus meinem Traum sagte, es wäre ein Teil dieser Welt und auch dieser Legende. Dieses Buch ist nicht bloß eine Legende. Es ist ein Tagebuch. Ein Tagebuch? Bist du sicher, dass es nicht wieder bloß irgendein dummer Streich ist? Abra hat sich doch erst letzte Woche in deine Träume eingemischt, um dich zu ärgern. Und nebenbei gibt er mir ein Buch und Fotos. Nun mischte sich auch Hubbelupf erneut ein. Sogar Fotos waren dabei. Kannst du sie uns zeigen? Ich denke, ihr solltet vielleicht vorher die Geschichte erfahren. Ich begann, ihn alles, was ich die letzte Nacht gelesen hatte, kurz zusammenzufassen. Das Ergebnis war, ich musste, wie so oft in meinem Leben einsehen, dass ich nicht zum Geschichten erzählen gemacht bin. Scheinux wirkte komplett durcheinander und versuchte sich selber noch einiges zusammenzureimen, wobei er jedoch kläglich scheiterte. Warte, jetzt nochmal langsam. Also, Floink ist jetzt Latias Bruder Darkrai und die dunkle Macht hat dieser Samen verraten, um sich an Nick Schoss mal zu rächen oder so. Stimmt das? Ich sah ihn amüsiert an. Auch eine sehr gute Geschichte, aber kein Wort stimmt. Lies sie dabei Gelegenheit besser selber einmal durch. Hubbelupf. Er war einen Moment still. Dann antwortete er, ich denke, ich habe zumindest das Wichtigste verstanden. Aber warum genau wolltest du sie uns denn so klingt erzählen? Und was ist mit den Fotos? Ich kramte die Fotos heraus. Sie hatten zusammen mit der Botschaft auf der allerersten Seite gelegen. Sie zeigen anscheinend Szenen aus diesem Tagebuch. Hubbelupf und Scheinux sahen sich die Bilder an. Ich hingegen wollte sie eher weniger noch einmal sehen. Das erste von ihnen war bereits ein schreckliches Szenario. Bei allen Fotos fiel mir auf. Alle Pokémon, die in der Legende eine Rolle spielten, waren darauf. Wie waren diese Bilder überhaupt entstanden? Aber zurück zum Thema. Auf dem ersten Bild sah man ein totes Pokémon. Es lag regungslos am Boden und schien sich aufzulösen. Und drumherum war Blut. Und Nick Schoss mal. Dieses Bild zeigte offensichtlich den Moment, als er seine Freunde verraten hatte. Die folgenden Bilder waren eine Gruppe Pokémon in der Toheido-Klippe, jedoch in der dunklen Welt. Auf dem nächsten Bild war Floreng im Kampf gegen Iveltal. Im nächsten gegen Giratina. Das letzte Foto zeigte sein Verschwinden. Beide schienen sich die Bilder zu Genühe angesehen zu haben. Ich nahm gerade das Buch wieder, als aus dem Einband selber noch ein Stück Papier fiel. Es war noch ein Foto. Doch anders als die anderen, die auf der ersten Seite gelegen hatten, wirkte es sehr glücklich. Alle Pokémon, die eine Hauptrolle in einer der beiden Legenden gehabt hatten, waren mit darauf. Sie alle wirkten glücklich. Es war wie eine Art Gruppenfoto. Nur konnte es keins sein. Der Hintergrund war ein reiner Sternenhimmel und Pokémon können schließlich nicht fliegen. Ich hob es wieder auf, um es einzupacken, als ich bemerkte, dass sich etwas tat. In dem Moment, in dem ich es berührte, erschien eine Gestalt auf dem Foto. Direkt hinter dem Bild von Günther sammelten sich Farbpigmente, um etwas zu bilden. Als ich es erkannte, ließ sich vor Schreck alles fallen. Was ist auf einmal los, Bulby? Du siehst aus, als hättest dein Gespenst gesehen. War es denn mit diesem Bild falsch? Es fiel schwer, selber wirklich zu realisieren, was eben geschehen war. Da, als ich dieses Foto berührt habe, da ist ein Bild von mir erschienen, wie aus dem Nichts. Scheinux wirkte nicht ängstlich, sondern neugierig. Wirklich? Darf ich das auch mal sehen? Ich nickte nur stumm. Er hob das Foto selber auf und erneut erschien ein Pokémon auf dem Bild. Scheinux. Er wirkte immer noch sehr neugierig anstatt erschrocken. Das ist ja interessant. Was wenn... Der Gildenmeister unterbrach seine Gedanken und bat ebenfalls um einen Versuch. Auch er nahm das Bild und es geschah. Nichts. Das ist komisch. Kann dieses Ding das nur manchmal machen? Ich konnte mir diese Frage selbst nicht beantworten. Doch Scheinux hatte eine geniale Idee. Was, wenn das Foto nur bestimmte Pokémon zeigt, wenn sie es berühren und nicht alle? Stimmt, das muss es sein. Denn, was ich noch gar nicht erzählt hatte. Die Stimme in meinem Traum, dieser Überlebende. Er sagte mir, ich soll ein Team versammeln. Ein Pokémon auf jedem Kontinent. Und mit diesem Team sollen wir ihn dann aufsuchen. Er denkt anscheinend, wir können seine Welt retten. Wieder wurden beide still. Hubbelupf meldete sich als erstes wieder zu Wort. Wenn das so ist, dann gibt's wohl nur eine Möglichkeit. Zieht hinaus in die Welt, ihr beiden. Scheinux schien immer noch etwas überrumpelt. Warte, nicht so schnell. Warum sind wir beide ausgewählt? Ich dachte nur, ein Pokémon von jedem Kontinent. Und wozu dann dieses Bild? Ich denke, bei uns war es einfach eine Ausnahme. Auf jeden Fall sagte mir der Überlebende deutlich, dass du auch ein Teil des Teams bist. Die anderen drei Pokémon habe ich keine Ahnung. Er sagte mir nicht, wer sie sind. Er meinte nur, sie würden sich zu erkennen geben. Und dieses Foto soll uns nun wahrscheinlich dabei helfen, sie zu finden. Dann ist es entschieden. Ulbi, Scheinux, ihr entscheidet selber, was ihr tun wollt. Euch steht es frei aufzubrechen. Fragt den Schubmuckstatt um Hilfe, um die anderen Kontinente bereisen zu können. Außer natürlich, ihr entscheidet euch dagegen. Nun, wollt ihr reisen? Was ist eure Entscheidung, ihr beiden? Ich sah zu Scheinux und erblickte selbstbewusst zurück. Warte, waren nicht nötig. Wenn die Gilde würdig vertreten, Gildenmeister, verlass dich auf uns. Hubelup wirkte nicht überrascht. Nun dann, passt bitte auf euch auf, ihr beiden. Versprecht mir das. Und so stand es fest. Unser großes Abenteuer würde beginnen. Kapitel 2 Auf zu neuen Ufern. Kaup waren wir aus der Tür der Kammer von Hubelup getreten. Befanden wir uns inmitten einer Ansammlung von Pokémon. Die anderen Gildenmitglieder hatten bemerkt, dass irgendetwas los war und hatten darauf gewartet, dass wir kamen. Sie hatten offensichtlich auch durch die verschlossene Tür einiges mitbekommen. Ich sah mich um und merkte, dass tatsächlich die gesamte Gilde versammelt war. Abra, Roselia, Zickzacks, Krabbi, Flurmel, Klavion, Quaxo, Magnetio und Magneton. Sie alle sind schon einige Zeit länger in der Gilde als ich und Scheinux, da sind wir nicht nur die jüngsten, sondern auch die neuesten Mitglieder. Insgesamt können wir alle recht gut zusammenarbeiten, auch wenn es natürlich manchmal zu Streit kommt. Meistens drehen sich diese Streits um Abra, den Scheinux bereits in der Kammer des Gildenmeisters erwähnt hatte, da er wirklich jeden, unter anderem auch uns, gerne mal durch den Kakao zieht. Aber zurück zum Thema. Alle neun hatten vor der Kammer gewartet, um zu hören, was geschehen war. Ihnen war klar gewesen, dass etwas Besonderes passiert sein musste. Auch wenn Scheinux mir das bis heute nicht glaubt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran liegt, dass sie gesehen haben, wie er in Eile war. Das ist nämlich eher die Ausnahme als die Regel. Scheinux und ich waren beide nicht übermäßig erstaunt, dass sie sich versammelt hatten und uns direkt mit Fragen bombardierten. Hast du gerade von der Legende geredet? Geht auf eine Reise? Wie aufregend. Ich beneide euch. Also ich würde hier auch gerne mal was dazu sagen, aber mir hört ja sowieso niemand zu. Funktioniert dieses Foto wirklich? Können wir es mal sehen? Scheinux dachte wohl dasselbe wie ich, denn er unterbrach sie. Könnt ihr vielleicht mal ein kleines bisschen runterkommen und einen Moment ruhig sein. Das würde es um einiges leichter machen, es euch zu erklären. Danke Scheinux. Also bitte nacheinander. Was habt ihr noch für Fragen? Wir schafften es einigermaßen eine Ordnung herzustellen, so dass wir es innerhalb einer halben Stunde schafften, ihm die Geschichte etwas näher zu legen, als ich es mit Scheinux geschafft hatte. Ihm war das Ganze auch nur recht, denn zumindest hatte er danach auch etwas mehr Ahnung von dem was geschehen war, was aber auch nicht wirklich schwer war. Nachdem die Fragen endlich geklärt waren, war ich auch relativ fertig. Also gut, waren das all eure Fragen? Doch überraschend meldete sich Abra zu Wort und beeinflusste die Atmosphäre für mich immens. Bisher schien es so, als wollten alle nur die Geschichte kennen. Aber er fragte, eine letzte Sache noch. Heißt das, dass ihr uns jetzt verlasst? Ich war etwas überrascht von der Frage. Äh ja, ist das noch nicht klar geworden? Doch, aber ich hatte gehofft, dass es doch nicht so ist. Wenn ihr weg seid, wird es hier in der Gilde so langweilig ruhig. Das stimmt, ich kann auf jeden Fall nicht so eine gute Laune erzeugen wie ihr. Eher so im Gegenteil. Ihr werdet dieser Gilde fehlen. Zzz. Wieder war ich etwas überrascht. Ich hatte nicht mit so einer Reaktion von ihnen gerechnet. Auch wenn es vielleicht etwas widersprüchlich zu dem ist, was ich vorhin sagte. Ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass ich und Scheinux wirklich in diese Gildengemeinschaft hineingepasst hatten. Eben auch, da wir die Neuesten hier sind. Meistens machten wir Fehler, die dann die anderen ausbaden durften. Und deshalb wirkten sie oft nicht sonderlich glücklich mit uns als Gildenmitgliedern. Auch deswegen hatten wir noch nie eine Erkundung mit jemand anderem unternommen. Und selbst auf der großen Expedition vor ein paar Monaten waren ich und Scheinux als einzige zu zweit unterwegs. Wir wollten den anderen so wenig wie möglich zur Last fallen, was dazu gesagt auch nicht geklappt hatte, weil wir uns im Wald verirrt hatten und die anderen uns retten mussten. Wegen all dem war ich mir relativ sicher gewesen, dass sie uns nicht sonderlich vermissen würden. Aber so, wie sie alle nun vor uns standen, ergab sich mir ein völlig anderes Bild. Sie waren keinesfalls froh, uns los zu sein. Da ich es noch nie aus so einer Perspektive betrachtet hatte, wusste ich nicht mehr so recht, ob es wirklich wert war, die Reise anzutreten und dafür all dies hinter mir zu lassen. Aber ich wusste selber, es war unsere Pflicht, diese Reise zu bestreiten. Alleine das Foto, das wir hatten, war ein Beweis. Und zudem die Stimme in meinem Traum. Ein Pokémon aus einer anderen Welt. Vielleicht sogar ein Mitglied der Gruppe aus der Legende. Ich war gespannt, dieses Pokémon zu treffen. Doch dafür musste ich zuerst ein gesamtes Team versammeln. So verabschiedeten wir uns aus der Gilde, doch nicht ohne ein Versprechen. Wir versprachen, wir würden uns melden, so oft wie wir konnten. So wie wir es Hubbellupf schon versprochen hatten. Doch zudem versprachen wir etwas weiteres. Sobald unsere Reise beendet wäre, würden wir zurückkehren. Wir würden wieder zurück zur Gilde kommen und unserem gewohnten Alltag nachgehen. Und dafür das zu können, würde ich kämpfen. Bevor wir gegangen waren, warnte Abra uns jedoch noch, eine Sache noch, ihr beide. Passt gut auf euch auf. Ich fühle, dass euer Abenteuer etwas größeres wird, als ihr es euch je erträumen könntet. Es wird nicht wie eure Reisen mit der Gilde. Fehler werden bestraft und können tödlich enden. Dieses Mal werdet ihr wirklich etwas bewirken. Doch ich warne euch. Wenn ich in eure Zukunft blicke, dann fühle ich gewaltige Mächte. Raum und Zeit kollidieren, eine finstere Aura. Die Feinde auf dieser Reise werden es euch nicht einfach machen. Kommt gesund wieder zu uns zurück. Das war natürlich nicht gerade die Motivation, die wir brauchten. Wenn Abra recht hatte, würden wir auf Mächte treffen, die größer waren als diese Welt. Vor allem, was uns bewusst war, wir würden eine Macht bekämpfen, die die Welt der mächtigsten Pokémon innerhalb weniger Stunden komplett zerstören konnte. Als wir gerade am Strand angekommen waren, fiel uns unser nächstes großes Problem auf. Wir konnten mit Gerados zwar so problemlos reisen, doch sobald unser Team wuchs, wären wir aufgeschmissen. Wir waren gezwungen, den Beginn der Reise zu verschieben. Es gab nur eine Möglichkeit, so viele Pokémon sicher über das Meer transportieren zu können. Ein Schiff, ein Floß oder ein Boot würden nicht reichen. Auf dem Schiff musste genug Platz für fünf Pokémon sein, da wir bei dem Treffen mit dem sechsten, dem Überlebenden, in eine andere Welt reisen würden. Aber da der Bau eines derartigen Schiffes ein riesiges Problem für uns zwei darstellen würde, mussten wir umkehren und wie Hobelupf uns empfohlen hatte, in Schmuck statt Hilfe suchen. Auf unserer Suche hatten wir so viel Glück wie nur möglich. Wir fragten ursprünglich nur bei Miltank im Lager nach, ob sie ein paar Holzbretter auf Lager hatte. Tatsächlich hatte sie genug für ein gesamtes Boot und war bereit, sie uns einfach zu überlassen. Die Gebrüder Molung, die den regionalen Laden betreiben, hatten unser Gespräch gehört und boten uns ihre Hilfe beim Bau an. Dann wiederum bekam Resladero aus dem Dojo mit. Und so dauerte es nicht lange, bis ganz Schmuck statt sich bereit erklärt hatte, uns bei unserem ersten Schritt zu helfen. Ich und Scheinux konnten mangels Händen schlecht bei der Handarbeit mithelfen. Deswegen verwendeten wir unsere Zeit für die Planung. Mit unseren Ressourcen hatten wir genug Material für alle nötigen Kabinen, eine kleine Vorratskammer, ein Deck, ein Steuerruder und ein Segel. Kurtl schaffte es sogar neben diesem Ding noch einen kleinen Antrieb mit Kohlebetrieben zu bauen, sodass wir bei mangelndem oder gar falschem Wind trotzdem gut reisen konnten. Es dauerte nur knappe zwei Tage, dann war es soweit. Das Schiff war fertiggestellt und alles war bereit für unsere Abreise. Der späte Abend war inzwischen angebrochen und ich hatte eben den letzten Sack Cola auf das Schiff getragen. Alle, die uns beim Bau des Schiffes geholfen hatten, also die gesamte Stadt, stand noch einmal an der Küste des Strandes. Als wir endlich aufbrachen, sah ich noch einmal zu ihnen. Ich kannte sie inzwischen alle gut. Ich war mein gesamtes Leben in Schatzstadt gewesen. Es war das erste Mal für mich, dass ich unseren Kontinent verließ. Sie alle winkten uns immer noch zu, als ich sie schon kaum noch erkennen konnte. Unser Abenteuer hatte nun offiziell begonnen. Doch damit hatte der Tag noch nicht geendet, trotz dass es schon so spät war. Ich hatte bereits versucht einzuschlafen, konnte es aber nicht. Ich war einfach zu aufgeregt wegen allem. Schließlich war es nun an der Zeit für uns selber, ein Teil einer Legende zu werden. Da ich wie gesagt nicht schlafen konnte, ging ich noch einmal auf das Deck. Es waren keine Wolken am Himmel und es wehte ein leichter, erfrischender Wind. Die See war ruhig. Ich machte es mir bequem und betrachtete den Sternenhimmel. Auf einmal sprach mich jemand neben mir an. Tolles Wetter heute Nacht nicht. Ich erschrak, als ich bemerkte, dass Scheinux neben mir saß. Er hat die Angewohnheit, immer da zu sein, wenn man ihn am wenigsten erwartet, was mich schon oft verwirrt hat. Mann Scheinux, warn mich doch nächstes Mal bitte vor, bevor du dich an mich anschleicht. Tut mir leid, mach dir Gewohnheit. Einen Moment lang saßen wir beide einfach da und sahen in den Sternenhimmel. Aber mir lagen die ganze Zeit Fragen auf der Zunge, die ich Scheinux noch stellen wollte. Nach einigen Minuten entschied ich mich, die Stille zu unterbrechen, auch wenn sie wunderschön war. Du Scheinux, wie war es eigentlich für dich ausschmuckst, statt abzureisen. Ich meine, du hast ja nicht so viele Erinnerungen an den Ort wie ich. Hierfür ist es wichtig, dass ich noch kurz etwas über Scheinux erzähle. Ich kenne ihn inzwischen seit etwa sechs Jahren. Wir hatten uns kennengelernt, als ich durch den Wald gelaufen war. Dabei hatte ich bemerkt, dass sich ein Pokémon am See, der sich dort befand, aufhielt. Es wirkte ziemlich verwirrt. Es war Scheinux. Ich wusste nicht, was genau mit ihm los war. Deswegen sprach ich ihn an, in der Hoffnung, ihm helfen zu können. Es stellte sich heraus, dass er einen Gedächtnisverlust erlitten hatte. Er konnte sich an nichts erinnern. Weder an diese Region, noch an die Pokémon hier. Zu dem, was ihn am meisten mitnahm und auch bis heute noch mitnimmt, nichts über seine eigene Vergangenheit. Damals hatte ich ihm angeboten, mich nach Schmuckstadt zu begleiten und wir freundeten uns schnell an, bevor wir unser Retter-Team gründeten. Daher kam auch meine Frage, da er noch nicht so viel Zeit in Schmuckstadt verbracht hatte wie ich. Es war... Er stockte und schien zu überlegen. Es war seltsam. Auch wenn ich nicht so lange... Auch wenn ich lange nicht so viel Zeit dort verbracht habe wie du, kenne ich ja keine anderen Orte. Es hängt weniger damit zusammen, wie viel Zeit man an so einem Ort verbringt, als welchen Anteil seines Lebens. All meine Erinnerungen, so wie gute als auch schlechte Spiele in Schmuckstadt. Ich weiß genau wie du dich fühlst, aber mach dir keine Gedanken. Sobald wir die andere Welt gerettet haben, werden wir ja zurückkehren. Wie schaffst du es eigentlich so optimistisch zu bleiben? Ich mache mir eigentlich über alles im Moment Sorgen. Ich habe Angst, dass unsere anderen Teammitglieder total unfreundliche Pokémon werden und nur wegen ihrer Stärke in dieses Team eingeteilt wurden. Außerdem denkst du denn gar nicht bei Abra nach? Jeder Fehler kann alles zerstören. Eine ganze Welt. Und was er über die Mächte gesagt hat? Ja, schon von vielen möglichen Katastrophen gehört. Er sagte, er spürt, dass Raum und Zeit kollidieren werden. Das heißt so viel, wie dass alle Welten in ein Ungleichgewicht geraten werden. Und eine einzige macht alles Leben, der auf einmal beeinflusst. Wenn Raum und Zeit kollidieren, das hieße die Geburt eines dunklen Gottes oder das Werk von einem, der bereits lebt. Und alleine der Gedanke, dass ein dunkler Gott existieren könnte, ohne dass wir etwas davon wissen. Ich meine, selbst die dunkle Macht war in ihrer mächtigsten Form nur ein Dämon und kein Gott. Mach dir ja nicht so viele Gedanken, Bulby. Unsere Teammitglieder werden schon freundlich genug sein. Wer auch immer sie nun ausgesucht hat. Ich muss es ja sagen, ich denke, es war Lord Ecke. Muss auch wissen, dass sein Team nur funktioniert, wenn die Pokémon sich gut verstehen. Und was Abra angeht, das Raum und Zeit kollidieren könnte auch etwas Positives bewirken. Nur weil du immer nur die schlechte Seite siehst, muss nicht gleich ein Gott dahinter stecken. Eine solche Kollision bewirkt, dass Irreales geschieht. Es kann auch helfen. Und außerdem, ich habe insgesamt so ein Gefühl bei unserer Reise. So, als ob ich bald Bescheid wüsste. Äh, wie? Was meinst du mit Bescheid wissen? Ich spüre, dass sich etwas in meinem Unterbewusstsein meldet. Ich spüre, dass ich etwas in mich selber erfahren werde. Und allein dafür will ich reisen. An dieser Stelle war unser Gespräch beendet. Und ich war mir nun auch sicher, diese Reise würde es wert sein. Ich möchte auch, dass Scheinungs endlich herausfindet, wer er überhaupt ist. Ich bin mir sicher, er war auch vor seinem Gedächtnisverlust ein tolles Pokémon. Nach einiger Zeit ist es mir draußen zu kühl geworden. Nun schreibe ich hier diese ersten Seiten unserer Geschichte. Denn wir wären ein Teil einer Legende. Und diese Legende möchte ich weitergeben. Vielleicht wird sie eines Tages im selben Atemzug mit den beiden anderen genannt. Kapitel 3 Arktika, das Land des Eises Als ich am nächsten Tag wach wurde und aufs Deck ging, war Scheinungs bereits wieder dort. Er hatte den Antrieb abgestellt und navigierte unser Schiff gerade in Richtung des Eiskontinents. Auch da ich auf diesem Schiff nichts anderes zu tun hatte, gesellte ich mich zu ihm. Wie weit sind wir in der Zeit, in der ich geschlafen habe gekommen? Genau weiß ich selber nicht. Ich denke, da es in der Nacht noch relativ windig geworden ist, haben wir inzwischen etwa 250 Kilometer geschafft. Wirklich? Dann könnten wir, wenn alles gut läuft, ja heute schon ankommen. Ich ging wieder unter Deck, um etwas aus der Vorratskammer zu holen, während Scheinungs am Steuer blieb. Das Wetter meinte es gut mit uns, weshalb wir es tatsächlich schafften, innerhalb kurzer Zeit eine große Strecke zurückzulegen. Nach einigen Stunden bemerkte ich, wie der Wind und die Luft immer kälter wurden. Auch Scheinungs begann am Steuerrad zu frösteln. Es war ein eindeutiges Zeichen, dass wir inzwischen im arktischen Meer angekommen waren. Die Küste des Eiskontinents, Arktika, lag nicht mehr weit von uns entfernt. Mir wurde es schnell deutlich zu kalt und ich verließ das Deck wieder. Dieses Mal folgte mir Scheinungs bereits nach kurzer Zeit. Wir aktivierten den Antrieb und setzten uns vor den Heizofen, um uns wieder etwas aufzuwärmen. Es ist wirklich unabfassbar, wie anders es hier ist. Wir können froh sein, dass wir im Sommer gekommen sind. Ich möchte gar nicht erst wissen, wie kalt es hier im Winter werden kann. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Selbst im kältesten Winter bleibt es in Schmuckstadt noch einige gerade über dem, was wir hier jetzt schon haben. Wir können überhaupt Pokémon leben. Naja, die Pokémon, die hier leben, sind anders, als wir an diese Kälte eben gewöhnt. Aber es gibt auch nur sehr wenige Pokémon auf dem Kontinent. Ich habe mich mal etwas schlau gemacht. Es gibt eigentlich nur zwei Dörfer, in denen Pokémon leben. Wir werden an der Westküste anlegen und dort befindet sich auch direkt ein Dorf. Außerdem ist die Ostküste sehr steil, sodass wir dort gar nicht wirklich anlegen können. Wir können nur hoffen, dass sich das Pokémon, das wir suchen, bereits im Westdorf befindet. Ansonsten werden wir noch hoffen, wieder aufs Oberdeck zu dürfen. Das andere Dorf liegt direkt an der Ostküste, somit müssten wir den gesamten Kontinent überqueren. Diese Aussichten waren für mich alles andere als erfreulich. Sollten wir im Westdorf nicht fündig werden, dann müssten wir in die Eiswüste reisen. Das war bereits an sich eine große Herausforderung für alle, die die Kälte nicht gewohnt waren. Aber als Pflanzen-Pokémon war es gleich noch eine Stufe schlimmer. Es begann damit, uns für diesen schlimmen Fall eine sinnvolle Ausrüstung zusammenzustellen. Da wir kein Zelt oder sonstiges mitgenommen hatten, mussten wir improvisieren. Scheinux wollte auch noch einmal sicher gehen, dass wir gut vorbereitet waren. Eine Frage, Bulby, hat dir die Stimme in deinem Traum wirklich keinen Hinweis gegeben, wen genau wir suchen? Das würde uns alles deutlich vereinfachen. Es wäre schön, aber leider nein. Sie sagte nur, alle Pokémon würden sich zu erkennen geben, daher werden sie wohl von unserer Anreise wissen. Und was, wenn sie nicht wissen, dass wir es sind, die nach ihnen suchen? Wieso sollten sie sich zeigen, ohne zu wissen, dass wir überhaupt da sind? Ehrlich gesagt, darüber habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken gemacht. Aber es wirkt alles so gut von dem Pokémon aus der anderen Welt durchdacht. Eigentlich muss es daran ja auch gedacht haben. Ich glaube, dass es alles von vorne bis hinten durchgeplant hat. Vermutlich wird unser erstes Teammitglied schon an der Küste auf uns warten, egal wo er oder sie eigentlich wohnt. Naja, hoffen wir es. Es dauerte nicht mehr lange. Da kam in der Ferne die Küste von Arktika zum Vorschein. Es waren inzwischen noch einige gerade kälter geworden als vorher. Wir warten von einem letzten Blick auf unsere Ausrüstung, die leider mehr als unzureichend war. Das einzige Sinnvolle, was ich noch gefunden hatte, waren zwei Schals, die uns anscheinend die Molung eingepackt hatten. Somit hatten wir wenigstens irgendetwas gegen die Kälte, auch wenn es natürlich nicht ausreichen würde. Wir mussten einfach hoffen, dass wir im Westdorf fündig werden würden. Ansonsten müssten wir improvisieren. Als wir an der Küste anlegten, wartete dort tatsächlich schon ein Pokémon auf uns. Leider stellte es sich schnell heraus, dass es nicht unser neues Teammitglied war, sondern der älteste des Dorfes, der uns sehr warm empfing. So warm, wie das Meer es war. Wer seid ihr und was wollt ihr von uns? Wenn ihr keinen guten Grund für eure Ankunft habt, dann verschwindet wieder. Wir wollen hier keine Besucher. Das überaus freundliche Pokémon, das uns empfing, war deutlich größer als wir es waren. Es hatte zwei riesige Stoßzähne und eine weiße Mähne. Ein Walreiser. Wir haben einen Grund zu kommen. Freiwillig wird ich mich jedenfalls nicht in so ein Gebiet begeben. Wir suchen ein Pokémon, dem gesagt wurde, es sollte uns auf unserer Reise begleiten. Und ihr denkt wirklich, dass ich euch sowas abkaufe. Ihr sucht ein Pokémon, den jemand in eurem Traum gesagt haben soll. Dass es zwei Kinder auf einer Reise begleiten soll. Das ist das Bescheuertste, was ich bisher gehört habe. Und warum? Es gibt genug unfassbare Dinge in dieser Welt. Wenn du uns nichts glaubst, dann lass uns einfach unserer Wege ziehen und es suchen. Ich weiß nicht, weshalb ihr hier seid oder warum ihr mich anlügt, aber damit könnte ich leben. Ihr habt ohnehin nicht die Kraft, irgendwas hier anzurichten. Somit konnten wir zumindest auf die Suche gehen, auch wenn wir keine Hilfe in diesem Dorf bekommen konnten. Es hatte mich schon beunruhigt, dass das Pokémon, das wir suchten, uns anscheinend nicht erwartet hatte. Wir gingen im gesamten Dorf herum und fragten jeden dort, ob er einen Traum gehabt hätte, doch niemand konnte uns etwas dazu sagen. Die meisten schienen uns ohnehin für durchgeknallt zu halten. Aber sie alle würden die Wahrheit erfahren. Wir würden ihnen beweisen, zu was wir fähig waren, sobald wir unser Team versammelt hatten. Dazu müssten wir wohl erst einmal die Eiswüste durchqueren. Selbst das letzte Pokémon im Westdorf wusste von nichts. Somit musste das Pokémon, das wir suchten, im Ostdorf leben. Eine andere Möglichkeit gab es offensichtlich nicht mehr. Scheinux erkannte dies auch. Also müssen wir wohl durch die Eiswüste, sehe ich das richtig? Ich verstehe gut, dass du nicht durch willst. Ich auch nicht, aber wir müssen, wenn wir wenigstens wüssten, wie lang die Reise wird. Wenn wir normal vorankommen, dann brauchen wir ungefähr viereinhalb Tage und noch einmal gleich lang zurück. Ich war etwas erstaunt. Ähm, okay, woher weißt du das alles auf einmal so genau? Ich hatte ursprünglich nur kurz auf der Schifffahrt die Route nachgelesen und bin dabei über einige wichtige Fakten gestolpert. Und am Ende hat es darin geändert, dass ich eigentlich alles über den Kontinent und auch immer die anderen später noch nachgeschlagen habe. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht genau wieso, aber das Recherchieren hat mir einen riesigen Spaß gemacht. Ich habe auf der Reise wohl einen Wissenschaftler in mir entdeckt. Es beruhigte mich zwar zu hören, dass zumindest einer von uns sehr gut vorbereitet war. Jedoch änderte das nichts an der Tatsache, dass wir unsere Reise durch die Eiswüste antreten mussten. Auch wenn ich nicht wusste, wie wir es schaffen sollten. Trotzdem begann ich unsere Reise motiviert. Ich hatte mich zumindest ein wenig an die Kälte gewöhnt. Somit war es anfangs schon beinahe träglich. Der Schnee war ebenfalls nicht tief, sodass man sich gut fortbewegen konnte. Ich dachte anfangs auch, dass wir keine Pokémon auf unserer Expedition treffen würden. Doch einem begegneten wir tatsächlich. Von seinem Verhalten her ging ich davon aus, dass es mit dem Dorfältesten vom Westdorf befreundet sein musste. Wir waren erst wenige Stunden getrabt, als uns das merkwürdige Pokémon entgegenkam. Nicht gelaufen, sondern gerollt. Es war ein Seemops, das nicht gut auf seine Umgebung achtete. Als er angerollt kam, schien er uns gar nicht zu bemerken und rammte mich beinahe, wenn ich nicht ausgewichen wäre. Hey, pass doch auf, du hättest mich fast getroffen. Sich zu entschuldigen hielt er ebenfalls nicht für nötig. Aus dem Weg, ich bin in Eile. Nach dieser unliebsamen Begegnung war ich sogar froh, keinen weiteren Pokémon zu begegnen. Ich hoffte während unserer Reise wirklich, dass die Bewohner des Ostdorfes freundlicher waren, als die Pokémon, die wir bisher getroffen hatten. Wir mussten dort schließlich ein Teammitglied finden und hoffentlich auch für zumindest einen Tag Unterschlupf finden. Nach einer langen Reise durch diese Eiswüste würden wir es nie im Leben, ohne uns zu erholen, noch ein zweites Mal schaffen sie zu durchqueren. Wir reisten zunächst einige Stunden, bevor es begann dunkel zu werden. Wir wussten, wir könnten bei Nacht nur schwer weiterreisen, da es keine Form von Lichtquellen gab und es somit außer dem Schimmer der Sterne allgemein kein Licht gäbe. Zudem würden die Temperaturen noch einmal um ein paar Grade sinken. Deswegen entschieden wir uns zu lagern. Heute sind wir genug gereist, wir sollten hier unser Lager aufschlagen. Okay, damit bin ich einverstanden. Aber hast du eine Idee, wie man einen Iglu baut, damit wir uns warm halten können? Diese Frage warf meinen Plan durcheinander, da ich ehrlich gesagt gehofft hatte, Scheinux würde es nach seiner Recherche bereits wissen. Schön wär's. Eigentlich hatte ich gehofft, du wüsstest es schon. Was machen wir dann? Es wird viel zu kalt ohne Unterschlupf. Wir beide überlegten, als Scheinux eine Idee kam. Warte, du hattest doch einige Startzweige eingepackt für den Fall, dass wir wilden Pokémon begegnen, oder? Ja, schon, aber wie soll uns das jetzt weiterhelfen? Es wär zwar nicht gerade der normale Verwendungszweck, aber ich könnte uns mit Hilfe von einem Donnerblitz zumindest ein Lagerfeuer machen. Damit könnten wir uns wenigstens irgendwie aufwärmen. Das wäre doch besser als nichts, meinst du nicht? Ich hatte die Zweige zwar zu einem anderen Zweck eingepackt, doch ich wusste, dass wir kaum eine Wahl hatten, wenn wir nicht erfrieren wollten. Ich nahm ein paar der Zweige, die anderen wollte ich mir für die anderen nach... ...nachte. Die anderen Nächte aufheben. Und mit einem Blitz begann sie zu glühen. Es war zwar kein wirkliches Lagerfeuer, aber es strahlte Wärme aus, und das war nur einmal das Wichtigste. Trotzdem fiel es mir schwer zu schlafen. Es musste etwa eine Stunde vergangen sein, seit ich mich hingelegt hatte, als ich eine Stimme hörte. Bulby, bist du noch wach? Ja, kannst du auch so schlecht schlafen? Doch, klar, ich schlaf ja schon. Sehr lustig. Ist irgendwas, wegen dem du gefragt hast, ob ich wach bin? Ja, mach mal die Augen auf. Ich wusste nicht, worauf Scheinux genau hinausgewollt hatte. Doch als ich meine Augen öffnete, sah ich es. Inzwischen war es völlig dunkel geworden, und somit zeigte die Natur, dass ich Unrecht hatte. Auch dieser Ort wurde nachts erstrahlt, von den Polarlichtern am Himmel. Wow, Polarlichter, ich dachte so etwas gäbe es nur in Legenden. Es gibt draußen in der Welt, außerhalb unserer Region, so viele Dinge, die wir nur für Mythen halten. Und wir werden auf unserer Reise noch so viele davon sehen. Es kehrte für einen Moment Stille ein. Ich dachte über etwas nach. Scheinux fließt es auch auf. Ist irgendwas, wirkst du abwesend? Ja, also, ich weiß irgendwie langsam immer weniger, ob es wirklich klug war, uns auf die Reise zu machen. Was, wenn ich alles wirklich nur geträumt habe und wir jetzt ganz umsonst sind? Und dein Traum hat dir nebenbei noch ein Buch und ein magisches Foto in die Hand gedrückt? Nein, es war kein Traum. Wir sind jetzt ein Teil von etwas Größerem geworden. Ja, aber wir sind auch ein Teil von etwas Gefährlichem geworden. Wir beide sind nicht stark. Unsere erste Prüfung ist bereits das Überleben in den endlosen Weiten einer Eiswüste. Ich glaube kaum, dass wir stark genug hierfür sind. Wer weiß, ob wir überhaupt wieder aus dieser Landschaft hier wegkommen. Vielleicht wird unser Abenteuer hier schon ein Ende finden. Und wenn nicht, wenn Raum und Zeit kollidieren, sind wir sowieso am Ende. Vergiss nicht, unsere Fehler werden auf dieser Reise bestraft. Und der größte Fehler ist es, an unserem Erfolg zu zweifeln. Es muss ja auch einen Grund geben, warum wir beide für diese Reise ausgewählt wurden. Ich wusste zwar, dass er recht hatte, doch trotzdem war ich immer noch unsicher. Doch zumindest schaffte ich es nun einzuschlafen. Kapitel 4 Verschollen im Blizzard Am nächsten Morgen wurde ich von einem starken Windstoß geweckt. Als ich meine Augen öffnete, sah ich, dass sich gerade ein Schneesturm anbahnte. Er würde unsere Reise um einiges erschweren und ich weckte Scheinuck sofort auf. Wir hatten keine Zeit zu verlieren. Es dauerte nicht lange, bis der Schneesturm begann, größere Ausmaße anzunehmen. Man konnte nur noch wenige Meter weit sehen und es wurde noch kälter als ohnehin schon. Zudem wurde unsere Reise noch weiter erschwert, da uns der Wind entgegenkam und somit das Laufen erschwerte. Ich wusste schon nach kurzer Zeit nicht mehr, ob wir überhaupt noch vorankamen oder ob wir uns in die richtige Richtung bewegten. Selbst, falls wir noch auf der Route waren, würden wir noch Ewigkeiten bis ins Dorf brauchen. Zu lange, als dass ich einen Ausweg gesehen hätte. Ich versuchte mich irgendwie von diesem Gedanken abzulenken und deshalb sprach ich mit Scheinucks über etwas, das mir an dieser Reise durch den Sturm auffiel. Du Scheinucks, wegen dem Schneesturm, handelt dich das Ganze auch so an die Geschichte? Er wirkte ziemlich verwirrt. Geschichte? Von welcher Geschichte redest du? Mir kommt das Szenario zum Glück nicht bekannt vor. Das wünsche ich nämlich keinem. Kennst du nicht die alte Geschichte von der Vulnona-Legende? Nie davon gehört, worum geht es denn da? Naja, in der Geschichte geht es um einen Menschen, der zu einem Pokémon geworden ist, ähnlich wie Günther. Nur, dass dieser Mensch ein Riolu und kein Kanimani ist. Er hat sein Gedächtnis verloren und während er es sucht, bildet er ein Rettungsteam mit einem Hydropi. Sie erfahren auf der Suche von der Vulnona-Legende, laut der ein Mensch von ihr verflucht wurde. Und alle geben dem Menschen die Schuld an den massigen Naturkatastrophen. Der Verdacht fällt natürlich auf Riolu und er flüchtet zusammen mit Hydropi, um Vulnona zu finden und die Wahrheit zu erfahren. Und auf dieser Reise gibt es auch eine ähnliche Szene. Sie laufen durch einen Eiswald und ein Schneesturm kommt auf, der ihre Reise deutlich erschwert. Daran musste ich gerade denken. Das ist eine interessante Geschichte. Aber weißt du noch, wie die beiden aus der Lage herausgekommen sind? Das wäre für uns gerade wichtiger. Vergiss es, dabei hilft uns die Geschichte von Team Blau leider nicht weiter. Sie wurden von einem fremden Pokémon gerettet. Das kann uns hier wohl eher schwer passieren, da es niemanden gibt. Außerdem, ich wollte gerade weitersprechen. Da wurde ich unterbrochen. Nicht, wie man aus solchen Geschichten kennt von einem Pokémon, das uns rettet. Scheinux war in den Schnee gefallen und begann zu husten. Ich dachte mir zunächst, nichts, nichts dabei und half ihm wieder auf, damit wir weiterziehen konnten. Doch je weiter wir kamen, desto langsamer wurden wir. Genauer gesagt, Scheinux wurde langsamer und ich fiel Schritt mit ihm. Ich merkte, dass es ihm merklich schlecht dagegen. Scheinux, was ist los mit dir? Fühlst du dich nicht gut? Nicht wirklich, aber... Davon dürfen wir uns nicht abhalten lassen. Wir dürfen... Er stolperte wieder in den Schnee, doch dieses Mal ohne wieder aufzustehen. Lass es gut sein. Es bringt nichts, so weiter zu ziehen. Ich würde sagen, wir machen hier Rast, bis es dir besser geht. Solange der Sturm nicht schlimmer wird, werden wir es aushalten. Somit wurden wir zu einer weiteren Rast gezwungen. Das Dorf würde, wenn wir uns überhaupt in die richtige Richtung bewegen. Immer noch mehrere Tage weit entfernt sein. Aber um überhaupt pausieren zu können, brauchten wir ein Lagerfeuer. Ansonsten würden wir erfrieren. Ich legte einige Zweige bereit. Schaffst du es noch ein Feuer zu machen, Scheinux? Er verschwendete seine ohnehin mangelnde Energie nicht mit Antworten, sondern schoss ein paar einsame Funken auf die Zweige. Ein richtiges Feuer konnten sie bei diesem Wetter nicht erzeugen, doch waren zumindest stark genug, die Zweige zum Glühen zu bringen. Das würde uns zumindest helfen, die Nacht zu überstehen. Aber am nächsten Morgen hatte sich die Situation in keiner Form gebessert. Der Schneesturm hielt weiterhin an, ohne jegliche Pause. Und Scheinux ging es offensichtlich immer noch sehr schlecht. Trotzdem hatten wir keine Wahl. Würden wir nicht weiterlaufen, würden wir nie im Leben in Ostdorf ankommen. Und zwar wortwörtlich. Deswegen mussten wir weiterziehen, ob wir wollten oder nicht. Und wir wollten nicht. Wir kamen noch schlechter voran als am Vortag. Scheinux schien sich kaum auf den Bein halten zu können. Und dieses Mal versuchte er auch gar nicht, es zu verstecken. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt schon, ich würde sehr bald eine schwere Entscheidung treffen müssen. Es dauerte nur wenige Stunden, bis er schließlich endgültig zusammenbrach. Dieses Mal hörte er jedoch sofort auf, sich überhaupt zu bewegen. Überraschend war es für mich nicht. Trotzdem wusste ich, dass ich jetzt ein riesiges Problem hatte. Scheinux hatte sein Bewusstsein verloren. Und es gab keine Chance, dass er sich so bald wieder aufraffen würde. Somit hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder würde ich ihn tragen müssen und versuchen, das Dorf noch irgendwie ohne Hilfe zu erreichen. Beziehungsweise darauf hoffen, noch ein Pokémon vor dem Dorf zu treffen. Oder ich müsste Scheinux zurücklassen. Alleine war ich deutlich schneller und hätte noch ausreichend Items, um das Dorf vermutlich zu erreichen. Aber wenn ich das machen würde, dann würde Scheinux. Mir war selber klar, dass ich keine Wahl hatte. Jedenfalls ließ ich mir selber keine. Ich konnte Scheinux auf keinen Fall im Stich lassen. Er ist bereits seit Jahren mein bester Freund und mein Partner. Entweder würden wir dieses Abenteuer gemeinsam überstehen oder gar nicht. Das hatte ich mir von Anfang der Reise an vorgenommen. Tatsächlich war es anfangs einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Scheinux wiegt glücklicherweise weniger als es scheint. Und ich schaffte es trotz allem noch schneller voranzukommen, als als er noch bei Bewusstsein war. Jedoch musste ich nun regelmäßig Pausen einlegen, da es auf Dauer für mich einfach noch zu anstrengend war, ein Pokémon zu tragen. Scheinux hingegen machte keine Anstalten aufzuwachen. Und ich wusste, solange ich das Dorf nicht erreichen und Hilfe bekommen würde, würde er das auch nicht. Da schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Was, wenn die Bewohner des Ostdorfes ebenso unfreundlich waren wie die des Westdorfes? Was, wenn jemand bereit wäre zu helfen? Aber ich redete mir ein, dass zumindest das Pokémon, was ein Teil unseres Teams werden sollte, uns helfen musste. Außer, es war nicht zum Westdorf gekommen, weil es sich weigert, dem Team beizutreten. Weil ihm das Schicksal der anderen Welt egal wäre. Ich wusste irgendwie, dass uns bestimmt jemand helfen würde. Doch im Schneesturm verlor ich durch die Einsamkeit und die Anstrengung langsam meinen Verstand. Ich hatte noch etwa eine Tagesreise vor mir. So viel wusste ich, wenn ich in der richtigen Richtung unterwegs war. Jedoch wusste ich nicht, wie ich sie überstehen sollte. Zudem war Schlafen für mich auch keine Option. Ohne Scheinux konnte ich kein Feuer entfachen. Somit würde ich in dem Moment, in dem ich meine Augen zumachte, erfrieren. Somit musste ich einfach weiterziehen. Nach etwa zwei weiteren Stunden, musste ich zudem noch meine letzte Wielbiabeare verbrauchen. Ohne sie würde ich als Pflanzen-Pokémon schnell Schäden durch die Kälte nehmen. Wir hatten eigentlich genug für die Reise ins Dorf eingepackt. Jedoch hatte nun alles deutlich länger gedauert, sodass ich mindestens 20 Stunden ohne ihren Effekt durchhalten musste, was eigentlich nicht machbar war. Ich lief weiter und weiter, doch selbst diese letzte Beere wirkte inzwischen nicht mehr. Meine Beine taten weh und jeder Schritt wurde schwerer und schwerer. Der Wind wehte und fügte mir nun ebenfalls Schäden zu. Somit dauerte es nicht lange, bis ich es nicht mehr schaffte. Ich versuchte zu laufen, aber meine Beine gaben unter mir nach. Ich stürzte in den Schnee und ein schrecklicher Schmerz durchzuckte mich. Ich merkte, was nun gekommen war. Scheinux ist... Tut mir leid, dass ich nicht länger durchgehalten habe. Es ist schon ironisch. Wir wurden dazu auserwählt, eine Welt wieder zu beleben und scheitern schon an der ersten Hürde. Wir waren wohl nicht die, für die uns der Überlebende gehalten hat. Es ist irgendwie schon erbärmlich. Habe ich recht? Bevor ich endgültig das Bewusstsein verlor, sah ich nur noch eine seltsame Silhouette in der Ferne. Es muss einige Stunden gedauert haben, bevor ich wieder aufgewacht bin. Ich befand mich in einem Iglu. Und vor mir knisterte ein Lagerfeuer. An ihm saß noch jemand, der sich gerade ein Karpador über dem Feuer briet. Ein Seemobs. Genau gesagt, nicht irgendeins. Sondern das, dem wir auch bereits in den ersten Stunden in der Eiswüste begegnet waren. Es hatte inzwischen auch bemerkt, dass ich zu mir gekommen war. Du bist also eigentlich wieder wach? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich war immer noch ziemlich durcheinander, was geschehen war. Da fiel mir etwas sehr Wichtiges ein. Wo ist Scheinux? Geht es ihm gut? Was hat er denn? Mach dir keine Sorgen. Er ist da hinten in der Ecke. Er ist immer noch bewusstlos, aber es geht ihm etwas besser. Er hat sich ein hohes Fieber eingefangen. Er muss sich noch ausruhen, aber bald wird er wieder kerngesund sein. Mir fiel ein Stein vom Herzen, als ich das hörte. Nun begann ich mich etwas auf unseren Retter selber zu konzentrieren. Und sind wir uns nicht schon einmal begegnet? Wie hast du uns gefunden? Ich bin euch schon seit etwa zwei Tagen gefolgt. Ich habe versucht euch einzuholen. Du hast nach uns gesucht? Wieso das denn? Anstatt mir zu antworten, nahm er seinen Fisch aus dem Feuer und sah zum ersten Mal zu mir. Dein Name ist Bröbi. Habe ich Recht? Was? Woher? Ich habe ihn in meinem Traum gehört. Genau wie den von deinem Freund Scheinux. Ich starrte ihn einen Moment lang wortlos an. Ich verstand genau, was er mir damit sagen wollte. Dann fiel mir etwas ein. Ich ging zu Scheinux, da er immer noch unseren Beutel hatte und kramte unser Foto heraus. Kannst du das bitte einen Moment halten? Er wirkte verwirrt, aber widersprach nicht. Naja, okay, aber warum? Er brach in dem Moment ab, in dem sich auf dem Foto etwas tat. Direkt neben dem Bild von mir ploppte noch eines auf. Von ihm. Wahnsinn, da ist einfach gerade so ein Bild von mir aufgetaucht. Wie geht das denn? Das wüsste ich selber gerne. Aber das Wichtigste ist, wozu? Wenn ein Pokémon das ein Teil unseres Teams werden soll, dieses Foto berührt, dann erscheint sein Bild. Das ist sozusagen der Beweis, dass ein Pokémon wirklich dafür ausgewählt ist. Das heißt so viel wie, willkommen im Team. Wie lautet denn eigentlich dein Name? Ich bin Seemops. Du kommst aus dem Ostdorf, oder? Naja, geografisch gesehen gehört mein Haus wahrscheinlich dazu, aber sonst habe ich auch nichts mit dem Dorf zu tun. Den Pokémon dort bin ich egal, also sind sie mir es auch. Verstehst du dich nicht gut mit den anderen dort? Du musst doch zumindest irgendjemanden dort haben. Deine Familie zum Beispiel. Ich habe schon lange keine Familie mehr. Nein. Ich bin mir sicher, ein Grund, warum ich für diese Reise ausgewählt wurde, ist, dass ich nichts habe, was mich hier hält. Ich habe nichts dagegen zu verschwinden. Ganz im Gegenteil. Er sah verträumt ins Feuer. Ich träume schon lange davon, diesen Ort zu verlassen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als mir die Stimme im Traum gesagt hat, was meine Aufgabe ist. Ah, stimmt. Wo wir gerade bei der Stimme sind. Ich sollte euch etwas sagen, sobald ihr ankommt. Ich soll euch etwas ausrichten. Ich weiß selber nicht wirklich, warum. Und mir kommt es auch selber etwas komisch, kryptisch und düster vor. Aber... Wirklich? Du hast eine Nachricht des Überlebenden? Vielleicht ein wichtiger Hinweis für unsere weitere Reise. Was hat er denn genau gesagt? Diesen Kampf habt ihr gewonnen. Aber der Krieg hat gerade erst begonnen. Ich sah ihn sehr verwirrt an. Was guckst du so? Ich habe es ja gesagt. Ich sagte, ich verstehe es selber nicht. Das hat wirklich... Wir haben es also doch mit einer anderen Art von Pokémon zu tun, als ich dachte. Also jetzt mal wegen der weiteren Reise. Ich denke, sobald Scheinux sich erholt hat, reisen wir so schnell wie möglich ab, oder? Naja, wir müssen eben gucken. Der Weg zur Küste müsste ja auch einige Zeit dauern. Nein, tut er nicht. Ich habe nur so lange gebraucht, euch zu finden, weil ihr ganz komische Wege gelaufen seid. Noch ein paar Stunden und du wärst wieder im Westdorf gewesen. Dazu konnte ich zunächst auch wieder nichts sagen. Wir waren also all die Zeit einfach im Kreis gelaufen. Und all meine tollen Berechnungen von wegen, wir sind bald da, war ein kompletter Blödsinn. Und noch was anderes. Braucht ihr vielleicht noch etwas Verpflegung? Ich habe sehr viel bei mir zu Hause und ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt je wieder zurückkomme. Ich war zunächst relativ überrascht, aber froh über sein Angebot. Denn tatsächlich hatten wir nicht so viel Verpflegung auftreiben können. Vor allem für mehr als nur zwei Pokémon. Ja, das wäre wirklich sehr hilfreich. Schaffst du es denn, die Sachen einfach zu holen? Schließlich ist es von hier relativ weit bis zu deinem Dorf. Er selber schien sich tatsächlich noch mehr zu freuen als ich. Das passt schon, ihr könnt hier bleiben. Ich komme mit dem Schnee schnell voran und werde keinen Tag brauchen. Ich gehe sofort los. Leider machte ich den großen Fehler und fragte ihn auch noch etwas. Sag mal, was genau lagern eigentlich bei dir zu Hause? Das einzige, was ich noch von meinen Eltern habe. Genug gefrorene Carpador, um ein fünf Pokémon großes Team etwa 17 Jahre lang zu versorgen. Ich hatte schon Angst, ich müsste sie wegwerfen, weil sie langsam anfangen zu riechen. Aber das ist wohl kein Wunder, sie sind schließlich schon seit mehreren Generationen im Familienbesitz. Somit wusste ich nun alles, was ich nicht wissen wollte. Ich aß sowieso keine anderen Pokémon und alleine der Geruch von Fisch ekelt mich an. Und dieser Fisch war wahrscheinlich schon Jahrhunderte alt. Aber bevor ich überhaupt die Gelegenheit bekam, mir noch eine Ausrede einfallen zu lassen, damit er sie doch nicht holte, war er bereits weg. Wir rasteten noch ein paar Tage in dem Iglu. Scheinungs ging es inzwischen wieder gut und wir hatten ihm alles erklärt. Er schien sofort sehr gut mit Seemobs als neuem Mitstreiter klar zu kommen, was die Sache deutlich vereinfachte. Als wir schließlich wieder reisen konnten, verlieh sich zum ersten Mal in all der Zeit das Iglu. Der Schneesturm war vorüber und die Sonne schien vom Himmel. Es war trotzdem vor allem anfangs, als ich aus dem beinahe zu warmen Iglu kam, sehr kalt. Aber das würde uns nicht aufhalten. So konnten wir schlussendlich unsere Reise doch noch fortsetzen und hatten unseren ersten Schritt gemacht. Unsere Reise ging nun zu dritt weiter in Richtung des Waldkontinents. Kapitel 5 Eine legendäre Begegnung Als wir wieder einige Zeit gesegelt waren, änderte sich das Klima wieder. Für mich und Scheinungs wurde es wieder deutlich angenehmer und ich konnte endlich aufhören, ständig mit meinem Schal herumlaufen zu müssen. Seemobs schienen der Umschwung weniger zu gefallen als uns, was aber auch nur verständlich war. Er ist ein Eis-Pokémon und hatte Arktika noch nie in seinem Leben verlassen. Er kam prima in der Kälte zurecht, doch alles andere war ihm noch fremd gewesen. Trotzdem wirkte er nicht, als hätte er große Probleme. Scheinungs versuchte auch ihm zu helfen. Glaube ich zumindest. Es könnte auch gut sein, dass er sich einfach etwas über ihn lustig gemacht hatte. Sein Vorschlag war, dass Seemobs ja einen Schal anziehen könnte. Einen Schal? Was soll mir denn einen Schal bringen? Mir ist warm und nicht kalt. Ja, aber wenn du den Schal dann ausziehst, dann wird es für dich wieder kühler. Seemobs selber war ebenfalls sehr verwirrt und schien nicht recht zu wissen, ob Scheinungs das jetzt wirklich ernst gemeint hatte. Bis auf solche Zwischenfälle verlief unsere Reise relativ ruhig. Wir verwendeten unsere freie Zeit, um Seemobs alles zu erklären, was das Tagebuch, das mir gegeben wurde, beinhaltete. Er hörte jedes Mal wieder gespannt zu und schien großen Gefallen an der Geschichte gefunden zu haben. Mir persönlich war jedes Mal sehr unwohl, wenn ich das Buch sah. Wenn ich denken würde, sie wäre nur eine Legende, fände ich sie bestimmt auch klasse. Doch zu wissen, dass all dies wirklich geschehen ist? Vor allem steckten wir gerade mitten in der Fortsetzung von Florings Abenteuer, von der wohl düstersten und deprimierendsten Geschichte, die ich je gelesen habe. Zudem plagte mich schon lange eine sehr böse Vorahnung. Ich weiß, über meine Sorgen bezüglich eines dunklen Gotts habe ich bereits genug geredet, doch dieses Mal ging es um etwas anderes. Es ging um das Ende unseres Abenteuers, denn das Problem war, am Ende beider Geschichten musste sich der Erzähler und somit der Held des Abenteuers für immer verabschieden und verschwinden. Nun war die Frage, würde mich dasselbe Schicksal ereilen? Wollte das Schicksal vielleicht, dass dieses Abenteuermann letztes war? Doch ich behielt meine Sorgen für mich. Ich wollte nicht, dass die anderen sich unnötig Gedanken machten. Und es war ja auch noch nichts bestätigt. Aber wenn doch, was Widerscheinungs tun? Und was mir bei diesem Gedanken auch in den Sinn kam. Auch wenn ich nicht verschwinden sollte. Was würde am Ende der Reise aus dem Team werden, das wir gerade aufbauten? Würden die anderen wieder nach Hause zurückkehren? Doch allein unser erstes Teammitglied, Seemobs, schien nicht unbedingt das Verlangen zu haben. Es gab jedoch nicht nur einen Grund zur Sorge, sondern auch einen Grund zur Freude. Mit etwas handwerklicher Hilfe von Seemobs schaffte es Scheinungs nämlich, bitte fragt mich nicht wie, eine Maschine zu bauen, die Schall in psychische Wellen umwandeln kann. Somit war es uns möglich, zumindest solange wir auf dem Schiff waren, da sie für einen Transport zu schwer war, mit Abra in Kontakt zu treten und somit unser Versprechen gegenüber dem Willenmeister einzuhalten. Scheinungs schien wirklich stolz auf seine Neuerfindung und wirkte sehr angespannt, als wir den ersten Probelauf starteten. Seemobs sollte auch dabei sein, auch wenn er unsere Gilde nicht kannte, allein um zu sehen, ob seine Mithelfe etwas gebracht hatte. Hallo, Abra, hörst du mich? Seemobs war inzwischen eingenickt. Scheinungs testete gerade die 57. Wellenlänge aus, um Abra zu erreichen. Zumindest konnte er schon bestätigen, dass seine Abfindung funktionierte, denn er erwischte ein oder zwei Pokémon, die ihn nicht gerade amüsiert über seinen Fehlschlag waren. Wieder ertönte keine Stimme. Ich selber musste auch schon aufpassen, dass ich nicht einschlief, da es verdammt leidenweilig war, Scheinungs zuzusehen, wie er irgendwelche Kabel verstellte. Er schien inzwischen sehr genervt. Verdammt, warum kann ich ihn nicht erreichen? Ich habe doch inzwischen fast alles probiert. Mach ich etwa irgendwas falsch? Er wollte gerade wieder etwas umstellen. Da ertönte eine Stimme aus dem Apparat und auf einen Schlag waren ich und Seemobs sehr wach. Scheinungs, träum ich noch oder bist du das wirklich? Bevor er antwortete, brach Scheinungs zunächst seinen Freudenlubel aus. Seht ihr, es hat geklappt? Die Maschine funktioniert wirklich! Ah, hallo? Hört ihr mich? Welche Maschine? Ich übernahm das Wort. Tut mir leid, Abra, wir sind's wirklich. Scheinungs hat irgendwie eine Maschine gebaut, um dich zu erreichen, damit wir unser Versprechen halten können. Es würde mich aber auch wundern, wenn du um so eine Tageszeit noch träumen würdest, sagte ich lachend und sah draußen auf die Mittagssonne, die auf das Meer schien. Aber anstatt aufzulachen, antwortete Abra ziemlich genervt. Mich nicht. Ich weiß ja nicht, was bei euch gerade los ist, aber bei uns ist es gerade 2 Uhr nachts. Er hat mich gerade aufgeweckt. Oh, stimmt. Zeitverschiebung. Da war ja was. Tut mir leid. Aber wenn du schon mal wach bist, können wir ja trotzdem sagen, weshalb wir uns melden. Abra klang immer noch genervt. Dann schieß los, damit ich morgen früh allen Bescheid sagen kann. Scheinungsübernahme an meiner Stelle. Wir wollen uns eben melden, weil wir es ja versprochen hatten. Uns geht's noch relativ gut. Wir kommen gerade aus der Eiswüste und haben jetzt den endgültigen Beweis, dass das Ganze nicht nur ein Traum oder etwas ähnliches war. Wir haben unseren ersten Mitstreiter gefunden. Seemobs näher zur Sicht der Maschine. Hallo, ich bin Seemobs. Auf einmal schien Abra deutlich wacher als vorher. Ihr habt wirklich jemanden gefunden? Und seid durch die arktische Eiswüste gereist? Das Ganze ist ja wirklich noch spannender als ich dachte. Dann haltet mich unbedingt auf dem Laufenden. Ich werde morgen früh bei der Versammlung allen davon berichten. Dann... Viel Glück bei eurem nächsten Reiseziel. Der Route nach der Waldkontinent, richtig? Genau. Dann bis bald. Und schlaf gut. Die Reise zum Waldkontinent dauerte noch eine Weile länger als die erste nach Arktika. Wir waren etwa eine Woche unterwegs, bis die Küste in Sicht kam. In der Zwischenzeit, nachdem wir mit Abra geredet hatten, war auf der Reise an sich nicht mehr viel geschehen. Als wir schließlich an der Küste anlegten, wartete dort bereits jemand auf uns. Seemob sah sich zunächst erstaunt um. Er hatte noch nie etwas derartiges gesehen. Vor uns erstreckte sich, wie der Name des Kontinents es bereits sagte. Ein riesiger Wald. Er wurde nur durch ein paar wenige Vulkane unterbrochen. Man sah wirklich nichts, außer den Bäumen und ihnen. Ich und Shinox begaben uns zu dem Pokémon, das bereits unsere Ankunft beobachtet hatte. Es war ein bedrohlich aussehendes, riesiges rotes Monstrum, wirkte jedoch nicht aggressiv. Bevor wir überhaupt die Gelegenheit bekamen zu reden, stellte uns dieses Pokémon eine Frage. Ihr beiden, seid ihr Bulbi und Shinox? Ja, sind wir. Woher kennst du unsere Namen? Eine Stimme hat sie mir in meinem Traum mitgeteilt. Es schien so, als hätten wir dieses Mal deutlich mehr Glück gehabt, als auf unserer letzten Expedition. Dieses Mal wurden wir tatsächlich von unserem Teammitglied empfangen. Das ist ja perfekt. Dann müssen wir uns hier gar nicht lange aufhalten, sondern können gleich weiter zum Inselkontinent. Überraschenderweise antworteten Seemobs und das fremde Pokémon im gleichen Moment. Nein. Seemobs klärt uns aufgrund unserer fragenden Gesichter auf. Habt ihr das etwa nicht gewusst? Wir müssen auf diesem Kontinent den sogenannten Vulkansteiner kämpfen. Sobald unser Team voll ist, brauchen wir ihn, um den Überlebenden zu finden. Ich und Shinox, die beide nichts davon wussten, waren beide zunächst sehr überrascht. Und wo ist dieser Stein? Dieses Mal antwortete uns das andere große Pokémon. Er befindet sich mitten im Zentrum der Höhle des großen Vulkans dahinten. Also eigentlich in meinem Hinterzimmer. Ich wohne in dieser Höhle. Und warum hast du den Stein dann noch nicht? Er befindet sich in einiger Entfernung hinter einem kleinen Tunnel. Und ich bin nicht klein. Ihr dagegen dürftet keine Probleme haben. Das Ganze ist wirklich so einfach? Wir müssen bei dir zuhause durch einen Tunnel kriechen? Vielleicht, vielleicht nicht. Es kann sein, dass der Tunnel nicht der einzige Schutz bleibt. Dieser Stein regelt immer in alle vulkanischen Aktivitäten des Kontinents. Ich schlage vor, wir gehen und auf dem Weg erzähle ich euch etwas über mich. Während das Pokémon unsere Gruppe also durch den Wald führte, erzählte er uns einiges Interessantes. Also zunächst das Wichtigste. Mein Name ist Groudon. Vor Uhrzeiten habe ich einmal die Vulkane kontrolliert, bis dieser Stein erschaffen wurde. In ihm ist etwas von meiner Kraft eingeschlossen. Er soll mir meine Arbeit abnehmen, damit ich endlich mal Zeit für etwas anderes habe. Aber ich denke, es wird nicht Schaden, ihn mitzunehmen. Damit dürften die vulkanischen Aktivitäten gestoppt werden, bis ich den Stein zurückbringe. Aber wäre das nicht eigentlich sogar gut? Die Vulkane bewahren das Gleichgewicht. Sie sind ein wichtiger Bestand von allem. Sie beeinflussen die ganze Natur. Und weißt du, warum du als unser Mitstreiter ausgewählt wurdest? Nun, äh, etwas genaues weiß ich nicht. Aber ich denke vielleicht wegen meiner Reihenkraft. Ich kann euch bestimmt gut helfen. Wir dachten nach, aber keiner von uns wusste irgendwas, das wir ihn noch fragen könnten. Mir fiel jedoch ein, wir hatten ihm noch gar nicht unser Foto halten lassen. Aber ich dachte mir, wenn er von unserer Ankunft wusste, konnte es ja auch nicht anders sein, als dass er unser zweites Teammitglied war. Auf unserem Weg durch den Wald sah ich nicht viele andere Pokémon. Die wenigen, die ich sah, ergriffen sofort, als sie uns bemerkten, die Flucht. Ich war mir nicht sicher, weshalb sie es taten. Andererseits dachte ich mir, dass ich als wildes Pokémon auch nicht anders reagieren würde, wenn eine Bespie wie Groudon an mir vorbeilaufen würde. Es dauerte nicht lange, bis wir am Fuß des Vulkans, den wir bereits von der Küste aus gesehen hatten, ankamen. Von hier aus wirkte dieses Monument jedoch noch deutlich beeindruckender als von Weitem. Erst jetzt bemerkten wir die wahren Ausmaße seiner Größe. In der Ferne konnten wir sehen, wie langsam Lava aus dem Krater floss, jedoch so langsam, dass sie in der eiskalten Höhen Luft erstarrte, bevor sie nur den Kraterrand verlassen konnte. Groudon bemerkte unsere Faszination und nutzte sie, um anzugeben. Diesen Berg habe ich vor vielen Jahren, vor der Erschaffung des Vulkansteins, selber aus dem Erdboden gehoben. Jeden Tag habe ich ihn wachsen lassen, damit er eines Tages der höchste Vulkan der Welt werden würde. Seit der Vulkanstein hier ist, baut er sich selber durch die erstarrende Lava weiter auf. Er ist inzwischen schon lange der höchste und vor allem der gefährlichste Vulkan. Wenn der Krater explodieren sollte, was bei der stärksten Art eines Ausbruchs passiert, würde der gesamte Kontinent niederbrennen. Der Wald würde zu einer flammenden, überhitzten Einöde werden, in der nur Feuer-Pokémon sich wohlfühlen würden, in der Erdspalten sich öffnen und es Lava gibt wie in anderen Kontinenten Wasser. Ein Ausbruch wäre verheerend für die Bewohner des Waldes. Wir alle verstummten. Seemops hatte offensichtlich denselben Gedanken wie ich, nur, dass er ihn auch aussprach. Aber, wenn der Vulkanstein die Aktivität der Vulkane kontrolliert, ist dann nicht möglich, dass die Kontrolle verloren geht, wenn wir ihn nehmen? Dass der Krater dann explodiert? Scheinungsgesichtsausdruck nach hatte er ebenfalls dasselbe gedacht. Doch Groudon beruhigte uns. Nein, wie schon vorhin gesagt, unter dem Vulkanstein werden alle Aktivitäten stoppen. Der Vulkan würde in der Zeit der Abwesenheit des Steines aufhören zu wachsen, aber nicht explodieren. Nun, wo wir angekommen und uns alle einig waren, brachen wir ins Zentrum des Vulkans auf, inmitten durch einen kleinen Tunnel, mitten in Groudons Höhle. Kapitel 6 Der Hüter des Waldes Ich verstand, während wir uns durch den Tunnel zwängten, auf jeden Fall, was für ein Problem Groudon damit hatte, ihn zu durchqueren. Er war selbst für mich und Scheinungs schon sehr eng und wir beide waren keine großen Pokémon-Spezies. Außerdem waren wir noch nicht einmal ausgewachsen. Seemops hatte von uns die wenigsten Probleme. Auf ihn schien der Tunnel wie zugeschnitten. Er rollte einfach seelenruhig vorne weg, ohne überhaupt eine Wand zu berühren. Jedoch mussten wir auch nicht lange durchhalten, eher gesagt nur wenige Minuten. Als wir am Ende des Tunnels ankamen, standen wir in einem riesigen Raum. In seiner Mitte befand sich ein See aus Lava, in dem manchmal Blasen an die Oberfläche traten und dann platzten. Man konnte um ihn herumgehen, jedoch wirkten die drei Wege, die es gab, nicht gerade sicher. Sie hatten viele Lücken und es schien, als wären sie nicht fest am Boden, sondern würden in der Lava schwimmen. Ein paar Schnecken mal krochen an den Wänden entlang, schienen aber glücklicherweise sehr ruhig, als sie uns sahen und griffen nicht an. Auf der anderen Seite des Lavasees befand sich ein weiterer Gang. Doch es gab vor allem ein großes Problem für mich. Mein Glück war auf unserer Reise wieder einmal nicht vorhanden. Als Pflanzen-Pokémon war es für mich natürlich traumhaft, erst durch eine Eiswüste und dann durch ein Vulkaninneres zu reisen. Aber ich hoffte, es würde hier nicht so knapp werden wie auf unserer vorherigen Expedition, die ja auch gut unsere letzte hätte werden können. Seemops hingegen schien nicht zu wissen, ob er einen Vulkan als Gegend gut oder schlecht finden sollte, was bei ihm aber auch verständlich war. Als Pokémon waren solche Gegenden oft schwierig, da man in ihnen gleichzeitig stärker und schwächer als sonst sein konnte. Wie ein Wasser-Eis-Pokémon in einem Vulkan. Scheinux versuchte den ersten wichtigen Schritt zu planen. Also, was meint ihr? Wir haben drei Wege zur Auswahl. Es ist sehr offensichtlich, dass das hier eine Falle ist. Nur ein Weg wird uns sicher auf die andere Seite bringen und die anderen in den sicheren Tod. Wie entscheiden wir, welchen Weg wir nehmen und vor allem, wer geht vor? Viel mehr als raten können wir ja offensichtlich nicht. Ich würde sagen, wir nehmen den Weg ganz rechts. Den links würde ich auf keinen Fall nehmen. Und ich gehe vor. Seemops wirkt etwas unsicher. Glaubst du wirklich, dass es eine gute Idee ist? Als Pflanzen-Pokémon wäre es für dich doch am schlimmsten, wenn der Weg falsch wäre. Naja, harsch wie es klingt. Das ist der Grund. Vor allem wäre es für mich am tödlichsten. Keiner von uns hält das außen kochende Lava für stürzen. Für mich wäre es wenigstens schnell vorbei. Für euch wäre es schlimmer. Scheinux schien dieses Gespräch ebenso unangenehm zu sein wie mir, denn er unterbrach mich. Könnt ihr bitte aufhören zu besprechen, für wen von uns es am qualvollsten wäre, in der kochenden Lava zu verbrennen? Wenn du meinst, dann geh vor, Bulby. Aber nimm den Weg ganz links. Ich sah ihn verwirrt an. Wieso den denn? Ich sagte doch gerade, dass ich mir bei dem sehr sicher bin, dass er falsch ist. Genau deswegen. Wie oft hast du den Glück, wenn es ums Raten geht? Also wird wohl der Weg stimmen, den du am wenigsten nehmen willst. Seine Argumentation ergab leider durchaus Sinn. Jedoch hatte ich trotzdem ein sehr schlechtes Gefühl, entschied mich aber den Weg links zu nehmen. Ich trat auf den ersten Stein und es gar nichts. Ich sah mich um. Ich war nun von der Lava umgeben. Diese Tatsache machte es für mich nicht leichter, den nächsten Schritt zu machen. Ich erschrak, als der Stein durch mein Auftreten begann zu wackeln. Doch zum Glück geschah weiter nichts. Ich wollte gerade auf den nächsten Stein treten. Da wurde mir schwindelig. Die Welt begann sich um mich zu drehen. Ich wusste nicht weshalb, ob durch die Hitze oder die Anspannung. Ich sah um mich herum nichts mehr. Dann geschah etwas seltsames. Ich sah mich selbst scharf vor mir. Ich war auf dem linken Weg, mitten in der Höhle. Genau dort, wo ich eben noch gestanden hatte. Nur, dass ich dieses Mal noch einen Schritt machte. Ich sah, wie der Weg unter mir selber zusammenbrach. Ebenso, wie jener in der Mitte zusammenbrach. Ich hörte panische Schreie von Seemops und Scheinux. Doch es war jede Hilfe zu spät für mich. Dann drehte sich die Welt um mich herum erneut. Und ich stand wieder auf dem Weg, den ich gerade vor mir gesehen hatte. Scheinux stand neben und stützte mich ab. Anscheinend wäre ich in meinem Schwindelanfall fast gestürzt. Was war das, Bulby? Geht's dir gut? Du bist auf einmal einfach umgekippt. Ich realisierte jetzt erst so wirklich, was geschehen war. Und was ich eben gesehen hatte. Ja, mir ist nur schwindelig geworden. Scheinux schien erleichtert. Okay, dann ist ja gut. Bist du sicher, dass nicht doch einer von uns vorgehen soll? Ja, bin ich. Scheinux ging wieder zurück an den Anfang des Weges zu Seemops. Und sie warteten, dass ich den nächsten Schritt ging. Doch ich tat es nicht. Ich wusste genau, was gerade geschehen war. Meine Vision war eine Fähigkeit von mir gewesen. Ich hatte sie vor vielen Jahren entdeckt, jedoch nie genutzt, weshalb ich Scheinux nicht einmal davon erzählt hatte. Hubbelup hatte mir erklärt, dass diese Fähigkeit ein sogenannter dimensionaler Schrei ist. Eine Vision aus einer anderen Zeit. Und vermutlich hatte ich gerade die Zukunft gesehen, die bei einem weiteren Schritt eingetreten wäre. Ich drehte mich um und ging zu meinen Freunden. Sie sahen mich verwirrt an. Hast du es dir anders überlegt? Soll doch jemand anderes vorgehen? Nein, keiner von uns wird auf diesen Weg gehen. Ich nehme den rechten Weg. Scheinux starrte mich ungläubig an. Den rechten? Aber der rechte Weg wird auf jeden Fall falsch sein. Willst du dich umbringen? Ich antwortete ihm nicht, sondern ging einfach los. Scheinux rief mir noch einiges nach, aber ich ignorierte ihn. Ich fokussierte mich nur auf meine Umgebung. Ich trat auf den rechten Weg, passierte den ersten Stein, trat auf den ebenfalls wackeligen zweiten und nahm dann den entscheidenden dritten Schritt. Der Boden begann zu beben. Bevor ich irgendetwas tun konnte, brach er zusammen. Nur nicht unter mir. Der rechte und der mittlere Weg zerfielen in kleinste Teile, während ich auf dem sicheren Felsen stand. Scheinux und Seemops kamen überrascht zu mir gelaufen. Wie hast du das auf einmal gewusst? Bulbi? Was? Wie konntest du auf einmal wissen, dass der linke Weg eine Falle war? Hast du jetzt einfach geraten? Bitte wartet noch mal ein bisschen ab. Wenn wir wieder auf dem Schiff sind, erkläre ich euch alles. Ich zitterte immer noch vor Adrenalin, als wenn der nächste Raum kam. Es schien bereits der letzte zu sein. Vor uns war ein Sockel. Auf ihm lag ein glänzender roter Edelstein. Um den Sockel herum befand sich ein Ring aus Flammen. Noch bevor ich überhaupt etwas sagen konnte, hatte Seemops sich selbstständig gemacht. Überlasst mir das, dieses Feuer ist kein Problem für mich. Er tat, wie er sagte und schoss eine Aquawelle auf die Flammen. Sie erstickten und der Weg zum Juwel war frei. Ich ging langsam auf den Sockel zu. Ich erwartete noch eine Falle. Doch es geschah nichts. Ich nahm den Vulkanstein zu mir und der Sockel senkte sich in den Erdboden. Die Umrisse des Kreises, der sich nun auf dem Boden befand, begannen zu leuchten, bevor sie einen Lichtstrahl in die Höhe schossen. Ich zeigte meinen Freunden an, den Lichtstrahl zu betreten, bevor ich es selbst tat. Kaum hatten wir ihn betreten, standen wir auch schon wieder in Groudons Höhle, den Vulkanstein immer noch in meiner Hand. Groudon selber war ebenfalls noch hier und sehr überrascht über unser plötzliches Erscheinen. Ihr seid schon zurück und ihr wart wirklich erfolgreich? Unfassbar! Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir uns nun zu unserem letzten Reiseziel aufmachen sollten, aber Groudon ließ mich nicht. Stattdessen sprach er weiter und lehrte mir etwas für mein Leben. Pass auf wem du vertraust, am Ende erwischst du den Falschen. Und jetzt geht mir meinen Stein und verschwindet aus meinem Reich. Ich war nicht die Einzige, die von Groudons plötzlichen Verhaltenswechsel überrascht war. Was soll das auf einmal? Ich dachte, du willst uns helfen. Schließlich hast du doch auch die Stimme in deinem Traum gehört. Ja, ich habe eine Stimme gehört, aber nicht von eurem Überlebenden. Ich habe eine Stimme gehört, die mir gesagt hat, dass ihr kommt und mir die Chance gebt, endlich das rote Juwel zu erhalten. Rotes Juwel? Meinst du den Vulkanstein? Vulkanstein nennen die Unwissenden. Rotes Juwel die Weisen. Dieser Juwel beinhaltet all meine verlorene Kraft. Das hast du uns doch schon erklärt, aber das ist doch auch gut so. Es hilft dir doch Zeit für dich zu haben. Versteht ihr Narren es nicht? Na gut, dann noch einmal für ganz Dumme. Hier also euch. Der rote Juwel hat nichts mit der Aktivität der Vulkane zu tun. Er existiert nur, um meine Kraft zu bannen. Die legendären Pokémon haben ihn erschaffen, nur weil ihnen meine Einstellung nicht gepasst hat. Sie wollten aus meiner wunderschönen Einöde des Feuers einen lächerlichen Wald machen. Aber jetzt, wo ihr mir diesen Stein gebracht habt, werde ich meine wahre Macht wieder entfalten können. Ich werde den Vulkankrater zur Explosion bringen und diesen lächerlichen Wald niederbrennen. Ich werde wieder das Paradies erschaffen, das mir genommen wurde. Und um das endgültig in eure Hohlbieren zu quetschen. Ich war nie bestimmt eurem lächerlichen Haufen beizutreten. Das ist der Job von irgendwem anders. Und jetzt gibt mir den Stein. Ansonsten hole ich mir ihn eigenhändig. Ich war nicht die einzige in unseren Reihen, die der Umschwung von Groudon schockierte. Doch was ich mich auch fragte, wer hatte zu Groudon gesprochen, wenn nicht der Überlebende? War es etwa die Determination selbst? Wusste sie von unserer Reise? Oder war es der Überlebende? Vielleicht wollte er seine Welt in Wahrheit nicht wiederbeleben, sondern irgendetwas mit unserer anstellen? Was, wenn er gar nicht wollte, dass wir die Eiswüste überlebten? Damit würde auch seine Nachricht, die Seemobs uns mitteilte, mehr Sinn machen. Aber ich verwarf diesen Gedanken. Warum sollte er gerade uns in eine Falle locken wollen? Wenn wir nicht auserwählt waren, eine Welt zu retten, dann gab es ja wohl keinen Grund, auf normale Pokémon wie uns loszugehen. Doch ich versetzte mich wieder ins Hier und Jetzt, indem es für Groudon sehr wohl einen Grund gab, auf Pokémon wie uns loszugehen. Aber auch wenn ein Kampf für uns eine schwere Prüfung werden würde, gab es keine andere Möglichkeit. Wir konnten nicht zulassen, dass so ein Tyrann wie Groudon den gesamten Wald niederbrennt und all seine Bewohner mit ihm. Und selbst wenn uns das egal wäre, wir bräuchten den roten Juwel trotz allem auch selber. Ich nahm mal all meinen Mut zusammen. Okay, wenn du den Stein so dringend haben willst, dann hol ihn dir doch. Narren! Ihr habt es nicht anders gewollt! Wir machten uns bereit für die Schlacht gegen Groudon, den Meister der Vulkane. Eine schwer gewinnbare Schlacht. Eine Schlacht, die nicht zustande kommen sollte. Denn was ich selber wieder vergessen hatte, war, dass unser Feind trotz allem kein Feuer Pokémon war, sondern ein Bodentyp. Deswegen waren Pflanzenattacken sehr stark gegen ihn. Und das wussten wir zwar nicht, aber jemand anderes. Kranken gruben sich aus dem Boden. Groudon war sehr verwirrt, was nun geschehen war, als sie ihn angriffen. Er verlor schnell das Bewusstsein, mehr aus Überraschung als aus Stärke der Attacke. Im Eingang zu seiner Höhle stand ein Pokémon. Ich glaubte nicht, die Art vorher schon einmal gesehen zu haben. Bevor irgendjemand von uns etwas sagen konnte, rief er, Schnell, kommt mit. Wir müssen hier weg, bevor er wieder zu sich kommt. Wir rannten dem fremden Pokémon hinterher. Während wir liefen, sprachen wir etwas mit ihm. Er fragte, ohne sich umzudrehen, sei denn in Ordnung? Da unser Kampf gegen Groudon ja noch nicht einmal begonnen hatte, waren wir alle mit dem Schrecken davon gekommen. Das ist gut. Ich habe Groudon ja schon lange im Auge. Und als ich vorhin bemerkt habe, dass irgendwas im Busch war, habe ich nachgeguckt. Ich habe euer Schiff landen sehen. Ah ja, vielleicht soll ich mich auch mal vorstellen. Mein Name ist Chillast. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diesen Wald zu beschützen. Wer seid ihr drei? Mein Name ist Bulbi. Ich heiße Seemobs. Und ich bin Shinox. Als Shinox ausgesprochen hatte, blieb Chillast abrupt stehen. Er drehte sich zum ersten Mal zu uns. Hast du gerade... Shinox gesagt? Sein Gesicht schien mit purer Ungläubigkeit gefüllt, als er zum ersten Mal unsere Runde betrachtete. Sein Blick blieb an Shinox hängen. Bist du es wirklich? Wir sahen uns alle verwirrt an. Warte, wie bist du es wirklich? Natürlich bin ich ich selber. Wer soll ich sonst sein? Seemobs war der erste von uns, dem auffiel, was Chillast meinen könnte. Warte. Kennst du ihn von früher? Chillast sah uns noch Ungläubiger als vorher. Warte. Erinnerst du dich etwa nicht an mich? Wie kannst du mich bitte vergessen haben? Ich unterbrach ihn und machte einen sinnvollen Vorschlag. Können wir bitte erst zu unserem Schiff weitergehen? Dort können wir das in Ruhe besprechen. Chillast, der jetzt sehr wütend aussah, fing sich wieder. Äh, ja, okay, gute Idee. Wir können auf der Fahrt weiterreden. Warte, auf der Fahrt? Wir müssen doch erst noch unser nächstes Teammitglied finden, um... Um die Welt aus der Legende wiederzubeleben. Ich weiß. Die Stimme in meinem Traum hat es mir erzählt. Ich hab mir bereits gedacht, dass ihr das seid, als euer Schiff gekommen ist. Warte, heißt das? Du bist unser Mitstreiter? Wenn du mir nicht glaubst, du hast doch ein Foto, mit dem du es prüfen kannst. Was bei Groudon übrigens auch eine gute Idee gewesen wäre. Tatsächlich erschien sein Bild bei Berührung auf dem Foto. Direkt neben Scheinux. Somit machten wir uns wieder auf unser Schiff und fuhren aufs offene Meer hinaus. Wir hatten letztendlich auch diese Expedition überstanden. Wir hatten den wohl... das rote Juwel und unseren neuen Freund gefunden. Ich wäre fast übermütig geworden. Doch ein unglaubliches Brüllen, das selbst die Erde zum Wackeln zu bringen schien, zeigte mir, dass Groudon nicht vergessen würde und dass er seinen Edelstahl nicht aufgeben würde. Zudem schien uns nur noch ein sehr intensives Gespräch mit Chelast bevorzustehen. Vor allem für Scheinux. Titel 7 Was von einst geblieben ist Während all der Zeit auf dem Weg zurück zum Schiff und auch der Zeit dort, bevor wir unser Gespräch begannen, warf Chelast Scheinux wütende Blicke zu. Dieser wusste offensichtlich nicht wirklich, was er tun sollte. Er wirkte verunsichert und verwirrt. Dann kamen wir endlich an den Punkt, an dem wir uns zusammensetzen und reden konnten. Chelast begann das Gespräch immer noch übel gelaunt. Also Scheinux, du willst mir hoffentlich nicht wirklich erzählen, dass du mich vergessen hast. Das kann doch wohl nicht. Scheinux unterbrach in Unsand. Ich hab's verstanden. Darf ich jetzt auch endlich mal was dazu sagen? Du hast mich ja schon vorhin nie zu Wort kommen lassen. Erstmal war es Chelast, der eingeschüchter Blicke. Ich war selber auch etwas unsicher. Scheinux wurde wirklich selten wütend. Nach einem Moment der Stille sprach er weiter. Danke. Ich versuche schon die ganze Zeit dir zu erklären, dass ich mich an nichts erinnere, was mir geschehen ist, bevor ich Bulbe getroffen habe. Ich erinnere mich an nichts, was nicht innerhalb der letzten 6 Jahre passiert ist. Das heißt, wenn ich dich vorher kannte, dann tut es mir leid, aber ich kann es auch nicht ändern. Chelast wirkte durch seine Worte deutlich verständnisvoller als vorher. Sechs Jahre. Ja, das passt. Das heißt, du bist es wirklich. Wir verloren alle langsam unsere Geduld. Was meinst du damit, dass er es wirklich ist? Ähm, wer ist er denn? Bitte erklär uns einfach, was du meinst, bevor mir auch noch der Geduldsfadenreist schillerst. Ah ja, tut mir leid. Also, um die Geschichte kurz zu fassen. Wir waren früher beste Freunde Scheinux. Wir haben zusammen in Hubelux Gilda ein Retterteam gebildet. Wahrscheinlich hat ihr den Namen alle schon einmal gehört, weil wir waren ziemlich bekannt. Alleine da wir eine Art Beweis waren, dass wir in einer Parallelwelt zu Jena aus der Legende leben. Zumindest haben wir beide zusammen das erste Abenteuer, das auch Team Rundecken erlebt hat, durchgemacht. Wir haben die Zeit vor dem Zusammenbruch gerettet. Wir haben die Welt vor der Zerstörung bewahrt. Das haben wir nur geschafft, weil wir ein unzertrennliches Team waren. Und zwar kein Feind zu stark. Nur, ich dachte nach unserem Sieg, als wir abschied voneinander nehmen mussten, gezwungenermaßen, wärst du in die Menschenwelt zurückgekehrt. Wir alle hatten bis zu diesem Punkt aufmerksam zugehört. Aber Scheinux unterbrach. Jetzt mach mal ganz langsam. Du erzählst mir gerade, dass ich zusammen mit dir die Zerstörung der Welt aufgehalten habe und in Wirklichkeit ein Mensch bin. Ich mein, ja, ich weiß nicht, was in meiner Vergangenheit passiert ist. Aber, das ist jetzt schon etwas sehr weit hergeholt, oder nicht? Ich weiß, für dich muss sich das alles sehr verrückt anhören, ist es aber nicht. Es passt ja auch alles perfekt ins Bild. Denn unser Abenteuer hat vor etwas mehr als 6 Jahren geendet. Nur kurz darauf bist du ohne Erinnerung irgendwie irgendwo anders aufgewacht. Ich finde zwar, das klingt alles sehr logisch und auch ziemlich nach Scheinux, aber ein großes Problem sehe ich dabei. Wir haben bis vor kurzem selber in der Hubelupfgilde gearbeitet. Hätte uns dann nicht, hätte irgendjemand dann nicht Scheinux erkennen müssen? Nein, erstens haben alle geglaubt, dass du für immer fort wärst. Außerdem denke ich, du hast dich ihnen nicht mit deinem Menschennamen vorgestellt, oder? Mein Menschenname? Was meinst du damit? Du hast schon immer zwei unterschiedliche Namen genutzt. Den Pokémon, die wussten, dass du ein Mensch bist, hast du deinen Menschennamen gesagt und für die anderen warst du Scheinux. Hast du etwa deinen Namen vergessen? Wie oft soll ich es noch sagen? Ich habe alles vergessen. Stimmt, tut mir leid, aber wenn du dich in der Gilde mit Bulby zusammen als Leon eingetragen hättest, hätten sie dich erkannt. Leon? Der Name klingt ja viel cooler als die Namen in unserer Welt. Das ist der Grund, warum viele Pokémon wie ich Spitznamen haben. Erstens, um Verwirrung zu vermeiden, falls man auf jemand anderen derselben Spezies trifft. Und zweitens, weil sie die Namen besser finden. Dieser Samen wäre mir zum Beispiel einfach viel zu lang. Außerdem finde ich, der Name Bulby passt viel besser zu mir. Und ich finde, Leon würde auch super zu dir passen, Scheinux. Er selber schien immer noch sehr unschlüssig, was er von alledem halten sollte, was ihm gerade gesagt wurde. Mir wäre es recht, wenn ihr bei Scheinux bleiben würdet. Mit diesen Worten verließ er einfach den Raum. Ich verstand, dass er auch erst einmal Zeit für sich brauchte, aber als Cellast ihm folgen wollte, stoppte ich ihn. Warte, eine Sache noch. Wo warst du denn all die Zeit, wenn du früher auch in der Gilde warst? Alleine konnte ich kein Team führen. Und ehrlich gesagt, wollte ich ohne Scheinux auch gar nicht weitermachen. Deswegen bin ich eben in den Waldkontinent gereist, um den Wald zu beschützen. Er wollte erneut den Raum verlassen, doch dieses Mal hielt ihn sein eigenes Interesse zurück. Seamux stellte mir nämlich eine Frage. Und Bulby, was vorhin war jetzt genau eigentlich am Lavasee los? Woher wusstest du auf einmal den Weg? Das Ganze hängt mit einer speziellen Fähigkeit von mir zusammen. Es wird dimensionaler Schrei genannt. So bewirkt er sich manchmal, wenn ich etwas berühre, etwas in der Zukunft oder der Vergangenheit des Objekts sehe. In diesem Fall zum Beispiel, wie ich selber in die Lava gestürzt bin, weil ich den falschen Weg genommen hatte. Bevor Seamux überhaupt die Chance bekam zu reagieren, überraschte Chillast uns erneut. Du hast auch den dimensionalen Schrei? Ich dachte, Scheinux wäre der einzige. Ich und Seamux starrten ihn ungläubig an. Bitte was? Scheinux hat den dimensionalen Schrei? Was? Das wusstet ihr nicht? Selbst wenn er ihn vergessen hatte, hätte er sich doch irgendwann einfach aktivieren müssen. Aber ja, er hat ihn. Und eine letzte Sache noch, bevor ich gehe. Ich soll euch eine Nachricht vom Überlebenden bringen. Diesen Kampf habt ihr gewonnen, doch der Krieg hat gerade erst angefangen. Der Rest des Tages verging sehr langsam. Scheinux weigerte sich mit, Chillast oder Seamux zu reden. Als ich ihn einmal in einer ruhigen Minute erwischt hatte, konnten wir zumindest ein paar Worte wechseln. Er erzählte mir, dass er sich nicht vorstellen konnte, das Pokémon zu sein, das Chillast behauptete. Und er sagte auch, er wolle es nicht sein. Er hatte zwar jetzt die Wahrheit über seine Vergangenheit, doch er wünschte sich, sie nie erfahren zu haben. Es war ihm zuwider ein Mensch zu sein. Und vor allem war er sauer. Auf Chillast und auf die Gilde. Sie hätten ihm all dies schon vor langer Zeit sagen können. Doch wie er sagte, sie hatten ihn damals einfach aufgegeben und deswegen nicht erkannt. Sie hatten sofort den Glauben an ihn verloren. Und auch wenn ich selber nicht der genau selben Ansicht war, wollte ich ihm nicht widersprechen. Ich wusste, ich konnte mir nicht vorstellen, wie schwer es fühlen war und entschied mich, ihm Zeit für sich zu lassen. Aber zuvor erklärte ich ihm auch noch meinen dimensionalen Schrei, ohne Chillasts Kommentar zu erwähnen. Zudem hatte ich anderes im Kopf, was ich den ganzen Tag über plante. In der Nacht, als alle schliefen, schlich ich mich heimlich zu Scheinux selbstgebauter Maschine. Ich wollte mit Abra sprechen, ohne dass jemand anderes zuhörte. Ich aktivierte die Maschine, wie Scheinux es uns gezeigt hatte. Ich rechnete nicht damit, Abra zu dieser Zeit bei irgendwas zu stören. Es dauerte nur Sekunden, bis er antwortete. Bulbi, Scheinux, seid ihr das wieder? Ich bin das, Scheinux schläft schon. Das stimmt, aber ich müsste inzwischen mitten in der Nacht sein. Was denn so dringend, dass du dich zu so einer Zeit bei mir meldest? Ich muss über einiges reden. Ich dachte, es wäre besser, wenn die anderen, vor allem Scheinux, nichts davon mitbekämen. Aber eine Frage vorher. Bist du gerade in der Gilde und ist so beloofbar? Er wirkte nun leicht verunsichert. Ähm, ja, ja auf beides. Was denn los? Okay, kannst du Hubelupf bitte fragen, ob der Name Leon ihm etwas sagt? Ich dachte, es würde ihm zunächst einen Moment Funkstille geben, während er Hubelupf ausfragte. Jedoch antwortete er sofort. Da muss ich ihn gar nicht fragen. Jeder in der Gilde kennt diesen Namen. Woher hast du ihn auf einmal? Ich überlegte, ob ich Abra die Wahrheit über Scheinux erzählen sollte. Doch im letzten Moment entschied ich mich dagegen. Ich wusste nicht, ob er es überhaupt so wollen würde. Und wenn ja, dann wäre es das Beste, wenn er es der Gilde selber erzählen würde. Doch ich wusste, dass sie sich trotzdem alle freuen würden, von Chillast zu hören. Von unserem neuen Teammitglied. So wie er es erzählt hat, müsstet ihr ihn ja auch noch kennen, oder? Also Leons besten Freund, Chillast. Abra war im Moment völlig verstummt. Warte, Chillast ist in eurem Team? Wie geht es ihm? Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Es geht ihm ganz gut. Das Verhältnis zwischen ihm und Scheinux ist nur etwas kompliziert. Ich dachte mir, ich konnte die Lage so gut ohne zu lügen und ohne die volle Wahrheit zu erzählen zusammenfassen. Er erinnert ihn sehr an Leon, richtig? Uns allen anderen ginge es auch nicht anders, als er hier aufgetaucht ist. Wenn ich wüsste, dass er in seine Welt zurückgekehrt ist, könnte man beinahe meinen, sie wären ein und dasselbe Pokémon. Ich war etwas nervös. Abra könnte bemerken, was wirklich hinter meinen Worten steckte. Deswegen versuchte ich schnell vom Thema wegzukommen. Ähm, naja, das kann schon sein, aber... Abra, noch etwas anderes. Genauer gesagt, zwei Sachen. Erst einmal, kannst du mir etwas über ein Pokémon namens Groudon erzählen? Groudon? Du meinst den Groudon? Das legendäre Groudon? Äh, ja? Was ist denn mit ihm? Hast du noch nichts von ihm gehört? Er ist von den legendären Pokémon unserer Welt mit Abstand das berüchtigste und wahrscheinlich auch stärkste. Er hatte früher die Macht Kontinente aus dem Meer zu erheben und die Erdkruste zu beeinflussen. Er hat diese Macht aber nie für irgendetwas Gutes genutzt, sondern immer nur um sein eigenes Reich zu bilden. Die anderen legendären Pokémon hatten ihn deswegen schon lange im Auge, wussten aber nicht, was sie tun sollten. Irgendwann haben sie es dann mit Hoopas Hilfe geschafft, einen Teil von Groudons Kraft in einen Kristall zu bannen. Den haben sie dann sicher versteckt. Wenn er den Kristall wieder bekommen würde, dann könnte er seine Proto-Energie entfalten, die den Planeten selber formen kann. Und ich denke, das würde keiner wollen. Aber viele, und eigentlich ich auch, sind uns ziemlich sicher, dass Groudon nur eine Erfindung ist. Ein Pokémon, das die Erde formen kann, wäre nun doch etwas zu stark. Mit dieser Ansprache hatte Abra eigentlich genau das Gegenteil von dem bewegt, was ich gehofft hatte. Er hatte mir nicht wirklich brauchbare Informationen gegeben und mir nur erklärt, wie überaus mächtig Groudon war. Na prima, dann halt du ihn mal schön weiter für eine Legende, während er uns auf die Nerven geht. Wieder herrscht dein Moment Stille. Äh, jetzt warte mal nach einem Moment. Du willst mir sagen, dass Groudon existiert und hinter euch her ist? Was zur Hölle habt ihr getan? Was denkst du, wie ihr da wieder lebendig rauskommen wollt? Ihr könnt euch doch nicht einfach mit Groudon anlegen. Wir hatten keine Wahl. Wir brauchten den roten Juwel, um den Überlebenden finden zu können. Was? Ihr habt sogar den... Ja, bitte einmal durch. Bulb, ich hör mir gut zu. Egal, was passiert. Der Juwel darf Groudon nicht in die Hände fallen. Ihr schwebt in großer Gefahr. Passt auf jeden Fall auf, was ihr tut. Das werden wir schon. Aber über eine Sache wollte ich auch noch reden. Über etwas, das mir im Moment deutlich mehr Sorgen macht, als so ein fetter Godzilla, der sein Stein wie er haben will. Aber Abra, bitte versprich mir, dass du keinem etwas davon erzählst. Kein meiner Freunde kämen der Gilde, nicht einmal den Meister. Wie? Warum muss das denn? Bitte Abra, versprich es mir einfach. Erneut atmete er schwer durch. Okay, wenn es dir so wichtig ist. Ich werde niemandem davon erzählen. Also, was belastet dich denn so sehr? Es geht darum, was nach unserem Sieg passiert, wenn wir es schaffen sollten. Was soll denn nach eurem Sieg noch passieren? Euer Sieg wird endgültigt. Danach könnt ihr zurückkehren und tun, was immer ihr wollt. Ihr werdet gefeierte Helden sein. Was macht ihr... Was macht ihr denn bitte daran Sorgen? Es ist nur... Es kann sein, dass du mich jetzt für naiv und bescheuert hättest, aber... In den ersten beiden Tagebüchern der Legende hat sich immer dasselbe Ende abgespielt. Immer musste der Protagonist all seine Freunde und seine Welt verlassen. Es gab nie ein gutes Ende. Was ist, wenn das Schicksal es so will? Ich denke immer wieder drüber nach, dass es doch gut sein könnte, dass nach diesem Abenteuer ich vielleicht nicht mehr zurückkehren kann. Vielleicht ist es mein Schicksal. Und wieder trat Stille ein. Dieses Mal für ein gutes Stück länger. Abra schien sich gut zu überlegen, was er sagte. Aber alleine das half mir schon. Ich wusste somit zumindest, dass er meine Sorgen ernst nahm. Ich hatte Angst gehabt, er würde es einfach als dumme Idee abtun. Jedoch schien er mich zu verstehen. Nach einer Weile hörte ich ihn wieder. Ich nehme diese Sorge natürlich ernst. Aber was genau du tun kannst, kann ich dir nicht sagen. Und wenn das Schicksal es wirklich so wollen würde, wäre es natürlich auch möglich, dass man nichts dagegen tun kann. Aber wenn ich dir einen Rat geben soll, natürlich kann es sein, aber es ist noch nicht sicher. Solltest du dir nicht zu viele Sorgen machen. Und auch wenn du es vielleicht nicht gerne hörst. Ich denke, du solltest nicht mit mir reden, sondern mit deinen Freunden. Mit denen, die mit dir reisen. Sie können dir bestimmt besser helfen als ich. Und wenn irgendwann eure finale Schlacht ansteht, werden sie alles tun, um zu verhindern, dass irgendjemand verschwinden muss. Sie werden dich verstehen. Und du weißt auch, dass sie immer für dich da sein werden. Vor allem Scheinux. Und auch wenn man nichts ändern kann, es wird dir helfen, über deine Sorgen zu reden. Letztendlich kann ich dir die Entscheidung natürlich nicht abnehmen, aber ich rate dir, mit ihnen zu reden. Ich werde drüber nachdenken. Dann hört er sich mit. Ich durfte nicht ausreden. Unser Schiff wurde von Flutwellen umhergeschleudert und ich flieh zu Boden. Scheinux Maschine knallte gegen die Wand und es kamen nur noch verzerrte Geräusche heraus. Soweit ich aus dem Fenster erkennen konnte, stürmte es draußen so heftig, dass unser Boot dem Ganzen nicht mehr standhalten konnte. Aus jeder Wand trat Wasser ein und schon bald verlor ich mein Bewusstsein. Kapitel 8 1 gegen 1 um den roten Juwel Also ich weiß nicht, wie ich das Ganze jetzt anfangen soll. Also dieses Kapitel hat ausnahmsweise nicht Bulbi geschrieben, sondern sie hat mir gesagt, dass ich es einfach irgendwann nachtragen soll, weil mir viel mehr passiert ist als ihr. Ah ja, vielleicht sollte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Scheinux und ich habe keine Idee, wie man Geschichten schreibt. Das ist dann wohl eher Bulbis Fachgebiet. Aber naja, ich werde trotzdem so genau wie möglich erzählen, was ich nach dem Sturm zugetragen hatte. Also, als ich wieder aufgewacht bin, lag ich an einem Sandstrand mitten auf einer einsamen Insel. Vor mir war ein großer Urwald mit einem beeindruckenden Vulkan im Zentrum. Nicht so beeindruckend wie der von Groudon, aber ich brauchte einen Moment, um klar zu denken und zu realisieren, was geschehen war. Unser Schiff hatte den Sturm nicht überstanden und alle, die darauf waren, wurden von den Fluten weggeschwemmt. Ich hatte offensichtlich großes Glück, auf einer Insel zu landen, aber ich wusste nicht, ob die anderen es auch gehabt hatten. Ich hoffte, dass es Bulbi und Seemops gut ging, um Schlast scherze ich mich ehrlich gesagt eher weniger. Ich war immer noch sauer auf ihn, der mich offensichtlich bei meinem Verschwinden am Zeitraum sofort aufgegeben hatte. Ich beschloss, dass es das Sinnvollste war, zunächst die Insel abzusuchen, in der Hoffnung jemanden zu finden. Aber als ich aufstand, bemerkte ich, dass am Rand des Waldes ein Nachthara stand und mich anstarrte. Kaum hatte es mich bemerkt, verschwand es. Ich dachte nicht lange darüber nach und lief den Strand ab. Um es kurz zu fassen, ich fand keinen meiner Freunde am Strand, nicht einmal Spuren von ihm. Was ich jedoch fand, war Bulbis Beutel. Das war für mich schon einmal eine große Erleichterung, denn ich stellte fest, dass sich der rote Juwel noch in ihm befand. Somit hatten wir zumindest den, sobald wir wieder versammelt waren und unser letztes Teammitglied gefunden hatten. Auch noch eine Suche, die sich als sehr schwer herausstellen konnte, denn der Inselkontinent umfasste etwa 100 kleine Islands. Das wiederum hieß auch, dass es Monate oder gar Jahre dauern konnte, all meine Freunde zu finden, falls sie überhaupt noch am Leben waren. Aber ich wusste, dass Trübsalblasen mir nicht half. Ich machte mich als nächstes auf in den Dschungel, um dort nach ihnen zu suchen. Ich hoffte inständig, dass es in diesem Regenwald keine großen Spinnen-Pokémon oder gar giftige Insekten gab. Jedoch musste ich so oder so hinein. Die erste halbe Stunde blieb ich auch dort erfolglos. Doch dann bemerkte ich erneut ein Pokémon, das mich beobachtete. Ein Psiana. Es wollte wieder sofort flüchten, als ich es bemerkt hatte, aber dieses Mal stoppte ich es. Warte, ich brauche deine Hilfe. Es blieb tatsächlich stehen und ich begab mich zu ihm. Ich suche meine Freunde. Hast du auf der Insel irgendwelche Fremden gesehen? Obwohl es zunächst sehr nervös war, schien es sofort sehr aufgeregt. Fremde? Zum Beispiel ein Seemobs oder ein Chillast? Ja, ja genau, die beiden. Weißt du, wo sie sind? Ja, ich habe die beiden schon zueinander geführt. Sie sind auf einer Lichtung im Wald. Aber vorher haben sie von dir geredet. Du bist nicht zufällig Scheinux, oder? Ich war etwas verwirrt. Äh, doch, der bin ich. Warum denn? Bitte folgt mir. Bevor ich überhaupt fragen konnte, was denn los war, rannte das Psiana los, mitten in Richtung des Vulkans. Ich folgte ihm. Einerseits neugierig, was denn so wichtig war. Und andererseits brauchte ich es, um Chillast und Seemobs zu finden. Ich musste ihm einige Zeit hinterherrennen, als ich glaubte, zwischen den Bäumen eine Lichtung zu erkennen. Das Psiana sprang durch das Gebüsch, und bevor ich es auch konnte, erhellte ein seltsamer Lichtblitz alles um mich herum. Ich ließ mich nicht beirren und lief weiter. Auf der anderen Seite, mitten auf der Lichtung, stand ein Evoli. Von Psiana war keine Spur mehr. Du bist also wirklich Scheinux? Ich musste erst kurz zu Atmen kommen. Ja. Ja, da bin ich. Wo ist denn das Psiana hin? Sie ist weg. Sie wollte dich nur hierher bringen. Ich muss nämlich mit dir sprechen. Du... Er sucht immer noch einen Mitstreiter. Sehe ich das richtig? Ich brauchte einen Moment, um zu begreifen, was sie sagte. Äh, bitte was? Also, ja, das tun wir, aber... Ich hab's im Traum gehört, so wie Seemobs und Chillast auch. Ich will euch helfen. Wenn du dir nicht sicher bist, was ich auch verstehen kann, du hast doch das Foto in deinem Beutel, oder nicht? Ich durchsuchte den Beutel noch einmal gründlich. Als ich beim ersten Mal gesehen hatte, dass das Juwel dort war, hatte ich den Rest eigentlich ignoriert. Es war tatsächlich auch noch da, und aus irgendeinem Grund nicht einmal durchweicht. Ich war zunächst verwirrt, weshalb das Evoli sogar davon wusste, jedoch nahm ich einfach an, dass der Überlebende ihr mehr gesagt hatte als den anderen, und es reichte mir. Kaum hatte sie es an sich genommen, bildete sich aus den Farben des Hintergrundes ein Bild eines Evoli direkt neben dem von Chillast. Diesmal hatten wir tatsächlich riesiges Glück gehabt. Wir hatten unsere Mitstreiterin früh gefunden. Zudem waren auch Seemobs und Chillast hier. Nun mussten wir nur noch Bulby finden. Hallo, hörst du mir zu? Ich musste sehr in Gedanken versuchen gewesen sein, denn erst dann merkte ich, dass das Evoli mich ansprach. Äh, tut mir leid, ich war grad mit dem Kopf woanders. Ich merkte jetzt schon, was für eine Art von Persönlichkeit dieses Evoli hatte. Mach gar nix, hier hast du dein Foto wieder. Sollen wir zu deinen Freunden gehen, damit wir auch Bulby finden können? Ja klar. Wir liefen nicht lange durch den Wald. Das Evoli hatte sich geweigert, sich jetzt schon vorzustellen, was aber auch Sinn machte. Sie versprach uns etwas über sich zu erzählen, sobald unser Team wieder vollständig war. Wir kamen schnell an der richtigen Lichtung an. Chillast und Seemobs warteten bereits dort. Jedoch diskutierten sie aufgeregt. Sie sahen beide sehr besorgt und eingeschüchtert aus. Chillast, Seemobs, was ist denn hier los? Ah, le- Scheinux, gut, dass du hier bist. Wir haben ein großes Problem. Worum geht es? Um Bulby. Wisst ihr, wo sie ist? Das wäre schon mal ein großer Vorteil für uns. Ja, wissen wir, aber das ist garantiert kein Vorteil. Es ist in einer Höhle, wenige Kilometer im Norden, aber... Groudon ist auch dort. Ich hörte, wie er noch weiter sprach, aber ich verstand den Inhalt nicht mehr. In meinem Kopf kreiste noch ein Gedanke umher. Bevor irgendjemand noch etwas sagen konnte, war ich bereits losgerannt. Genau nach Norden. Ich hörte noch, wie Chillast mir hinterher rief, aber ich ignorierte ihn und rannte weiter. Ich rannte vermutlich so schnell, wie noch nie zuvor. Ich wollte so schnell, wie ich konnte Groudons Unterschlupf erreichen. Ich weiß heute natürlich, dass es sehr naiv war, einfach ohne Plan oder überhaupt eine Idee, mitten dort hinzugehen, vor allem mit dem roten Juwel im Gepäck. Aber in diesem Moment ignorierte ich all diese Fakten. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ich tatsächlich an einem Steinhügel ankam. Ich wusste, es musste die Rückseite der Höhle sein. Aus dem Inneren hörte ich Stimmen. Wo hast du mein Juwel versteckt? Ich weiß genau, dass du ihn hattest. Wie soll ich es noch sagen? Unser Schiff ist gekentert. Ich habe keine Ahnung, was aus meinen Items geworden ist. Ich weiß nicht mal, wo meine Freunde sind. Lüg mich nicht an! Ich habe vorhin schon zwei von ihnen gesehen. Und wenn sie hier sind, muss das heißen, dass du lügst. Also, wo ist mein Juwel? Ich erkannte beide Stimmen sofort. Und dank dem Inhalt ihres Gespräches war es sogar mehr als sicher, dass es sich um Groudon und Bulby handelte. Wieder handelte ich unüberlegt und stürmte um den Steinhaufen herum und in den Höhleneingang. Dort sah ich die beiden sofort. Groudon hatte eines von Bulbys Beinen unter einem Stein eingeklemmt, um ihre Flucht zu verhindern. Sie lügt nicht. Unser Schiff ist gekentert. Beide bemerkten mich nun. Scheinux, verschwinde von hier! Ich werde nicht von hier verschwinden. Wenn hier jemand verschwindet, dann bist du das, Groudon. Dieser sah amüsiert zu mir. Ach, sieh an! Jetzt ist der Moment der Geschichte, in der der Retter auf den Plan tritt, um seine Freundin zu retten. Wie süß! Du weißt, weshalb ich hier bin. Gib mir den Juwel und ihr dürft ziehen. Ich fühlte die Wärme des Juwels in dem Beutel. Du weißt, dass ich dir den Juwel nicht gebe. Wenn du ihn haben willst, dann kämpf um ihn. Er begann zu lachen. Du forderst mich heraus. Dir ist aber klar, dass ich diesmal auf Überraschungsangriffe von eurem Schildkrötenfreund vorbereitet bin und in einem fairen Kampf könnten mich alle Bewohner des Waldes zusammen nicht besiegen. Aber wenn du unbedingt drauf bestehst, dann zeig mir, was du kannst. Und so begann mein erster wirklicher Kampf in meinem Leben, an den ich mich erinnern kann. Ich wusste selber, dass ein Kampf eine wirklich törichte Idee war. Vor allem, da neben all den Fakten von wegen Kontinente erschaffen und Erde formen auch noch mein Typennachteil hinzu kam. Jedoch gab es für mich keine andere Möglichkeit. Und zumindest hatte ich einen Vorteil. Während ich sehr klein und agil bin, konnte der metergroße fettlos die Groudon-Attacken deutlich schwerer ausweichen als ich. Das Problem war nur, dass dieser Vorteil natürlich wenig nützte, im Anbetracht der Tatsache, dass meine stärksten Angriffe allesamt keine Wirkung auf Groudon zeigten. Während er also mit riesigen Felsen und Schlammlawinen um sich schoss, konnte ich ihn ledig tacklen und beißen. Eine Flucht wäre rein theoretisch auch möglich gewesen. Jedoch wollte ich gar nicht wissen, was mit Pulbi passieren würde, wenn ich diese Möglichkeit wahrnahm. Ich versuchte alles, um gegen ihn anzukämpfen. Es kam mir vor, als würde es eine stundenlange Schlacht sein, auch wenn es in Wirklichkeit kaum 5 Minuten waren. Dies war auch der Grund, weshalb mein erster Plan nicht funktionierte. Groudon so lange in Schach halten, bis die anderen ankommen würden. Mit einem Eis- und einem Pflanzen-Pokémon an meiner Seite würde ein Kampf gegen ein Boden-Pokémon nun einmal deutlich einfacher werden. Aber ich wusste, sie würden, selbst wenn sie sich beeilen würden, vor allem durch Seemops Fortbewegung, die außerhalb von Schnee eher schlecht funktionierte, mindestens 20 Minuten brauchen, um die Höhle zu erreichen. Während diese drei sich also ihren Weg zur Höhle bahnten, musste ich gegen Groudon ankommen. Auch wenn ich klein und agil war, schaffte ich es nicht, immer ihm auszuweichen. Auch wenn ich das Glück hatte, wenn dann von Gesteinsangriffen getroffen zu werden. Aber dass diese nicht sehr effektiv gegen mich waren, half mir auch nicht wirklich weiter. Natürlich hatte ich trotzdem große Probleme, wenn ich von Felsen getroffen wurde, die beinahe so groß waren wie ich selber. Groudon schien auch zu bemerken, wie ich schwächelte. Und es sah stark danach aus, als würde ich diese Schlacht tatsächlich verlieren. Vor allem, da mein Feind selber nicht schien, als würde er meine Attacken überhaupt spüren. Als ich langsamer wurde, nutzte Groudon die Zeit für einen Erdbebenangriff. Anders als viele denken, fügt dieser Angriff Pokémon zwar keinen wahren Schaden zu, aber es reichte allemal, um mich in meinem geschwächten Zustand von den Füßen zu werfen. Ich landete mit voller Wucht auf dem Boden und versuchte wieder aufzustehen, aber mein Körper wollte nicht mehr. Ich sah, wie Groudon sich langsam näherte. Doch dann stoppte er. Sein Blick fiel auf meinen Beutel, den ich bei meinem Sturz verloren hatte. Er griff nach ihm und nahm sich den Edelstein. Du hast großes Glück, dass ich heute so gute Laune habe. Dafür, dass du mir den Juwel ausgeliefert hast, lasse ich dir dein Leben. Aber wagt es nicht, mein Reich der Flammen je zu betreten. Ansonsten werdet ihr nicht die gleiche Gnade erfahren. Er verschwand mit einem irren Lachen inmitten einer Säule von Flammen. Gerade in diesem Moment trafen Seemops, Chillast und das Evoli ein. Scheinux, Bulby, geht es euch gut? Während Seemops und das Evoli den Felsen von Bulbys Fuß entfernten, half Chillast mir wieder auf. Mein Körper schmerzte, aber ich hatte nicht das Gefühl ernsthaft verletzt zu sein. Was passiert? Ich und Bulby schwiegen einen Moment. Grodon, er... Er hat den Juwel. Es tut mir leid. Ich hätte nicht so naiv sein dürfen. Unsere Mission ist gescheitert, nur weil ich zu dumm war. Grodon wird den Wald zerstören und wir werden den Überlebenden nie finden. Ich sah auf den Boden. Für wenige Sekunden herrschte Stille. Dann hörte ich das Evoli reden. Er... Er hat den Stein genommen und ist von hier verschwunden? Ihr Tonfall wirkte sehr, als ob sie es nicht realisieren konnte. Aber das änderte sich auf einmal völlig. Er hat ihn wirklich genommen? Es hat also geklappt. Wir sind ihn los. Alle starrten sie verständnislos an, bevor Chillast sie anfeigste. Und einmal ist dir eigentlich bewusst, was Grodon mit diesem Stein machen kann? Er wird den ganzen Wald niederbrennen und all seine Bewohner mit ihm. Und du freust dich über die Lage? Nein, mit dem Stein kann er überhaupt nichts anfangen. Ach ja, und weswegen war er dann vor Grodon versteckt? Oder er hat uns wegen ihm angegriffen und gejagt? Weil er Spaß daran hatte? Nein, weil er dem Überlebenden auf den Laien gegangen ist. Mit dem Rumbi kann er machen, was er will. Davon gibt es hier in den Höhlen Hunderte. Kapitel 9 Das degenerierte Pokémon Wieder starten wir sie alle verwirrt an. Kommt best mit zu meiner Höhle am Vulkan. Da erkläre ich euch alles. Sie satzen mir anscheinungs. Und euch beiden kann ich da auch besser helfen. Etwa eine Stunde später saßen wir alle zusammen um eine kleine Lava-Pfütze. Das Evoli hatte einen Verband um mein Bein gewickelt und scheinungs einige feuchte Blätter gegeben, um seine Verletzung zu kühlen. Also ich denke, es besteht jetzt einiges an Klärungsbedarf. Zuerst mal das Wichtigste. Sie ging in eine Ecke des Raumes, in der ein Haufen Laub lag und nahm einen Edelstein heraus. Er sah genauso aus wie der, den wir gefunden hatten, nur irgendwie noch... ...mächtiger. Das ist der Vulkanstein oder auch das rote Juwel. Und wie kommst du an diesen Stein? Und warum wussten wir nichts davon? Das hätte uns einiges erspart. Tut mir leid, aber es ging nicht anders. Mir hatte der Überlebende schon vor zwei Monaten im Traum vor ihrer Ankunft berichtet. Ja, übrigens, außer scheinungsweise ist noch keiner von euch. Ich werde euch als letzte Mitstreiterin helfen. Aber zurück zum Thema. Er hat mir aufgetragen, den Vulkanstein zu holen und durch einen Rubin zu ersetzen. Euch hatte er nichts davon gesagt. Grodon wusste nämlich dank der Determination schon, dass ihr den Stein holen wollten würdet. Und wenn er ihn auf einmal nicht gewollt hätte, dann wäre er misstrauisch geworden und hätte vielleicht die Wahrheit herausgefunden. Deswegen konnte ich euch nichts sagen, bevor Grodon verschwunden war. Tut mir leid, dass ich euch solche Probleme gemacht habe. Als ich so darüber nachdachte, erkannte ich den Zusammenhang zwischen all den Ereignissen. Und ich bemerkte eines erneut. Der Überlebende hatte alles, was auf dieser Reise vor sich ging, so weit im Voraus geplant. Und jedes Detail bedacht. Was Planung angeht, musste er wirklich so etwas wie ein Genie sein. Scheinux sprach als erster aus, was wir alle dachten. Dafür musst du dich doch nicht entschuldigen. Du hast nur getan, was der Überlebende dir gesagt hat. Und wenn er diesen Plan nicht gehabt hätte, dann wäre unsere Reise jetzt gescheitert. Danke, dass ihr das so positiv seht. Also ich denke, es wird erstmal Zeit, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Evie. Ich wohne inzwischen ungefähr seit 13 Jahren hier auf der Insel. Und die anderen Evoli-Formen auf der Insel, sind sie deine Familie? Also zum Beispiel das Nachthara und das Psiana? Ihre Antwort fiel, vor allem da Scheinux offensichtlich sogar Evoli-Entwicklungen getroffen hatte, sehr überraschend aus. Auf dieser Insel lebt niemand außer mir. Deswegen fühle ich mich oft auch sehr einsam. Scheinux schien noch verwirrter zu sein als wir anderen. Warte, ich habe sie doch selber getroffen. Du hast mir doch sogar bei unserem ersten Treffen gesagt, dass sie mich zu dir geführt haben. Ich... Ich habe dich angelogen. Einer hast du dich noch an den Lichtblitz, den du gesehen hast, direkt nachdem das Psiana durch die Büsche verschwunden ist. Das Ganze hängt mit meinem Problem zusammen. Was für ein Problem denn? Ich bin... Ein genetisch kaputtes Pokémon. Genetisch kaputt? Das hört sich verdammt schlimm an. Dafür siehst du aber ziemlich gesund aus. Es ist nicht, wonach es sich anhört. Ich habe früher mit meinem Rudel auf dem Waldkontinent gelebt, aber alle hatten dort immer Angst vor mir. Sie sagten vermutlich, ich wäre verflucht oder so etwas. Sie hatten Angst um sich selber und haben mich aus ihrem Territorium verbannt. Seitdem lebe ich hier. Das ist ja schrecklich. Aber was genau ist dann das Problem? Oder möchtest du lieber nicht darüber sprechen? Selbst wenn ich es nicht wollen würde, müsste ich es wahrscheinlich. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass es der Grund ist, warum ich überhaupt für diese Reise ausgewählt wurde. Sache ist nämlich die... Seit meiner Geburt... Ich kann mich entwickeln, wann und wo ich will. In jeder Form, in die Evoli sich entwickeln können. Und wieder zurück. Das größte Problem in meinem Stamm war, dass einige neidisch auf diese Fähigkeit waren. Außerdem... Gelang es mir nicht immer perfekt es zu kontrollieren. Manchmal entwickle ich mich einfach so wie bei einer Reaktion. Das kann mir in manchen Situationen zwar helfen, zum Beispiel... Auf einmal sprangen sie mitten auf die Lava in unserer Mitte zu. Ich erschrak kurz, aber als sie sie berührte, leuchtete die Gegend auf und ein Flammarer stand mitten der Lava. Zum Beispiel in solchen Situationen. Das hat sich zum Beispiel gebraucht, als ich den roten Juwel geholt habe. Ich habe nämlich den linken Weg gewählt. Aber es hat vor allem früher auch oft geschadet. Wenn ich mich an einem heißen Tag einfach unfreiwillig entwickelt und somit einen Waldbrand ausgelöst habe, zum Beispiel. Oder als ich Bernd für die Vorratskammer anpflanzen sollte und nach einer Berührung das Feld voller Unkraut war. Sie stieg wieder aus der Pfütze und verwandelte sich zurück. Sie waren alle sehr fasziniert von ihrer Fähigkeit. Aber... Das ist doch etwas Gutes, das ist etwas einzigartiges und vor allem eine sehr nützliche Fähigkeit. Ivi sah die ganze Zeit während ihrer Schilderung ziemlich niedergeschlagen aus. Aber ihr Ausdruck änderte sich von einem Moment auf den anderen. Sie entwickelte sich zu einem Nachthara, offensichtlich aus Reaktion. Etwas Gutes? Wie kannst du diesen Flur etwas Gutes nennen? Etwas Gutes nimmt einem nicht alles, was man hat und verbann einen für 13 Jahre auf eine einsame Insel. Diese Fähigkeit ist ein verdammter Fluch. Hätte ich etwas dazu sagen können, hätte ich ihn nie haben wollen. Aber ich bin jetzt hier und muss mir anhören, dass es was Gutes ist. Scheinungs wirkte sehr eingeschüchtert. Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass du es so schlimm findest. Ivi entwickelte sich wieder zurück in ihre normale Form. Sie wirkte wieder sehr traurig statt wütend. Nein, das muss dir nicht leid tun. Ich weiß ja selber, dass es gut sein kann. Und du konntest ja auch nicht wissen, dass ich so reagiere. Aber das ist ja gerade das Problem. Nicht einmal ich wusste das. Deswegen bin ich oft wirklich unzumutbar. Deswegen wusste ich am Anfang auch nicht wirklich, ob ich euch überhaupt begleiten sollte. Wahrscheinlich mache ich euch am Ende mehr Probleme, als euch zu helfen. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich werde versuchen es mit euch nicht zu versauen, wie mit meinem Rudel. Wir wussten, dass es für uns alle das Beste war. Deswegen wechselt sich das Thema. Wo wir gerade bei der Reise sind, was müssen wir jetzt machen? Was bringt uns der Vulkanstein? Auf einmal wirkte Ivi schon wieder hochmotiviert. Kommt zum Strand, aber vorher noch eine Sache. Ich soll euch was vom Überlebenden ausrichten. Wir alle wussten bereits, was Ivi jetzt sagen würde. Diesen Kampf habt ihr gewonnen, aber der Krieg hat gerade erst angefangen. Eine Stunde später waren wir am Strand angekommen. Wir brauchten eine Weile, da vor allem Scheinux und ich nur langsam vorankamen. Aber es schien niemanden von den anderen zu stören. Ivi lief die ganze Zeit vorne weg und hüpfte und rannte ausgelassen im Kreis herum. Ich wollte auf dem Weg noch ein paar Worte mit Scheinux sprechen. Du Scheinux? Er lief etwas langsam und gesellte sich zu mir. Was gibt's? Sag mal, was denkst du eigentlich von Ivi? Von Ivi? Er blickte nach vorne, wo sie gerade weiter herum rannte. Was soll ich groß zu ihr sagen? Ich denke, auf jeden Fall wird unser Team um einiges lebhafter machen. Denkst du nicht, dass es vielleicht Probleme geben könnte? Das kann schon sein, aber macht nix. Probleme sind dafür da, um sie zu lösen. Ich bin mir sicher, wir können ihr helfen und wir wissen ja auch Bescheid, was genau los ist. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Wenn man ein Problem hat, ist es eigentlich immer am besten, darüber zu reden. Er verstummte kurz und sah mich an. Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl, als ob das Ganze auch ein Seitenhieb an mich sein sollte. Aber das konnte nicht sein, dass schließlich nur Abra von meinem Problem wusste. Und selbst wenn er mein Versprechen brechen würde, hätte er noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, mit jemand anderem darüber zu reden. Nach ein paar Sekunden guckte er etwas enttäuscht und sprach weiter. Ich denke, sie wird uns eine große Hilfe sein und dass wir ihr helfen, nicht mehr alleine zu sein. Ich ignorierte einfach, wie Scheinux mich angesehen hatte und führte das Gespräch normal fort. Ich verstehe, was du sagen willst. Und ich wollte jetzt auch nicht behaupten, dass ich negativ über sie denke. Aber ich bin wirklich sehr gespannt auf die weitere Reise mit ihr. Ich habe die Sorge, dass sie zuvor schnell agieren könnte. Außerdem ist es etwas komisch. Sie ist von uns allen die Älteste und trotzdem ist sie noch so aufgedreht wie ein kleines Kind. Aber auch nochmal was anderes. Scheinux, als du vorhin Groudon herausgefordert hast. Er sah sofort wieder beschämt auf den Boden. Ich weiß, es war dumm. Wäre der Überlebende nicht so klug gewesen, hätte mein Leichtsinn uns die ganze Mission gekostet. Und hätte Groudon mich nicht verschont? Ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich möchte ehrlich mit dir bleiben. Ich verlor mir nicht, dass du es schlecht geplant hattest. Aber da nichts Schlimmes passiert ist, eigentlich letzten Endes sogar etwas Positives, wollte ich gar nicht darauf hinaus. Du hast einfach aus der Eile herausgandelt, weil du ja Sorgen um mich gemacht hast. Du hast dich in Lebensgefahr begeben, um mir zu helfen. Das war mit Abstand das Mutigste, was jemals jemand für mich getan hat. Scheinux wurde etwas rot. Oh, ähm, also... Ich lachte, als ich ihn so sah. Das klingt gar nicht nach dir selber. So schüchtern bist du sonst doch nicht. Wir beide begannen zu lachen. Als wir letztendlich am Strand angekommen waren, wartete Evie schon begeistert auf uns. Na los, kommt schon. Ich will endlich diesen ominösen Überlebenden treffen. Mach mal etwas ruhiger. Groudon wird uns nicht mehr erreichen, bevor wir hier weg sind. Also können wir es auch langsam angehen lassen. Das uns noch nicht mal erzählt, wie wir ihn erreichen können. Anstatt zu antworten, entwickelte sie sich zu einem Aquana und tauchte in die Tiefe des Meeres hinab. Wenige Minuten später tauchte sie wieder auf. Seid ihr bereit, das Meer zu überqueren? Ich wollte sie gerade hinterfragen, da außer ihr und Seemobs keiner von uns schwimmen konnte. Aber ich konnte nicht einmal anfangen zu sprechen. Da tauchte hinter ihr ein riesiges, wahlartiges Pokémon aus dem Meer auf. Es stellte sich uns vor. Hallo, ich bin Kyogre. Mir wurde aufgetragen, euch zum vergessenen Island zu bringen. Wenn ihr bereit seid, dann sagt es mir. Dann können wir dem Überlebenden das Signal geben. Wir waren alle bereit. Und wie lösen wir dieses Signal jetzt aus? Ganz einfach. Ihr habt ja das rote Juwel, richtig? Evie antwortete an meiner Stelle. Ja, der Plan hat perfekt geklappt. Kyogre lachte schadenfroh. Wie denn würde ich jetzt nur Groudons Gesicht sehen? Naja, egal. Haltet den Juwel für 30 Sekunden komplett unter Wasser. Nicht mal die Spitze da voraus gucken. Auch wenn er sonst auf dem Wasser schwimmt, drückt ihn so gut es geht nach unten. Ich gab Evie den Edelstein. Sie tauchte mit ihm in die Tiefen des Meeres hinab. Einige Zeit geschah nichts. Doch auf einmal begann das gesamte Meer rot zu glühen. Eine riesige, rote Lichtsäule erhob sich vor uns aus dem Wasser. Sie war so hell und riesig, dass man sie wohl selbst in Schmuck statt sehen konnte. Evie tauchte auch wieder auf und entwickelte sich zurück. Und? Sieht klasse aus, oder? Sie hatte recht. Auch wenn es blendete, war das Schauspiel vor unseren Augen wahrhaftig ein besonderes. Und was uns aber vor allem Kyogre dieses Panorama noch versüßte, war ein Gebrüll. Ein Brüllen, das man überall hören konnte. Ein Brüllen, das entsteht, wenn ein Meter großer Godzilla bemerkt, dass er von ein paar Kindern und einem Unbekannten übers Rohr gehauen wurde. Es dauerte nur etwa 30 Sekunden, bis sich noch etwas tat. Weit draußen auf dem Meer, beinahe im Zentrum der Welt, erschien ein blau leuchtender Lichtstrahl, identisch zu unserem Roten. Kyogre klärt uns auf. Das ist das Zeichen. Dieses Licht wird uns führen. Wir alle stiegen auf Kyogres Rücken. Es war auch mehr als genug Platz. Es kam mir so vor, als wäre dieses Pokémon größer als unser Schiff es war. Wo wir gerade beim Schiff sind. In der Fähne erspäten wir ein Wrack. Es sah stark nach unserem Schiff aus, aber ehrlich gesagt war keiner wirklich traurig. Außer Seemobs. Aber er trauerte nicht unserem Schiff hinterher, sondern seinen jahrzehntelten Karpador. Tut mir leid, falls ihr das jemals lesen solltet, Seemobs, aber mir haben sie nicht leid getan. Macht es euch am besten bequem. Ein oder zwei Tage werden wir wohl brauchen. Ich hoffe, keiner von euch wird leicht seekrank. Die Zeit, die wir auf Kyogres Rücken verbrachten, waren wohl die entspanntesten unseres gesamten Abenteuers. Wir vertrieben uns die meiste Zeit mit Geschichten erzählen. Ich und Scheinux über unsere Tage als Retter-Team. Chillast über den Wald, Seemobs über sein Dorf. Und Ivi schien es zu genießen, über Missgeschicke, die sie mit ihrer Fähigkeit schon hatte, zu reden. Es gab keine Probleme mit ihr. Auch Kyogre beteiligte sich gerne an unseren Diskussionen. So erfuhren wir zum Beispiel, dass auch ein Teil seiner Kraft in einem Juwel gebannt wurde. Dem Juwel, mit dem das Licht des Überlebenden erzeugt wurde. Kyogre dies jedoch freiwillig getan hatte. Außerdem erzählt er uns viele Geschichten über Groudon. Die beiden waren früher gezwungen gewesen, zusammenzuarbeiten, da sie sich mit ihren Fähigkeiten ergänzten. Somit hatte er viel zu erzählen. Nach allem, was Kyogre uns damals erzählte, sah ich Groudon in einem ganz anderen Licht. Und das nicht als einzige in unserem Team. Ich bin mir sicher, dass Kyogre manchmal etwas übertrieben hatte. Denn in seinen Ausführungen kam Groudon als die größte Witzfigur rüber. Trotzdem hatten wir alle unseren Spaß dabei, ihm zuzuhören. Nach etwa eineinhalb Tagen kam dann der Moment, auf den wir alle gewartet hatten. Macht euch bereit zum Anlegen, da vorne ist das Island. Kapitel 10 Die zwei Seiten einer Medaille Als wir anlegten, war ich sehr nervös gewesen. Wir hatten auf der Überfahrt diskutiert, wer aus der anderen Welt denn der Überlebende sein könnte. Am Ende war uns aufgefallen, dass es nur eine logische Möglichkeit gab. Der einzige, von dem aus dem Tagebuch nicht sicher hervorgehen, dass er tot war, war Lord Ecke. Trotz diesem Wissen war ich sehr gespannt, ihn zu treffen. In der Legende kam er immer wie ein sehr freundliches Pokémon herüber. Unser Team hatte er offensichtlich auch nicht nur wegen reiner Stärke zusammen gewürfelt. Meinen Freunden sah ich an, dass sie auch sehr nervös waren. Kyogre verabschiedete sich noch von uns. Na dann wünsche ich euch viel glückbarem Abenteuer. Sobald ihr zurück seid, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Ich hab noch einige Geschichten über Groudon parat, die ich euch gerne erzählen würde. Also haltet die Ohren steif. Er sah kurz zu Seemobs und Chillast. Also soweit ihr welche habt, ihr schafft das schon. Mit diesen Worten verschwand er und wir machten uns auf in das Zentrum der vergessenen Insel. Auf dieser Insel, die auf keiner Landkarte startend, gab es nicht viel außer einem kleinen Wald. Und als wir dem Pfad in diesem Wald folgten, erspäten wir bald zwischen den Bäumen ein Licht, das nur von einem Lagerfeuer stammen konnte. Ich nickte meinen Freunden selbstbewusst zu und sie nickten zurück. Somit betraten wir die Lichtung. Es war wirklich nur eine kleine Lichtung mit beinahe nichts darauf. Einem seltsamen, ausgehöhlten Felsen, einem Lagerfeuer und einigen Steinen um dieses herum. Auf einem von ihnen saß ein Pokémon. Ohne seinen Blick vom Feuer zu richten, sprach es zu uns. Ihr seid also endlich angekommen, beinahe drei Jahre warte ich nun auf diesen Moment. Setzt euch doch auch. Er zeigte auf die anderen Steine. Langsam begaben wir uns zu ihm und nahmen Platz, den Blick nicht von dem Pokémon gerichtet. Ich denke, bevor wir aufbrechen, sollte ich mich noch vorstellen. Mein Name ist... Er ist Günther, richtig? Er ist Günther Sprecher durch. Er ist Günther Sprecher... Er ist Günther Sprecher, mit einem Lager im Show. Er ist ärgerlich, mit dem heiser leben. Einmal sah das Kanimani vom Feuer weg und nun in meine Richtung. Sehr gut, wie ich sehe, geht hier nicht vollkommen ahnungslos heran. Ich denke euch allen ist klar, weshalb ihr hier seid. Alle bejahten. Die Atmosphäre an diesem Feuer war sehr seltsam. Ich musterte unser Gegenüber noch einmal. Erst jetzt fiel mir das seltsame Band auf, das es in seine Hand trug. Nun gut, dann sollten wir nicht lange zögern. Können wir aufbrechen? Ich machte mich schon bereit, da ich rechnete, dass alle bereit waren. Doch Scheinux reagierte etwas anders. Warte, offensichtlich weißt du sehr viel über uns. Ich bin mir sicher, viele von uns haben Fragen an dich. Günther sah genervt aus, als ich erwartet hätte. Er war bereits aufgestanden, nahm aber nun wieder Platz. Wenn es sein muss, ich warte hier schon 35 Monate. Da werden ein oder zwei Stunden mehr auch nicht mehr schaden. Also gut, wer will anfangen? Ich und Scheinux setzten beide gleichzeitig an, unsere Frage zu stellen und brachen sofort ab. Könnt ihr euch nicht einigen? Oh, Arzog, stellt mir einfach beide eure Frage und ich entscheide, welche ich zuerst beantworte. Mir gefiel jetzt schon nicht, wie er mit uns sprach. Nach dem, was ich aus den Legenden über Günther, den Anführer von Teamrunde Ecken, den Retter der Zeit und Auserwählten des reinen Elements gehört hatte, dachte ich, er wäre ein sehr freundliches und verständnisvolles Pokémon. Nun, wo er vor uns saß, schien er nach zwei Minuten schon gehörig die Schnauze voll von uns zu haben. Und so etwas wie Verständnis war noch weiter entfernt als Rücksicht. Okay, warum hast du gerade uns ausgewählt? Scheinuxfrage hingegen überraschte nicht nur mich, sondern auch alle anderen. Günther sagt mir, habe ich wirklich schon den Zeitturm bestiegen? Chillast wirkte ziemlich wütend über diese Frage, sagte aber nichts. Na also, warum nicht gleich so? Also, ich fang mit dir an, Bulby. Dich lasse ich noch gerne einen Moment zappeln, Scheinux. Also, dann geh ich's mal kurz durch. Scheinux. Später. Bulby, du bist hier, weil ich dich schon ziemlich lange im Blick hatte. Ich hatte schon, als unsere Welt noch lebte, viele Gedanken an einen solchen Fall, wie er nun eingetreten ist, verschwendet. Ich habe mich schon lange nach potenzieller Hilfe in anderen Welten umgesehen. Und du bist mir ziemlich früh aufgefallen. Du bist besonders. Du bist nicht wie die anderen Pokémon. Wie niemand anderes, der hier anwesend ist. Anders als alle anderen Pokémon dieser Welt. Er gesagt, deine Aura ist das Besondere. Du bist noch ein Kind. Du hast noch nie in irgendeiner Weise so etwas wie ein Abenteuer erlebt. Und trotzdem ist deine Aura braun. Die legendäre Aura, die auf das Blut eines Helden oder hier einer Heldin hinweist. Dass du dann auch noch Scheinux getroffen hast, war ein schöner Zufall. Seemops, ich bin ehrlich zu dir. Du warst der Einzige, den ich nicht schon lange für dieses Team eingeplant habe. Du warst der Letzte, für den ich mich entschieden habe. Und das auch nur aus taktischen Gründen. Wir werden in den Trümmern meiner Welt gegen... ...meine Freunde kämpfen müssen. Die Determination hat ihre Seelen verunreinigt und sie so zu Sklaven gemacht. Und wenn wir gegen Latias und Latios kämpfen müssen, hätten wir mit einem Wasser, zwei Pflanzen und einem Elektro-Pokémon keine tollen Karten. Ivi hätte das Ganze beinahe alleine schaffen müssen. Und zudem schadet es dir nicht, wenn ich dich auf diese Reise schicke. Bei dir in der Heimat hast du nichts zu verlieren. Chillast, du hast dich ja wohl genug bewiesen, als du mit Leon die Zeit gerettet hast. War aber etwas langweilig, sich nochmal anzusehen. Alles so bekannt. Ivi, du bist wegen deiner Gabe hier. Mir ist es komplett egal, was du sagst. Fluch oder Segen, es ist eine Gabe Gottes. Du hast einen immensen Vorteil gegenüber jedem anderen Pokémon. Du kannst jeden Kampf, außer den gegen Feen, mit einem Typenvorteil bestreiten. Die Pokémon, die dich verstoßen haben, haben dein wahres Potenzial nicht erkannt. Ich hingegen schon. Also, ist jedem bisher alles klar? Hat noch wer Fragen? Eigentlich war mir nichts klar, aber ich bejahte trotzdem. Warum habe ich eine derart seltene Aura? Wo kommt sie her? Habe ich sie von meinen Eltern geehrt? Günther fuhr fort, mit einem gruseligen Grinsen im Gesicht. Und jetzt kommen wir zum lustigen Teil des Ganzen. Er drehte sich zu Scheinux. Zu dir habe ich einiges zu sagen. Scheinux wirkte nicht eingeschüchtert. Das ist gut, ich... Dann beginn mal zu erzählen. Hm, schade, sehr selbstbewusst nicht. Normalerweise kann ich andere mit der Nummer immer nervös machen. Naja, wenn du dir so sicher bist, dann legen wir mal los. Zuerst mal zu deiner Frage. Ja, natürlich hast du den Zeitturm schon mal bestiegen. Chilast sprang triumphierend auf. Siehst du, warum soll ich dich bitte anlügen? Günther unterbrach ihn sofort. Freu dich mal nicht zu früh da auf deinem billigen Platz. Ja, Scheinux hat den Zeitturm schon mal bestiegen. Aber nicht in dieser Welt, sondern in meiner. Nun hatte Günther es geschafft, sogar Scheinux zu verwirren. Jedoch weiß Chilast dennoch weniger Verstand. Was, das kann doch gar nicht sein. Wir kennen doch alle die Legende. Du hast nur mit Lottecke da oben. Und außerdem erkenne ich ja wohl meinen besten Freund wieder. So hohl bin ich nicht. Du hast auch recht. Das erkläre ich später. Aber was den Zeitturm angeht, hast du etwas übersehen. Es war zwar nur kurz in meiner Legende erwähnt, Aber auf der Suche nach den Elementchristallen waren wir ebenfalls auf dem Zeitturm. Und da waren alle meine Freunde dabei. Ja, aber keiner von ihnen war ein Scheinux. Außerdem ist er viel zu jung, um damals dabei gewesen zu sein. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe erklären, verdammt. Euch wird schon noch alles klar werden, wenn ihr mal ruhig seid. Also, natürlich war kein Scheinux dabei, Als meine Freunde mich an die Spitze des Zeiturms begleitet haben. Und was dein Alter angeht, Nun ja, sagen wir, dein Geist ist älter als dein Körper Scheinux. Du warst einer meiner damaligen Freunde. Aber auf Leungs' großen Abenteuer, Naja, du hattest es nicht geschafft. In Kapitel 8 der Geschichte haben wir dich als Freund verloren. Und bei deinem Verschwinden, Deine letzte Frage war, wie du dieses Schicksal verdient hast. Und da habe ich überlegt, Ich habe ebenfalls keine Antwort gefunden. Also habe ich dir eine zweite Chance gegeben. Ich habe dich über Raum und Zeit hinweggeschickt Und dir einen neuen Körper gegeben. Der Körper chillast. Dein Freund Leon ist zur Menschenwelt zurückgekehrt. Sein Körper als Pokémon hat sich aufgelöst. Doch die Partikel waren noch vorhanden. Irgendwo im Raum-Zeit-Kontinuum. Somit hatte ich entschieden, Dass der Körper deines alten Freundes Eine Prima-Hülle für den Geist meines alten Freundes darstellt. Ich habe dich in diese Welt geschickt, Um dir die Chance auf ein neues, friedliches Leben zu geben. Und um dich in einem Fall wie diesen Immer als eine Art Joker in der Hinterhand zu haben. Dass du und Bulby sich zusammengetan haben, War wirklich purer Zufall, Hat aber einiges vereinfacht. Also, noch Fragen? Ein Moment herrschte Stille. Dann fragte Evie mich etwas. Bulby, welches Kapitel war nochmal das Achte von Florengs Geschichte? Mir fiel selber auf, Dass ich es gerade nicht zuordnen konnte. Also kramte ich das Buch heraus, Das zum Glück trotz leichter Wasserschäden Noch leserlich war. Günther schien sehr erfreut. Ach, du hast es sogar dabei. Ich habe gar nicht damit gerechnet, Dass ihr klug genug für sowas seid. Ich ignorierte ihn und schlug auf. Ich las den Titel des Kapitels laut vor. Kapitel 8 Determination War es nicht das wichtigste Kapitel, In dem die Determination erst erschaffen wurde? Mit Necrosmas Verrat? Evie merkte für uns das Wichtigste an der ganzen Situation an. Und vor allem mit dem Mord an Bisasam? Scheinux, der bisher nur grüblerisch in die Ferne gesehen hatte, Mischte sich ein. Warte, heißt das? Ich war in meinem letzten Leben Bisasam? Nur in einem anderen Körper? Ha, das würde eigentlich ziemlich Sinn ergeben. Außerdem finde ich, Das wäre ein guter Grund, Warum du dich so gut mit Bulby verstehst. Weil er eigentlich von der gleichen Spezies stammt. Wir diskutierten aufgeregt weiter. Scheinux schien mit dem Gedanken, Kein Mensch, Sondern ein gefallener Held aus der Legende zu sein. Wirklich sehr glücklich. Günther saß die gesamte Zeit nur still da, Mit einem selbst am Gesichtsausdruck. Nach etwa 10 Minuten geschah etwas Unerwartetes. Günther begann zu lachen. Laut und schalend. Wir verstummten alle, Während er bestimmt für eine Minute so weitermachte. Als er sich langsam wieder einkriegte, Begann er zu reden. Könnt ihr vielleicht noch etwas weiter diskutieren? Das ist das Lustigste, Was ich seit langem erlebt habe. Und damit meine ich nicht nur die drei einsamen Jahre, Sondern auch einige davor. Wir starten ihn alle verwirrt an. Was bitte daran so lustig ist. Wir führen nur eine normale Diskussion über Scheinux. Nein, ihr diskutiert über Bisasam. Das ist doch dasselbe. Nein, ist es nicht. Wenn ihr euch selber etwas zusammenbastelt, Braucht ihr euch nicht bei mir zu beschweren. Ja, sehr schön. Aber es kann ja auch niemand anderes sein. Einen anderen Freund hast du in diesem Kapitel ja nicht verloren. Doch. Aber nur als Freund. Wieder starten wir ihn alle an. Scheinux hatte etwas Schockiertes in seinem Blick. Tja, Bulbi. Wie fühlt es sich an zu erfahren, Dass du seit mehreren Jahren Mit, wie er es geschrieben hat, Floings Lieblingsverräter zusammengearbeitet hast? Einige Sekunden herrschte Totenstille. Das einzige Geräusch, das zu hören war, War das Lagerfeuer, das immer noch Funken schlug. Nach wenigen Sekunden stand Scheinux plötzlich auf Und ging in den Wald ohne ein Wort zu sagen. Ich wollte ihm gerade folgen, Doch meine Freunde hielten mich auf. Lass es besser, Bulbi. Ich glaube, er braucht jetzt etwas Zeit für sich. Günther verdrehte genervt die Augen. Na toll, hoffentlich nicht allzu viel. Ich will endlich weg hier. Ist es für ihn denn so schwer einzusehen, Was für ein Pokémon er wirklich ist? Ich wusste damals nicht genau wieso, Aber in diesem Moment war ich so wütend Auf dieses Pokémon vor uns. Seit wir ihm begegnet waren, Behandelte er uns, Als wären wir nutzloser Anhängsel. Außerdem sprach er mit einem derart gereizten Ton, Dass ich alleine davon Aggression bekam. Sei du ruhig. Anscheinend verstehst du ohnehin nichts davon, Wie du mit uns umgehen solltest. Du hast uns alle aus unserem normalen Leben gerissen, Um deine Welt zu retten. Also behandle uns gefährlichst auch mit Respekt. Lass Scheinux die Zeit, die er braucht. Als er einen Moment nichts sagte, Hatte ich tatsächlich die Hoffnung, Er würde darüber nachdenken, Was ich gesagt hatte. Als er einen Moment später wieder begann hysterisch zu lachen, Verflüchtigte sich diese Hoffnung. Ich soll euch mehr Respekt entgegenbringen, Warum sollte ich? Seid ihr diejenigen, die hier wissen, Was zu tun ist? Oder ich? Außerdem habe ich euch lange beobachtet. Ich weiß, dass ihr nicht die Art Pokémon seid, Die mir wegen meinem Verhalten nicht hilft. Ich wollte ihm erst widersprechen, Aber ich realisierte, dass er recht hatte. Ich war nicht auf diese Insel gereist, Um hier abzubrechen. Und alle anderen im Team wollten etwas bewirken. Und das letzte an was sie dachten war, Wieder ihrem normalen Alltag nachzugehen. Damit hast du recht, das stimmt. Aber ich tue das nicht für dich, Sondern alle anderen Pokémon aus deiner Welt. Ja, ja, red dir das nur ein. Also ich denke, Ihr macht jetzt eine Pause, Bis euer toller Freund wieder zurück ist. Vielleicht denkt ihr ja jetzt noch einmal darüber nach, Wem ihr vertraut. Und wie ihr mit Scheinux umgeht. Und vergesst nie, Was ihr in meinem Kopf haben müsst. Ich hab's euch schon mehrfach auf den Weg gegeben. Aber ihr sollt's auch noch einmal von mir persönlich hören. Diesen Kampf habt ihr gewonnen. Doch der Krieg hat gerade erst angefangen. Günther zog sich in den Wald zurück Und ließ uns wortlos sitzen. Und was tun wir jetzt? Na was wohl? Wir warten bis Günther und Scheinux wieder da sind Und reisen ab. Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte wegen Scheinux. Ich verstand zunächst gar nicht, Was Chillast mir damit sagen wollte. Das hatte ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt. Irgendwas müssen wir ja tun. Wir können ja nicht einfach nur mal weitermachen, Jetzt wo wir wissen, Dass er eigentlich Necrozma ist. Ich sah die beiden einen Moment stumm an. Die beiden überlegten wirklich, Ob sie Scheinux noch als Freund ansehen wollten. Evie meldete sich glücklicherweise auch zu Wort. Sag mal, was ist denn mit euch beiden falsch? Was überlegt ihr denn? Natürlich können wir weitermachen wie vorher. Es scheint jetzt auf einmal ein anderes Pokémon, Nur weil ihr jetzt wisst, wer er früher war. Machst du dir denn gar keine Sorgen? Ich meine, wir kennen ja die Geschichte um Necrozma. Mir platzte auch der Kragen. Sag mal, seid ihr jetzt vollkommen übergeschnappt? Wollt ihr jetzt wirklich beginnen, Wie Günther zu denken? Auch wenn er etwas anderes behauptet, Versucht er offensichtlich, Ein Beil zwischen Scheinux und uns zu treiben. Ihr macht es genau so, wie er es will. Es ergibt keinen Sinn, sich Sorgen zu machen. Warum sollte Scheinux jetzt auf einmal jemand anderes sein? Ich drehte mich von ihnen weg Und begab mich zum Rand der Lichtung, Um mich auszuruhen. Ihr seid echt unmöglich. In der Nacht versuchte ich lange einzuschlafen. Doch egal, wie sehr ich es auch probierte, Es wollte einfach nicht klappen. Meine Gedanken kreisten viel zu schnell in meinem Kopf umher. Ich hörte noch einige Zeit Stimmen am Lagerfeuer, Aber den Inhalt verstand ich nicht. Was mir aber auffiel war, Dass Evies Stimme nicht dabei gewesen war. Sie hatte offensichtlich genauso wenig Interesse wie ich, Sich noch mit den beiden Idioten am Lagerfeuer zu unterhalten. Scheinux tauchte in der gesamten Zeit nicht wieder auf. Aber ich dachte mir, dass es vermutlich besser so war, Wenn er hören würde, Was Seemops und Schillast wahrscheinlich besprachen, Würde ihm das nur noch mehr Sorgen bereiten, Als er ohnehin schon hatte. Kapitel 11 Eine lichtlose Welt Ich machte mir jedoch selber ebenfalls Sorgen wegen Scheinux. Nicht wie Seemops und Schillast, Weil ich ihm nicht vertraute. Sondern ich machte mir Sorgen um ihn. Ich wusste nicht genau, Wie er die Nachricht wirklich aufgenommen hatte. Er war ja sofort verschwunden, Als er es gehört hatte. Und auch, wenn er nur wenige Momente da gewesen war, Dass seine Reaktion nicht gerade positiv war, War offensichtlich. Ich selber konnte und wollte mir gar nicht vorstellen, Wie es für mich wäre, So etwas zu erfahren. Vieles, was er als Nick Rossmann getan hatte, War schrecklich. Manches hingegen auch gut. Aber das Gute in einer solchen Situation zu sehen, Ist wohl nahezu unmöglich. Ich für meinen Teil hatte meine Entscheidung jedoch schon lange getroffen. Günther hatte Nick Rossmann eine zweite Chance gegeben, Damit er sich bessern konnte. Und diese Chance hatte Nick Rossmann genutzt. Indem er verloren hatte, Was an ihm Nick Rossmann war. Er wurde zu einem völlig anderen Pokémon, Mit einer anderen Persönlichkeit. Er wurde zu einem guten Freund. Und für mich war er dies auch immer noch. Scheinux war nicht der Nick Rossmann aus der Legende, Sondern ein neuer. Und mir war es egal, Was er alles in seinem vorigen Leben getan hatte. Was wichtig war, War, dass er nun Scheinux war. Und in einer schweren Situation steckte. Und ich hatte mich entschieden, Alles zu geben, um ihm zu helfen. Außerdem war mir klar, Dass Ivi mich bei meinem Plan unterstützen würde, Nachdem sie Scheinux bereits vorhin verteidigt hatte. Das einzige, was ich nur hoffen konnte, War, dass Semops und Celas den Plan nicht zunichte machen. Und wer auch als Problem auftreten konnte, War offensichtlich Günther. Es war für mich wirklich offensichtlich, Dass er immer noch einen Groll gegen Scheinux hegte. Ich werde ihn übrigens in dieser Geschichte Auch weiterhin Scheinux nennen, Genauso wie ich es auch ihm gegenüber persönlich getan hatte. Günthers Ziel war vermutlich, Dass wir seine Welt retten würden, Und Scheinux danach alleine stehen lassen würden. Aber da hatte er seine Rechnung ohne mich gemacht. Während sich meine Gedanken weiter im Kreis treten, Hörte ich ein leises Rascheln. Als ich mich umsah, Erspähte ich Scheinux, Der sich langsam auf die Lichtung schlich, Und versuchte niemanden, Der tatsächlich schlief, aufzuwecken. Diese Mühe war jedoch völlig umsonst. Kaum hatte Scheinux die Lichtung betreten, Und tauchte Günther wie aus dem Nichts vor ihm auf. Er hatte sich irgendwie teleportiert. Aufwachen! Scheinux schien sich auch zu erschrecken und sahen böse an. Die anderen drei wachten von diesem Schrei natürlich auch auf. Hm, was soll denn das? Es ist doch noch mitten in der Nacht. Gequillt rappelten sie sich auf. Das ist schön für dich, Chillast. Gewöhn dich schon mal dran. In der Welt, die wir jetzt bereisen, Wird's auch nicht heller. Ach was, ich dachte, In der ausgelöschten Welt scheint den ganzen Tag die Sonne. Zu meiner Erleichterung schien Scheinux tatsächlich deutlich bessere Laune zu haben, Als ich erwartet hatte. Haha, sehr lustig. Aber mal wieder sinnlos. Wir können nicht direkt in meine Welt reisen. Es besteht keine direkte Verbindung zwischen ihr und dieser Welt. Wir müssen erst einmal durch die dunkle Welt reisen. Nun hatte er dafür gesorgt, Dass wir alle wirklich hellwach waren. Die dunkle Welt? Wir müssen vorher erst durch die zerstörte apokalyptische Welt, Bevor wir in die nicht mehr vorhandene Welt kommen. Und was machen wir, wenn wir einen der Wächter der Welt treffen? Giratina, Ivelthal oder... Ivi schien etwas ratlos und sah mich fragend an. Darkrai, halb ich ihr auf die Sprünge. Günther wirkte, sehr überraschenderweise, Mal wieder genervt von unserem Unwissen. Na klar, Darkrai vergisste. Na ja, wenn wir ihnen begegnen sollten, Dann gucken wir, ob sie uns freiwillig Platz machen. Sonst müssen wir sie wohl dazu bringen. Also, ich hab lang genug gewartet. Jetzt geht's aber los. Günther stellte sich gerade vor den seltsamen, Ausgehöhlten Felsen auf der Lichtung. Er begann, etwas zu vollführen. Es wirkte wie eine Art Ritual. Dann richtete er das Armband, das ich bereits bemerkt hatte. Mit dem Stern nach vorne in Richtung des Steines. Dunkler Stern, nutz deine Kraft. Führe uns durch die Welten. Der Stern an seiner Hand begann seltsam zu leuchten. Genau wie der Felsen. Auf einmal erschien ein Portal inmitten der Aushöhlung. Also, er zeigte auf das Portal. Tretet ein. Nacheinander betreuten wir das Portal. Zuerst Scheinux, dann Seemobs, dann Schellast, dann Guy. Als letztes war ich an der Reihe. Ich zögerte einen Moment, was mir wieder eine Beleidigung von Günther einbrachte, bevor ich in das Portal trat. Ich rechnete damit, sofort in der dunklen Welt wieder auf festem Boden zu stehen. Jedoch schwebte ich auf einmal in einem seltsamen Tunnel. Er gesagt, ich fiel. An den Wänden waren seltsame, nicht erkennbare Zeichnungen. Das Einzige, bei dem ich mir relativ sicher war, war, dass es Pokémon waren, die gezeichnet wurden. Ich hörte eine Stimme aus dem Nichts sprechen. Sie kamen mir nicht bekannt vor. Reisende der Welten, höre meine Worte. Höre die Prophezeiung. Der Finstere wird wiederkehren. Der Herrscher dieser Welt wird zurückkommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Stunde rückt näher und näher. Erzittere vor seiner Macht. Der Meister der Schatten wird zurückkehren. Auf einmal stand ich in der dunklen Welt, mitten vor einem Portal. Die anderen hatten sich darum versammelt und warteten auf mich und Günther. Ich war schweißgebadet und verstört von dem, was gerade eben geschehen war. Günther erschien neben mir in diesem Moment. Ivy schien zu bemerken, dass mit mir etwas nicht stimmte. Sag mal, Bröbi, was ist denn los? Du zitterst ja richtig. War die Reise für dich so schlimm? Ich fragte vorsichtig nach. Habt ihr diese Stimme etwa nicht gehört? Alle sahen mich fragend an. Auch Günther. Jedoch war er nicht verwundert, dass ich eine Stimme gehört hatte, wie ich aus seinem nächsten Kommentar heraushören konnte. Sag mal, leidest du an Schlafmangel oder so einer Kacke? Ich weiß, dass du letzte Nacht kein Auge zugemacht hast. Beginnst du jetzt schon beim Reisen durch die Welten zu träumen? Ich war mir sicher, dass ich nicht nur geträumt hatte. Nein, das war... Günther unterbrach mich sofort. Vergiss es einfach. Wir haben keine Zeit für deine Albträume. Jetzt fang dich gefälligst und komm mit. Alle mir nach. Wir müssen zum Berg der Wahrheit. Dort kann ich ein Portal in meine Welt erschaffen. Bevor ich überhaupt noch etwas sagen konnte, ging er bereits. Meine Freunde sahen kurz noch besorgt zu mir, folgten ihm dann jedoch. Die Reise an sich verlief sehr trostlos. Und langweilig. Genau wie die Welt, in der wir uns befanden. Ich wusste nicht weshalb, aber aus irgendeinem Grund hielt Scheinuck so viel Abstand von mir, wie er konnte. Eigentlich hatte ich gehofft, etwas mit ihm reden zu können. Doch er blieb immer dicht hinter Günther. Und zu dem wollte ich keinesfalls. Manchmal schaffte ich es, ein paar Worte mit einem der anderen zu wechseln. Bevor Günther uns anschrie, wir sollen uns aufs Laufen und nicht aufs Labern konzentrieren, wie er es sagte. Der erste Tag verlief weiterhin völlig ereignislos und trist. Nur am Abend gab es eine Situation, in der es endlich etwas spannender wurde. Wir hatten nach gefühlten 20 Stunden Fußmarsch Günther endlich dazu überreden können, eine Pause zu machen. Er nahm uns beim Wort und verschwand sofort, um sich laut eigener Aussage endlich eine Pause von unserer unerträglichen Unfähigkeit zu nehmen. Somit hatten wir endlich einmal die Gelegenheit, ohne ihn zu reden. Eine Minute lang schien keiner zu wissen, was er sagen sollte. Die Stimmung in unserem Team war sehr angespannt gewesen. Vor allem hatte Scheinuck sich wieder so weit wie möglich von mir entfernt gesetzt und sah mich nicht einmal an. Also, was haltet ihr von Günther? Günther? Ich versuch dir irgendwie ein Gespräch anzuregen. Glücklicherweise mit Erfolg. Günther? Also, wenn ich daran denke, dass ich ihn so lange durch die Legende als mein großes Vorbild angesehen habe. Er ist so anders, als ich es erwartet habe. Er ist total unfreundlich und behandelt uns schrecklich. Sagen wir es, wie es ist, Leute. Er ist ein Arschloch. Für ihn sind wir doch nur ein Mittel zum Zweck. Der sieht uns ja nicht mal als Pokémon. Ich habe selten so ein unsympathisches Pokémon getroffen. Wenn ich könnte, würde ich den Glatt gegen Groudon eintauschen. Oder Darkrai. Oder... Ich wusste, was ihr zuerst auf der Zunge lag, da sie zu Scheinuck sah und den Rest ihres Satzes verschluckte. Ich finde wirklich, das kann so nicht weitergehen. Ich sah mich um. Nicht, dass er sich vielleicht doch irgendwo versteckt, um uns zu belauschen. Aber hier gab es nichts als Einöde. Also war es schwer, sich zu verstecken. Ich wäre dafür, es mal mit härteren Mitteln zu probieren. Ich zumindest werde diesen Rastplatz nicht mehr verlassen, bis Günther uns ordentlich behandelt. Wie ich bereits erwartet hatte, bekam ich große Zustimmung für meinen Plan. Nur Scheinuck sagte nichts. Er sah in unsere Runde und schien zu überlegen, ob er wirklich sagen sollte, was er dachte. Letztendlich entschied er sich dafür. Also... Ich denke nicht, dass er wirklich so schlimm ist. Wir alle verstimmten sofort. Ich meine, versteht mich nicht falsch, er behandelt uns nicht richtig, das ist klar. Aber ich denke nicht, dass er es böse meint. Denkt einmal darüber nach. Er hat drei Jahre gewartet, bis wir auftauchen. Während eiserer Zeit musste er mit dem Gewissen leben, dass seine ganze Welt zerstört ist und all seine Freunde tot sind. Und er war die ganze Zeit alleine. Evie, du musst diese Situation doch kennen. Denkt ihr, ihr würdet in dieser Situation nicht auch hetzen, damit es endlich vorbei ist? Ich bin mir ziemlich sicher, sobald seine Welt wieder lebt, wird er sich bessern. Schafft es tatsächlich mich und offensichtlich auch die anderen, die mir gerade noch zugestimmt hatten, zum Nachdenken zu bringen? Seemops traf seine Entscheidung als erstes. Also, ich denke, da ist schon was Wahres dran. Ich werde morgen weiterziehen. Ich denke auch, dass es in Ordnung gehen wird. Es ist ja nicht für lange. Das stimmt auch. Sobald wir es geschafft haben, können wir einfach gehen. Dann können sich die Bewohner seiner Welt mit ihm herumärgern. Ich war mir immer noch nicht ganz sicher, aber letztendlich hatte ich wohl nicht mehr wirklich eine Wahl. Also, wenn ihr alle mitgeht, dann wird es wohl okay sein. Aber wenn es noch schlimmer wird, werde ich meinen Plan durchziehen. Auf diesen Kompromiss konnten wir uns alle einigen. Ich dachte, unser Gespräch wäre hiermit zu Ende und wollte mich schon schlafen legen. Aber Evie stellte mir nun noch eine Frage. Aber Bulby, was genau meintest du eigentlich von am Portal mit der Stimme, die du gehört hast? Ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass mich tatsächlich noch jemand darauf ansprach. Ich denke, es ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Vermutlich hat Günther doch recht und ich habe mir alles nur eingebildet. Die anderen ließen es tatsächlich jedoch nicht auf sich beruhen. Nein, wir sollten das Ganze ernst nehmen, auch wenn Günther es nicht tut. Ich meine, du hättest dich selber sehen sollen, als du aus dem Portal gekommen bist. Es sah wirklich aus, als würdest du gleich zusammenbrechen. Okay, wenn ihr meint. Also, ich denke, ihr seid einfach in das Portal getreten und wart dann hier, richtig? Alle bejahten. Okay, also, bei mir war das anders. Ich war an irgendeinem komischen Ort, vermutlich zwischen den Welten. Es war eine Art Tunnel, durch den ich nach unten gefallen bin. An den Wänden habe ich komische Zeichnungen gesehen und eine Stimme gehört. Sie sagte, dass der Meister der Schatten und der Herrscher dieser Welt zurückkehren wird. Es ist wohl eine Art Prophezeiung. Die Stimme sagte, wir sollten uns vor der Gewalt dieses Meisters hüten. Die anderen schienen zu überlegen. Das hört sich wirklich nicht gut an, aber was hat es mit diesem Meister auf sich? Das, finde ich, ist gerade das Schlimme. Du kennst nur die grobe Geschichte. Du hast Florings Tagebuch nicht gelesen. In ihm wird kurz erwähnt, dass die dunkle Macht der Herrscher dieser Welt ist. Warte, du willst doch nicht wirklich sagen, dass die dunkle Macht zurückkehren wird? Das wäre fatal, vor allem da das reine Element doch auch verschwunden ist. Was wäre... Die dunkle Macht ist schwächer als die Determination, das ist klar, aber... Auch nur solange ein Gleichgewicht zu ihr besteht. Scheinungsbeendete, was Semops dachte. Aber sie wäre dumm, sich mit der Determination anzulegen. Sie wird ihr ihre zerstörte Welt lassen und sich eine andere suchen, deren Leben sie versklaven kann. Und welche Welt grenzt außer der Zerstörten noch an dieser an? Unsere. Das heißt, unsere Welt könnte in ernsthafter Gefahr schweben. Ivi versuchte uns irgendwie zu beruhigen. Wir sollten lieber erst einmal optimistisch bleiben. Wenn wir etwas Glück haben, war es doch nur ein Traum. Oder die Prophezeiung bleibt unerfüllt. Im Moment können wir jedenfalls nichts anderes tun, als die Determination zu bekämpfen. Mit diesen Worten war unser Gespräch beendet. Kapitel 12 Ein wahrer Freund. Diese Nacht verlief anders als die letzte, jedoch nicht besser. Ich schaffte es relativ schnell einzuschlafen, jedoch träumte ich dieses Mal. Oder jemand sprach einen Traum zu mir. So wie Günther zu Beginn dieses Abenteuers. Es war wieder die Stimme, die ich bereits auf der Reise zwischen den Welten gehört hatte. Ich selber befand mich wieder in dem Tunnel und stürzte. Die Zeichnungen waren dieses Mal ein klein wenig deutlicher als letztes Mal. Zudem waren es eindeutig andere. Sie schienen seltsame Wesen zu zeigen, die sich für etwas verbeugten. Beendet eure Reise! Haltet ein oder trefft den Zwiegespaltenen, den König der Schatten! Messt euch nicht mit seiner Macht oder sie wird euer Ende sein! Kehrt um, solange ihr noch könnt! Die Stunde ist nah! Ich wachte sofort auf, als die Stimme ausgesprochen hatte. Wieder Schweiß gebadet. Die Nacht schien gerade erst begonnen zu haben. Also hatte ich noch genug Zeit, um wieder schlafen zu gehen. Aber ich wollte nicht wieder einschlafen und damit riskieren, wieder die Stimme zu hören. Nicht nur war das, was sie mir sagte, schlimm genug. Auch die Stimme selber hatte etwas Abschreckendes an sich. Man konnte die Schatten geradezu aus ihr heraushören. Und was ich noch viel schlimmer fand, die Freude. Die Freude über die Rückkehr der dunklen Macht. Diese Stimme war ein Anhänger. Ein Teil ihres Volkes. Ich entschied mich, etwas spazieren zu gehen, um mich abzuregen und später vielleicht noch einmal versuchen können zu schlafen. Kaum war ich aufgestanden, bemerkte ich jedoch auf jemanden auf einem kleinen Hügel neben unserem Lager. Er sah den rot glühenden Mond an. Es war Scheinux. Alle anderen aus unserem Team schliefen. Und Günther nahm sich immer noch seine Pause von unserer unerträglichen Unfähigkeit. Ich entschied mich, zu ihm zu gehen. Guten Abend, Scheinux. Darf ich mich dazu setzen? Er schien mich vorher noch nicht bemerksam und zögerte einen Moment, als ich fragte. Die Antwort kam sehr zurückhaltend. Natürlich. Kaum hatte ich mich gesetzt, begann er wieder, den Mond anzusehen. Mir fiel wieder ein, wie er sich in die letzte Zeit, seit er von seiner Vergangenheit erfahren hatte, mir gegenüber verhalten hatte. Ich brauchte einen Moment, bis ich es über mich brachte, ihn zu fragen. Was ist denn los, Scheinux? Du hättest so viel Abstand von mir wie noch nie. Habe ich irgendwas getan? Scheinux da traurig auf den Boden. Du musst nicht so tun, als wirst du ihr Sorgen um mich machen. Ich weiß schon Bescheid. Wie du weißt Bescheid? Was meinst du? Du brauchst nicht so zu tun. In der Nacht, nachdem ich von meinem letzten Leben erfahren habe, ist Günther zu mir gekommen. Ob du es glaubst oder nicht, er hat mir geholfen. Er hat versucht, mich zu trösten. Er hat mir aber auch erzählt, was ihr besprochen habt, als ich weg war. Ich schwöre dir, ich tue nicht so, als ob ich nicht wüsste, was du meinst. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Günther hat mir doch alles erzählt. Ich weiß, wie wütend du warst, als du gehört hast, wer ich eigentlich bin. Und ich verstehe dich natürlich auch. Und ich verstehe es, wenn du nichts mit mir zu tun haben willst. Ich habe so viel Abstand für den Horn hier gehalten wie möglich, weil ich weiß, dass es dir lieber ist. Ich brauchte einen Moment, bis ich verstand, was er meinte. Oh, Günther, dieser verdammte... Hör mir zu, Scheinux. Günther hat dich angelogen. Er sah mich verwirrt an. Warum sollte er denn? Merkst du nicht selber, dass er die ganze Zeit nur versucht, uns auseinanderzutreiben? Ich glaube, er ist immer noch sauer wegen Nick Schosmer. Er will vermutlich erreichen, dass du am Ende der Reise wieder vollkommen alleine dastehst. Ich war nie wütend wegen deiner Vergangenheit. Im Gegenteil. Du bist für mich ein unersetzlicher Freund. Ich will dir helfen, so gut ich kann. Er sah kurz nachdenklich auf den Boden. Also wenn das wirklich wahr ist. Er sah mich glücklich an. Danke, dass du mich nicht aufgibst. Ich habe mich ja nicht einmal selber verziehen, aber... Dank Günthers Hilfe kann ich zumindest irgendwie mit dem Gedanken leben. Er hat mich, was dich angeht, angelogen. Aber in einer anderen Form hatte er recht. Dass ich jetzt hier sitzen kann, bedeutet wohl, dass ich meine zweite Chance gut genutzt habe. Auch wenn es ein schreckliches Gefühl ist zu wissen, dass ich eigentlich schuld daran bin, dass dieses Abenteuer überhaupt begonnen hat. Das stimmt doch gar nicht. Warum... Sei ehrlich, Bulby. Wir beide wissen, dass es wahr ist. Ich meine, wenn ich in meinem letzten Leben Bisasam am Leben gelassen hätte, wäre die Determination dann jemals erschaffen worden? Nein. Ich wollte erneut widersprechen, aber mir wurde klar, dass er nun mal recht hatte. Ohne Bisasams Tod wäre die Determination nie entstanden. Und wir wären jetzt auch nicht auf dieser Reise. Und er selber wäre nie hier erschienen. Aber sie ist einmal anders. Wäre all das nie passiert, dann hätte Necrozma nie gegen Floyd gekämpft. Und er hätte nie verloren. Und deswegen wäre ich dir nie begegnet. Was will ich dann heute machen? Ohne dich hätte ich mich nie getraut, der Gilde beizutreten. Ich wäre wahrscheinlich einfach nur irgendein Pokémon ohne wahre Existenzzweck, das irgendwo irgendetwas macht. Und was mit all den anderen? Sie waren glücklich, endlich ihrem Alltag entkommen zu können. Sie waren vorher unglücklich. Vor allem Eevee. Ohne, dass all dies passiert wäre, hätte sie wohl den Rest ihres Lebens einsam auf der Insel verbracht. Ohne diese Tat damals. Es hat uns allen ein besseres Leben gegeben. Auch wenn es für die andere Welt schlecht war, hast du in unserer Welt nur Gutes bewirkt. Und jetzt kannst du dir gut machen, was du damals falsch gemacht hattest. Sobald das geschafft ist, bist du ein wahrer Held. Das stimmt wohl auch irgendwie. Nur manche Sachen, die ich getan habe, werde ich auch nicht mehr gut machen können. Auch wenn wir gewinnen, das wird dieser Samen auch nicht zurückholen. Aber was genau geschehen ist, werden wir sehen, sobald dieses Abenteuer zu Ende ist. Wir saßen beide einen Moment ruhig da und sahen den Mond an. So wie in der ersten Nacht auf unserem Schiff. Auf einmal veränderte sich Scheinungsgesichtsausdruck wieder. Er verwandelte sich von einem Lächeln in einen bedrückten Ausdruck. Bulby, es tut mir leid. Warum denn? Es muss dir nichts leid tun. Und doch, du hörst dir meine Sorgen an und hilfst mir die ganze Zeit. Ich habe mich nie wirklich dafür bedankt. Und vor allem jetzt in dieser schweren Zeit. Du hast selber genug eigene Sorgen und kümmerst dich trotzdem zuerst um meine. Ich sah ihn fragend an. Er atmete tief durch. In der Nacht, als wir in den Sturm geraten sind. Ich hatte den ganzen Tag über das nachgedacht, was Cellast mir erzählt hatte. Ich wollte nicht mit diesem Gedanken leben. Selbst am späten Abend, eigentlich schon in der Nacht, konnte ich an nichts anderes denken. Auch als ich versuchte zu schlafen. Deswegen entschied ich mich noch einmal aufs Oberdeck zu gehen. Dort konnte ich mich immer gut entspannen. Aber als ich auf dem Weg dorthin war, ich habe Stimmen aus dem Raum gehört, in dem meine Maschine stand. Aus reiner Neugier habe ich einen Moment zugehört. Du hast gerade mit Abra über Groudon geredet. Ich wollte gerade gehen, als du das Thema auf einmal völlig gewechselt hast. Ich wollte eigentlich nicht mehr zuhören. Aber als du sagtest, dass Abra es unter keinen Umständen jemand sagen dürfte, war meine Neugier einfach zu groß. Ich habe alles gehört, was du mit ihm besprochen hast. Ich wusste nicht genau weshalb, aber ich war kein bisschen wütend oder überrascht. Als wir mit Evie auf dem Weg zum Strand waren, hast du versucht, mich dazu zu bringen, offen darüber zu reden, nicht? Als Antwort nickte er kurz. Wieder wurden wir einen Moment still. Und? Hältst du mich jetzt für naiv? Ich reagiere wahrscheinlich viel zu extrem für so einen zufälligen Gedanken. Nein, das ist nicht mein Problem an der Sache. Ich glaube, dass es durchaus sein könnte. Und genau das macht mir Angst. Ich glaube, deine Tränen in seinem Augenwinkel zu erkennen. Ich will dich nicht verlieren. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Du bist meine beste Freundin. Du bist die Einzige, mit der ich offen reden kann. Und das Schicksal wirklich will, dass du verschwindest. Er sah mich wieder selbstbewusst an. Dann werde ich im Notfall eben das Schicksal verändern. Es kann nicht sein, dass alles im Leben von vornherein bestimmt ist. Wozu würde man sich dann noch Mühe machen? Man kann das Schicksal beeinflussen, da bin ich mir sicher. Und wenn es sein muss, dann werden wir das eben. Ich sah ihn einen Moment einfach nur stumm an. Ich merkte, wie mir auch die Tränen kamen. Danke, du bist wirklich ein wahrer Freund, Scheinux. Es ist egal, was die anderen sagen. Ich will ja auch nicht gehen. Ich will bei euch allen bleiben. Bei dir. Wo du gerade die anderen erwähnt hast. Wirst du es ihnen auch erzählen? Nachdem ich mit Abra gesprochen hatte, war ich unsicher gewesen und hatte mich am Ende dagegen entschieden. Diesmal jedoch war ich mir sicher. Scheinux hatte mir den Mut gegeben, den ich brauchte. Ja, das werde ich. Aber nicht, wenn Günther dabei ist. Ihm vertraue ich sowas nicht an. Wir saßen noch eine Weile zu zweit oben auf dem Hügel, bis ich irgendwann eingeschlafen sein muss. Aufwachen, ihr faulen Säcke! Wir müssen weiter! Günther hatte sich wieder dazu entschieden, uns auf die sympathischste Weise zu wecken, die ihm gerade einfiel. Die anderen brauchten eine Weile, um wirklich wach zu werden. Ich war ziemlich munter im Vergleich zu den vorigen Tagen, da ich den Rest der letzten Nacht tatsächlich gut schlafen konnte. Ohne jegliche Albträume oder Stimmen. Scheinux, der neben mir auf dem Hügel lag, hatte offensichtlich ebenfalls größere Probleme mit dem Aufstehen. Hm, es ist doch noch viel zu früh, noch fünf Minuten. Ehe ich mich versah, stand Günther direkt vor uns. Fünf Minuten sind rum, jedenfalls nach meiner Uhr. Die Reise verlief ähnlich wie die am Vortag. Jedoch lief ich dieses Mal nicht alleine hintendran, sondern Scheinux begleitete mich. Die anderen aus unserem Team schienen auch bemerkt zu haben, dass etwas geschehen war. Und sie alle schienen sich zu freuen. Günther hingegen warf uns nur hin und wieder verächtliche Blicke zu. Scheinux hatte sich bereits vorgenommen, noch einmal mit ihm zu reden, weil er ihn offensichtlich angelogen hatte. Was mich positiv überraschte, war, dass Günther tatsächlich zumindest etwas besser drauf war als noch am Vortag. Er brüllte uns nicht sofort jedes Mal an, wenn wir begannen zu reden und erzwang nicht ein ganz so schnelles Tempo. Er war tatsächlich etwas freundlicher. Am Abend, als wir wieder Rast machten, dieses Mal nicht ganz so spät wohlgemerkt, blieb er ebenfalls in unserer Runde und verschwand nicht wieder. Einerseits war es ganz gut zu sehen, dass er uns gegenüber offensichtlich positiver gestimmt war als zuvor. Andererseits konnte ich nicht, wie geplant, mit den anderen reden. Ich wusste nicht wirklich, wie ich es am besten handhaben sollte. Als ich Scheinux heimlich danach fragte, wusste er auch nicht viel weiter. Doch ich wusste durch mein Gespräch am Vortag, ich müsste mit ihnen allen reden, bevor es vielleicht zu spät war. Und mir war bewusst, dass wir am nächsten Tag in die zerstörte Welt reisen würden. Der Berg der Wahrheit war bereits in Sicht. Somit traf ich meine Entscheidung. Auch wenn Günther sich sowieso über mich lustig machen würde, beschloss ich, ihn einfach zu ignorieren und mit denen zu reden, denen es wichtig war, es zu erfahren. Also, Leute, ich wollte euch noch etwas erzählen. Ich hab's schon seit dem Anfang der Reise für mich beiden und nur Abra und Scheinux wissen es bereits, aber ich denke, ich sollte euch auch einweihen. Sofort hatte ich die Aufmerksamkeit von allen. Oder vielleicht von allen außer Günther. Der starrte immer noch ins Lagerfeuer, was aber nicht heißen musste, dass er nicht zuhörte. Scheinux lächelte mir aufmunternd zu. Ihr kennt alle die beiden Legenden nicht. Günther zeigte nun, dass er zuhörte. Nee, ich kenn die erste garantiert nicht. Was ist denn da passiert? Ich ignorierte ihn aus logischen Gründen und fuhr fort. Am Ende beider Geschichten musste der Protagonist verschwinden. Ich überlege deswegen schon lange Zeit, ob es sein könnte, dass diese Abschiede vom Schicksal vorausbestimmt sind. Und wir stecken hier offensichtlich mitten im dritten Teil dieser Legende. Ich mache mir schon lange Sorgen, dass es diesmal genauso ablaufen könnte wie die letzten Male, wenn ihr versteht, was ich euch sagen will. Alle schienen über meine Worte nachzudenken. Womit ich garantiert nicht rechnete, war jedoch, dass Günther derjenige war, der mir zuerst antwortete. Na, wünschen würde ich dir das nicht. Er sei mal noch ins Feuer. Ist echt kacke. Da arbeitet man so lange auf dem Ziel, nur um direkt, nachdem man es erreicht hat, zu verschwinden. Aber ich wüsste auch nicht, warum es irgendjemand nötig haben soll, zu verschwinden. Mein Plan ist narrensicher. Ich habe alle Möglichkeiten bedacht. Und es ist beinahe unmöglich, dass wir die Determination nicht bekämpfen können. Ob wir gewinnen, hängt dann vor allem davon ab, wie stark ihr wirklich seid. Aber wenn ich die richtigen gewählt habe, was ich schon vermute, da ich keine Fehler mache, dann müsste es leicht werden. Ich sei ihn verblüfft an. Was, hast du gedacht, ich mache mich über dich lustig? Ich habe selbst genug Erfahrungen mit dem Zeug gemacht. Wird schon werden. Ich war sehr überrascht. Auf seine eigene Art war er tatsächlich sehr freundlich gewesen. Und ein wenig Mut hatte er mir tatsächlich auch gemacht. Also ich finde, Günther hat recht. Verschwinden ist kacke. Für alle Beteiligten. Und ich werde auf jeden Fall tun, was ich kann, damit es keiner muss. Dem Plan schließe ich mich an. Was soll uns schon passieren können, wenn wir zusammenhalten? Ich werde auch nicht zulassen, dass einer meiner neu gefundenen Freunde sofort wieder geht. Ich habe genug vom Einsamsein. Also, wow. Ich muss wirklich sagen, ich hätte gehofft, dass sie mich unterstützt. Aber mit so viel Optimismus habe ich nicht gerechnet. Vor allem von dir, Günther. Danke. Bild dir nichts drauf ein. Für morgen habe ich schon ein tolles neues Folterprogramm für euch parat. Ich wusste, dass er nur scherzt, sodass er tatsächlich keinen genervten, sondern eher einen scherzhaften Unterton in der Stimme hatte. Okay, warst es dann für heute? Es wird Zeit, schlafen zu gehen, damit ihr morgen fit seid. Wir werden vermutlich auf die Determination treffen. Ich hielt ihn auf. Warte, eine Sache noch. Ich habe letzte Nacht in meinem Traum wieder diese Stimme gehört und also, ihr habt mich gehört. Gute Nacht. Kapitel 13 Der finstere Allwissende Die folgende Nacht verlief von allen Seiten ruhig. Auch ich konnte in Ruhe schlafen und hatte keine Albträume. Am nächsten Morgen wachte ich von selber auf. Die Sonne stand bereits am Himmel. Alle außer Günther schliefen noch. Er saß am Lagerfeuer und schnitzte sich mit Hilfe eines Steines irgendetwas aus einem Stück Holz. Ich streckte mich ein wenig und stand auf. Ich setzte mich ebenfalls an das Lagerfeuer. Wechseln sollte etwa nicht schon ewig vor Sonnenaufgang? Bist du krank? Nee, ich dachte, ich lasse euch heute mal ausschlafen. Die Kraft werdet ihr noch brauchen. Ich saß eine Weile ruhig am Feuer und sah ihn beim Schnitzen zu. Was soll das denn werden, wenn's fertig ist? Da fragst du den Falschen. Ich hab keinen Plan. Denk dir selber was aus. Wieder wurde es eine Weile ruhig. Nach einigen Minuten atmete ich tief durch. Kann ich dir ein paar Fragen stellen, Günther? Kannst du schon. Ob du antworten kriegst, ist was anderes. Er begann zu lachen. Also, schieß los. Warum hast du Scheinux angelogen? Warum hast du ihm erzählt, ich wäre sauer auf ihn? Er legte sein Werkzeug aus der Hand. Musst du gleich so beginnen? Naja, okay. Ich werd ehrlich sein. Ich hab mitbekommen, dass du dachtest, ich will euch auseinander treiben, weil ich noch einen Groll gegen Necrosma hege. Das ist falsch. Es ist eher so... Naja... Er wirkt etwas verlegen. Es ist eher das Gegenteil. Ich hab gehofft, wenn ihr nichts mehr miteinander zu tun habt, kehrt er nach dem Abenteuer vielleicht nicht wieder mit euch zurück, sondern bleibt in seiner alten Welt. War aber eigentlich Schwachsinn, muss ich zugeben. Okay, ich muss zugeben, du überraschst mich immer öfter. Vorgestern wollte ich noch eine Art Rebellion gegen dich anzetteln und heute... Ich weiß, dass du das wolltest. Woher weißt du sowas immer? Tja, das weiß ich auch. Du aber nicht. Also, sonst noch was? Ja, weil die Determination hat ja die Möglichkeit, mit einer einzigen Handbewegung Welten zu zerbersten. Wie sollen wir das überleben? Ach, da musst du dir gar keine Gedanken machen. Das kann uns gar nichts. Er sah auf den seltsamen Stern in seiner Hand. Und noch eine letzte Sache. Wie kannst du hier sein? Die Determination hatte doch die Kontrolle über dich übernommen, dachte ich. Er schien nachzudenken. Das genaue erkläre ich euch, wenn wir gewonnen haben. Aber für jetzt kann ich dir sagen, ohne dieses Prachtstück hier. Er hielt den, wie er bei der Beschwörung des Portals gesagt hatte, dunklen Stern hoch. Wäre ich jetzt garantiert nicht hier. Er nahm seinen Stein wieder in die Hand und schnitzte weiter. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis die anderen auch aufwachten. Sie waren ebenso verwirrt, wie ich es zuerst gewesen war, aber alle wirkten gut erholt. Ich selber hatte meine Meinung über Günther an diesem Morgen deutlich geändert. Er war nicht der, den ich aus der Legende erwartet hatte, aber er schien ein relativ freundliches Pokémon zu sein, wenn man ihn einmal richtig kennengelernt hatte. Nur in manchen Bereichen etwas unheimlich. Nachdem alle richtig wach geworden waren und wir sogar ein kurzes Frühstück genießen durften, brachen wir endgültig in Richtung Berg der Wahrheit auf. Auf dem Weg redete ich mit den anderen darüber, was ich am Morgen mit Günther besprochen hatte. Sie alle schienen ziemlich überrascht, vor allem über die Sache bezüglich Scheinungs. Er selber war so hin und her gerissen, dass er selber noch einmal mit zu Günther ging, um mit ihm darüber zu sprechen. Als er nach einigen Minuten wieder in unsere Gruppe kam, erklärte er uns kurz, was sie beredet hatten. Also Günther hat mir natürlich erst einmal bestätigt, dass es wirklich so ist, wie du es gesagt hattest, Er meinte aber, er hätte sich inzwischen seine Gedanken gemacht und es wäre allein meine Entscheidung, was ich am Ende machen würde. Wir reisten somit weiter, in die Richtung des großen Berges, den wir bereits seit dem Vortag sehen konnten. Auf diesem Berg würden wir zum Ende unserer großen Reise aufbrechen. Es kam mir persönlich so vor, als wären wir erst gestern aufgebrochen. Auf dieser Reise hatten wir wirklich schon viele Schwierigkeiten überstanden und ich wusste immer noch nicht, ob ich am Ende der Reise verschwinden würde. Aber egal, was noch passieren würde, diese Reise hatte mir bis jetzt viel Freude gebracht. Viel Wissen, viele neue Erfahrungen und vor allem neue Freunde. Auf diesem Abenteuer hatte ich viel gelernt. Es hatte mich verändert und geprägt. Ich war in diesem Abenteuer an mir selbst gewachsen. Es dauerte nur wenige Stunden, bis wir am Fuß des Berges der Wahrheit ankamen. Und sofort war ich verwirrt. In Florengs Geschichte stand da aber gar nichts von einer Höhle. Warum ist hier kein normaler Aufgang? Der ist auf der Rückseite des Berges. Das sind die letzten lebendigen Reste der alten Zivilisation dieser Welt. Wir müssen in die Kammer am Ende des Tunnels, um den nächsten spirituellen Felsen zu finden. Sie sind die einzigen Orte, an denen man zwischen den Welten reisen kann. Und bevor jemand fragt, das Portal, das Floreng genutzt hat, war auch einer, ja. Aber sein Gegenstück wurde zerstört, deswegen gibt es für uns nur diesen hier. Also können wir weiter. Der Tunnel vor uns beinhaltete beeindruckende Monumente. An manchen Orten waren die neuen Steinschichten von den Wänden geschlagen und man konnte sammelt Zeichnungen sehen. Überall befanden sich teilweise zerstörte und teilweise intakte Säulen. Manchmal konnte man sogar einige Gegenstände in den Trümmern finden. Dieser Ort hatte mich wirklich in seinen Bann gezogen. Günther, die dunkle Welt ist ja auch eine Parallelwelt zu unserer. Das heißt, so einen Ort muss es dort ja auch geben. Wo kann man das denn finden? Ich würde zu gerne sehen, wie es dort aussieht. Dann mal viel Spaß dabei, da reinzukommen. Der Berg der Wahrheit hat in eurer Welt einen anderen Namen. Den Gipfel der Legenden, nennt ihr ihn. Du meinst, der Berg, an dem die legendären Pokémon sich versammeln? Das hier war eins der Berg dieser Welt? Das hast du richtig erfasst, Divi. Hinter diesen Zeichnungen steckt sogar eine Geschichte. Er blieb kurz stehen und überlegte. Ach, wisst ihr was? Ich hab heute gute Laune, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Ich erzähl euch die Geschichte. Weil alle hörten gespannt zu. Also, erst einmal. Wenn ihr je in die Berghöhlen eurer Welt gelangen würdet, dann würdet ihr dort keine derartigen Zeichnungen vorfinden. Sie sind erst kurz vor dem Zerfall entstanden. Die legendären Pokémon dieser Welt spürten damals schon das böse Nahen. Sie wussten, dass bald eine Macht erscheinen würde. Die dunkle Macht. Deswegen riefen sie häufig Versammlungen ein. Alle legendären Wächter des Landes versammelten sich, um über die drohende Gefahr zu sprechen. Aber unter ihnen gab es einen, der keine so großen Probleme mit dem Gedanken der Zerstörung hatte. Zudem behauptete er, Visionen zu haben. Seine Visionen verewigte er hier an die Wände, als Warnung an alle Pokémon. Doch sie ignorierten ihn. Sie waren seinen Wahnsinn satt. Zudem sicherte dieses Pokémon ihn zu. Sollte es zu einem Krieg kommen, würde er nicht auf der Seite des Rats der Legenden stehen. So entschied der Oberste des Rates, Arceus, dass dieses Pokémon verbannt werden würde. Sein Status als Legende würde ihm aberkannt werden, wenn der Rat sehen würde, was bis heute alles geschehen ist. Sie hätten auf seine Warnungen gehört. Er stand auf und ging zu einer Zeichnung. Diese Zeichnung stammt aus jenen alten Zeiten. Vor Jahrhunderten. Seht ihr, was sie zeigen? Ich betrachtete die Zeichnung genauer, als ich erkannte, was es war. Mir stockte der Atem. Du hast es wohl erkannt, nicht Bulby? Ganz recht. Das Pokémon hat damals schon gewusst, dass eines Tages Flönt diese Welt bereisen würde. Diese Zeichnung zeigt seine Schlacht gegen Günther mit seinem reinen Element. Alle anderen waren ebenso fasziniert wie ich. Und wer war dieses Pokémon, das in die Zukunft sehen konnte? Günther begann seltsam zu lachen. Ich denke, ihr werdet schon oft von ihm gehört haben. Zumindest ist er in der Legende schon oft genug aufgetreten. Scheinux wirkte genervt. Wenn du jetzt ne Crossma sagst, dann gehe ich. Wieder lachte Günther. Nein, nein, dieses Mal nicht. So wichtig bist du jetzt auch nicht. Bild dir nix ein. Sein Name lautet Darkrai. Mir schossen die Erinnerung an Flönts Tagebuch wieder ins Gedächtnis. Darkrai. Das Pokémon, das Flönt die Wahrheit über ihn erzählt hatte. Das geisteskranke Pokémon. Derjenige mit Techniken, die jenseits jeder Realität liegen. Im Tagebuch hatte Flönt sich schon gefragt, ob hinter Darkrai nicht doch mehr steckte als reiner Irrsinn. Und nun mit diesem Hintergrundwissen änderte ich meine Sicht auf ihn noch einmal vollkommen. Irgendetwas Größeres stand dahinter. Darkrai schien mächtiger zu sein, als er wirkte. Günther beendete seine Erzählung. Aber nicht alle von Darkraths Vorhersagen erfüllen sich. Er sagte zum Beispiel voraus, dass ein Wesen, gespeist von negativen Gefühlen, geschaffen aus reinem Eis, die Welt heimsuchen würde. Und ein paar Zeichnungen zeigen Dinge, die in der Zukunft geschehen sollen. Doch welche von ihnen wahr werden und welche nicht, das weiß niemand, außer vielleicht das Schicksal selbst. Doch ich denke, dass Darkrai gegenüber der dunklen Macht anders dastand, als es aus den Legenden hervorging. Ich denke, er war nicht ihr Unterworfener. Die dunkle Macht war für ihn eine Art Spielzeug. Er konnte sie nach Belieben manipulieren. Schließlich wusste er, wie sie handeln würde. Er führte unsere immer noch erstaunte Gruppe zu einer weiteren Zeichnung. Dies ist eine der Zeichnungen, die laut Darkrai die Zukunft zeigen. Aber schlau wird daraus keiner. Ich sah mir die Zeichnung genauer an. Was sie wirklich darstellen sollte, war nicht zu erkennen. Doch als ich das Bild genauer betrachtete, gefroren mir wieder das Blut in den Adern. Was ist denn? Dieses Mal kannst du ja wohl nichts Gruseliges da drin erkennen. Dazu versteht man es zu schlecht. Das stimmt. Ich erkenne nichts. Aber ich habe dieses Bild schon mal gesehen. Was? Wo hast du das denn gesehen? Wann und wo? Vorletzte Nacht in meinem Traum. Dieses Mal unterbrach Günther mich nicht. Als ich die Stimme wieder gehört habe. Ich war wieder in diesem Tunnel und Ich bin mir nicht sicher. Diese Zeichnung war dort in dem Tunnel. Ich erinnere mich. Es war auf jeden Fall dort. Alle anderen wirkten etwas verunsichert. Nur Günther zeigte ausnahmsweise mal Interesse. In deinem Albtraum? Was genau hat die Stimme denn gesagt? Ich versuchte mich daran zu erinnern. Beim ersten Mal sagte sie Höre die Prophezeiung. Der Finstere wird wiederkehren. Der Herrscher dieser Welt wird zurückkommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Stunde rückt näher. Er zittert vor seiner Macht. Der Meister der Schatten wird zurückkehren. Und beim zweiten Mal wurde es noch schlimmer. Da sagte sie Beendet eure Reise. Haltet ein oder trefft den Zwiegespaltenen. Den König der Schatten. Messt euch nicht mit seiner Macht. Oder sie wird euer Ende sein. Kehrt um, solange ihr noch könnt. Die Stunde ist nah. Ich wünschte nur, ich würde es besser verstehen. Aber als du vorgestern Abend weg warst, habe ich schon mit den anderen darüber gesprochen. Wir denken, es hängt mit der Rückkehr der dunklen Macht zusammen. Günther grübelte einen Moment. Das ist Interessant. Er stand wieder auf. Wir sollten weiter. Wir werden auch für diesen Traum noch eine Erklärung finden. Wir gingen weiter durch die Ruin. Es kam mir wie eine lange Zeit vor. Und als ich dachte, wir müssten gleich am Ziel sein, hörten wir eine Stimme. Sie kam aus dem Gang vor uns und prallte an den Wänden ab. Er wird wiederkehren. Der Meister. Nur noch kurze Zeit ist es hin. Ich erkannte die Stimme. Es war dieselbe, die ich mehrfach in meinem Traum gehört hatte. Günther bemerkte meine Angst. Was ist los? Hast du Angst vor dieser Stimme? Kennst du sie etwa aus deinen Träumen? Ich war wieder einmal überrascht. Wie kannst du sowas wissen? Wie? Das ist die Stimme aus deinem Traum? Dass diese Stimme der Angst macht, verstehe ich. Ich finde sie auch gruselig. Aber wenn hier das Pokémon wartet, zu dem die Stimme passt, dann können wir vielleicht mehr erfahren. Weitergehen müssen wir sowieso. Also los. Wir liefen weiter durch den Tunnel. Ich versuchte, meine Angst zu verstecken. Es klappte jedoch nicht. Scheinungs-Zeit mir zumindest ein wenig runterzukommen. Nur wenig später kamen wir in einen langen Gang, an dessen Ende ein großer Raum lag. In diesem Raum erkannte ich einen Felsen. Einen spirituellen Felsen, wie Günther ihn nannte. Wir schritten voran. Die Stimme lauter in den Ohren als zuvor. Als wir schließlich in den Raum kamen, war dort nichts. Ich atmete innerlich schon durch, doch leider zu früh. Scheinungs starrte mit schockiertem Blick zur Decke. Ich folgte seinem Blick und sah... Irgendetwas. Ein Wesen hängte an der Decke und starrte auf uns herab. Auf einmal ließ es sich fallen, mitten vor den Felsen. Ich habe euch gewarnt! Kehrt um! Es ist zu eurer eigenen Sicherheit! Dieses Pokémon war derjenige, der mir meinen Schlaf gelaubt hatte. Er war derjenige, der mich im Traum angesprochen hatte, der seine Prophezeiung zu mir weiterleitete. Günther schien überrascht. Wirklich? Du hast meine neuen Mitstreiter im Traum terrorisiert? Von dir hätte ich das nicht erwartet, Giratina! Das Pokémon, Giratina, wie mir in diesem Moment klar wurde. Gott der Zerwelt und Wächter eines Splitters der dunklen Macht, sah Günther verwirrt an. Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich habe dich noch nie gesehen! Günther zögerte tatsächlich einen Moment. Natürlich, mich nicht, aber einen guten Freund von mir. Floink. Anstatt einer normalen Antwort begann er wieder mit seiner Prophezeiung. Der Meister! Er wird wiederkehren! In diesem Moment änderte sich Günthers Ausdruck vollständig. Warte, meinst du? Er wandte sich an mich. Bulbi. Er meinte nie, dass die dunkle Macht zurückkehren würde. Er hat von Floink gesprochen. Dem dunklen Rächer. Das ist eine völlig andere Situation für uns. Eine so viel bessere. Ich bedachte noch einmal alles, was ich im Traum gehört hatte. Es konnte wirklich stimmen. Giratina hatte nie klar von der dunklen Macht geredet. Ja, er wird kommen. Messt euch nicht mit seiner Macht. Sie wird euer Verderben sein. Nun wirkte Günther verständnislos. Warum sollten wir uns mit ihm anlegen? Er ist mein Freund. Und nun lasst uns durch. Auf einmal begann Giratina durchzudrehen. Ihr könnt nicht. Er würde euer Ende besiedeln. Der Meister. Er wird wiederkehren. Im nächsten Moment erschien auch Iveltal. Der Wächter des ersten Splitters. Wir werden euch nicht passieren lassen können. Es war eine wirklich angespannte Situation. Doch mir fiel etwas auf. Aber wenn ihr beide bereits hier seid. Was ist mit Darkrai passiert? Warum ist er nicht auch hier? Giratina sei etwas wehmütig aus. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Er hat nicht mit einer derartigen Macht gerechnet. Siehst du, wenn du uns durchlässt, können wir ihn retten. Er kann dann auch zurückkehren. Ich hatte wirklich erwartet, dass Scheinux mit diesem Argument perfekt getroffen hatte. Doch Giratinas Stimmung wechselte wieder. Nein! Ich kann es nicht zulassen. Nicht einmal für die Rückkehr unseres Anführers. Er und Iveltal machten sich kampfbereit. Wir wollten es ihnen nachtun. Im Bewusstsein vor dem ersten großen Kampf unserer Gruppe zu stehen. Doch Günther stoppte uns. Halte da hin. Das wird nicht nötig sein. Ich kümmere mich um die beiden. Er trat nach vorne. Günther führte eine seltsame Handbewegung aus. Ich sah nicht genau, was geschah. Doch ich sah, dass sich Dunkelheit in seinen Händen formte. Sie stammte, so dachte ich, von dem dunklen Stern. Zudem schien seine Augen zu leuchten. In einem Blauton. Ihr beide, Giratina, Iveltal. Ihr macht uns besser sofort Platz. Ansonsten lasst ihr mir keine Wahl. Ich rechnete damit, dass beide gereizt werden und auf Günther losgehen würden. Doch es geschah etwas Unerwartetes. Iveltal verschwand auf der Stelle. Und Giratina zuckte zurück. Aber, aber... Günther schien eine Wut aufzubauen. Los, beweg dich! Sofort! Und tatsächlich hörte Giratina auf ihn und verschwand auch im Nichts. Aber nicht ohne eine letzte Botschaft. Ich habe euch gewarnt. Wenn ihr wollt, dass dies euer Schicksal ist, so sei es. Kaum waren sie verschwunden, sah Günther wieder normal aus. Kommt, es ist Zeit. Wir standen alle ausnahmslos. Einfach nur erstaunt da. Ivi war die Erste, die widersprach. Wie krass war das denn? Die beiden haben sich ja vor Angst fast in die Hose gemacht. Wer hast du denn das geschafft, Günther? Nach und nach fielen wir alle in ihre Begeisterung mit ein. Tja, das werdet ihr schon selbst herausfinden müssen. Das bleibt geheim. Zumindest für jetzt. Also los, die zerstörte Welt wartet. Kapitel 14 Die erste Schlacht zwischen den Überresten. Somit war die Zeit endgültig gekommen. Unsere letzte Reise zwischen den Welten während diesem Abenteuer stand uns nun bevor. Ich hatte selber noch offene Fragen, die nach allen Geschehnissen immer noch offen geblieben waren. Doch auch diese würde ich noch beantworten können. Nun war jedoch nicht die Zeit dafür. Es war Zeit aufzubrechen. In unsere letzte Schlacht. Nun ja, noch nicht ganz. Zuvor müssten wir noch Günthers Freunde besiegen können, worauf ich ihn auch noch einmal ansprach. Bevor wir in deine Welt gehen, Günther, glaubst du, du wirst stark genug dafür sein? Er schien verwirrt. Wie? Für den Kampf gegen die Determination, oder? Nein, aber... Du sagtest ja, wir müssen deine Freunde besiegen, da ihre Seelen verschmutzt wurden. Damit wir nur noch automatisch ausschließen, dass wir sie retten können, oder nicht? Er sah mich verwirrt an. Wie kommst du da drauf? Hatte ich euch das nicht erklärt? Wir werden sie bekämpfen. Sobald sie schwach genug sind, werde ich ihre Seelen mit dem dunklen Stern reinigen können. Wir werden sie retten. Sie werden uns in der letzten Schlacht unterstützen. Ohne sie würde es zu schwer werden. Außerdem, vielleicht kann ich auch die Dunkelheit ihrer Seelen gegen die Determination nutzen. Nein, das hattest du uns noch gar nicht erklärt. Aber das ist klasse, das heißt, wir können sie alle auch kennenlernen? Ja, ja. Auch wenn's nicht so besonders ist, wie du gerade tust. Also, alle Abreise bereit. Alle bejahten. Während Günther wieder sein Ritual durchführte, zog ich mir Seemops und Schlacht heran. Ihr zwei, ich muss, wenn wir gleich wandern, nochmal mit euch reden. Unter sechs Augen. Sie schienen etwas verwirrt, sagten aber nix dagegen. Günther hatte das Portal inzwischen beschworen. Dieses Mal ohne Stimmen, keine Angst, Bulby. Wir kamen alle unversehrt auf der anderen Seite des Portals an. Dort fanden wir uns in einer seltsamen Gegend wieder. Um uns herum war alles dunkelblau mit kleinen weißen Punkten. Es wirkte, wie als würde man im Sternenhimmel stehen. Seemops schien von unserer Umgebung verwirrt. Müsste nicht in einer zerstörten Welt eigentlich nichts sein? Wo kommt dieses Leuchten her? Tatsächlich war es nicht Günther, sondern Scheinux, der die Antwort wusste. An sich hast du recht, aber es wurde offensichtlich nicht komplett ohne Reste alles zerstört. Das sind kleine Reste der Materie zurückgeblieben. Und das sind die Punkte an der Wand. Beeindruckend, besser hätte ich es gar nicht erklären können. Günther war nun als letztes auch in dieser Welt angelangt. Na dann gehen wir. Einfach geradeaus, dann müssten wir irgendwann auf die Determination treffen. Und auf dem Weg, meine... Freunde. Hydropi dürfte der Erste sein. Und der Einfachste. Ich denke, mit unserem Team dürfte das gar kein Problem werden. Als wir wanderten, kamen Seemops und Chillast auf mich zu. Du wolltest noch viel über irgendwas reden? Scheinux sah mich fragend an. Ich wollte nochmal mit den beiden reden. Unter sechs Augen. Kannst du schon mal vorgehen, Scheinux? Ich komme gleich nach. Auch wenn er immer noch etwas verwundert wirkte, tat er, worum ich ihn gebeten hatte. Also, was ist es? Ich versicherte mich kurz, dass Scheinux uns nicht zuhörte. Aber er war bereits in einem Gespräch mit Evie vertieft und schien daran seinen Spaß zu haben. Also, wegen Scheinux. Als ihr von seiner Vergangenheit erfahren habt, seid ihr ziemlich über ihn hergezogen. Aber kaum, dass er wieder aufgetaucht ist, habe ich überhaupt nichts mehr davon bemerkt. Was ist denn passiert? Habt ihr eure Meinung geändert? Ach so. Darum wolltest du mit uns reden. Naja, wir wissen beide, was wir an dem Abend gesagt haben. Dafür haben du und Evie uns ja auch schon ziemlich fertig gemacht. Aber ihr habt ja auch recht. Wir haben danach am Lagerfeuer noch gesprochen. Das war aber eigentlich auch ziemlich unnötig. Uns beiden war schon klar, dass ihr beide recht hattet. Auch wenn ich mir immer noch Sorgen mache. Aber wir haben uns entschieden, ihn gleich zu behandeln wie davor. Sollte er sein Verhalten ändern, werden wir das auch. Aber es wirkt ja nicht nötig. Er scheint es ziemlich gut weggesteckt zu haben, wenn ich ihn so sehe. Aber wo wir gerade so reden. Was war eigentlich die erste Zeit in der dunklen Welt mit euch beiden los? Ihr habt so viel Abstand zueinander gehalten wie noch nie zuvor. Hattest du deinen Meinung im Gegenüber etwa doch geändert? Nein, ich habe immer an ihn geglaubt. Aber Günther hat ihm eingeredet, dass ich das hätte. Stimmt, du hast uns erzählt, dass Günther gehofft hat, dass Scheinlux nach unserem Abenteuer hier bleibt. Das gehört dann wohl zusammen, richtig? Ich nickte nur. Na dann, jetzt, weil es klar ist, müssen wir nur noch diese finalen Kämpfe gewinnen. Und er hatte recht, was auch dieses Gespräch mir noch einmal wirklich gezeigt hatte. Wir waren ein Team und wir würden dieses Abenteuer als eines beenden. Egal wie es nun ausgehen würde. Den Rest der Wanderung verbrachte ich zusammen mit Evie und Scheinlux. Scheinlux war selber ja von Anfang an am optimistischsten gewesen, was sie angeht. Und ich selber hatte bemerkt, seine Hoffnungen wurden nicht enttäuscht. Die beiden schienen gute Freunde geworden zu sein. Und was mich auch glücklich stimmte, war ein bestimmter Gedanke. Ich hatte mir ja zu Anfang Gedanken gemacht, wie es werden würde, wenn unser Team sich nach unserem Abenteuer wieder trennen würde. Doch nun war es so, dass niemand außer ich und Scheinlux seinen Alltag vermisste. Und ich wusste, ich war nicht die Einzige, die wollte, dass unser Team Bestand hatte. Sobald wir diese Welt gerettet hatten, würden wir alle zurückkehren. Ich war mir sicher, die Gilde würde auch noch drei weitere Mitglieder aufnehmen. Nur Günther würde natürlich hier bleiben, wo er hingehört. Nach einem kleinen weiteren Marsch erschien auf einmal ein Pokémon aus dem Boden vor uns. Es war ein Hydropi, aber mit etwas überzogen, das wie Schlamm aussah. Nur Rot. Ohne lange Vorrede stürzte er sich auf uns. Wir wollten bereits beginnen zu kämpfen, als Günther die meisten von uns zurückrief. Bulbi, Scheinlux, Seemobs, Ivi, Stopp! Wir alle hörten auf ihn und hielten uns zurück. Nur Celast stürzte sich mitten in den Kampf. Was ist denn los, Günther? Sollen wir Celast nicht helfen? Das Ganze ging schneller, als ich dachte. Ich konnte euch die Strategie noch nicht erklären. Helfen sollt ihr, Ry, Bulbi, Scheinlux und Ivi. Aber nur passiv, aus dem Hintergrund. Seemobs, du hältst dich gegen Hydropi raus. Wir seien ihn alle fragend an. Aber warum? Das erkläre ich euch gleich. Celast kann Hydropi auch alleine gut handeln. Und jetzt helft ihm. Los! Wir taten, was er sagte und hielten uns zu dritt im Hintergrund und unterstützten Celast ein wenig. Er selber schien damit keine wirklichen Probleme zu haben, da er tatsächlich gut gegen Hydropi klar kam. Jedoch war mir von Anfang an klar gewesen, dass Hydropi das schwächste Mitglied des Helden-Teams war und deshalb der Kampf gegen ihn auch der einfachste werden würde. Es dauerte tatsächlich nicht lange, bis Hydropi sehr geschwächt wirkte. Auf einmal schoss Scheinlux aus unserer Defensive ganz nach vorne und feuerte seinen stärksten Angriff ab. Donnerblitz. Unser Gegner begann zu wanken und ging zu Boden. Der rote Schlamm ging von ihm und versickerte im Boden. Sofort danach stand er wieder auf. Was? Wo bin ich hier? Er schien einen Moment zu überlegen, dann zuckte er zusammen. Warte, ich weiß es wieder. Die Determination! Günther unterbrach ihn. Zum ersten Mal sah dieser sich in unseren Reihen um, bis sein Blick zuerst verwirrt an Günther hängen blieb. Günther? Ist das wirklich du? Was machst du hier? Und... Er sah wieder zu uns anderen. Wer seid ihr? Günther, der sich in seiner Position als Leiter unseres Teams gut eingefunden hatte, übernahm erneut. Also macht's euch alle bequem. Ich erkläre dir alles, Hydropi. Dann sage ich euch den Schlachtplan. Somit begann Günther Hydropi eine Zusammenfassung aller Ereignisse der letzten Zeit zu geben. Er erzählte Hydropi alles, was er wissen musste. Was mich jedoch überraschte. Scheinungsvergangenheit verschwieg er. Hydropi wirkte die meiste Zeit sehr nachdenklich. Als Günther schließlich fertig war, meldete er sich zu Wort. Also, habe ich's wohl euch zu verdanken, dass ich jetzt hier bin, aber... Er sah Günther vorwurfsvoll an. Hast du wirklich niemanden für diese Aufgabe gefunden, Günther? Die fünf sind Kinder. Es ist viel zu gefährlich für sie. Zum ersten Mal seit Hydropis erwachen, meldete sich jemand aus unseren Reihen zu Wort. Evie war nicht gerade begeistert über seinen Einwurf. Wen interessiert's, dass wir nicht so alt sind wie du? Offensichtlich können wir euch ja besser helfen als ihr euch selber. Wieder verstummte unser neuer Mitstreiter kurz. Ja, das glaube ich euch, aber... Die Determination ist ein Gegner der Elite-Klasse. Unser ganzes Team hatte keine Chance gegen sie. Das stimmt. Ihr hattet keine Chance. Aber wenn wir jetzt mit ihnen zusammen und vor allem mit mir gegen sie antreten, dann haben wir eine. Also, der Schlachtplan. Scheinux, spar dir deine Energie und hör auf meine Befehle. Du bist einfach in die Offensive gerangen, obwohl ich eindeutig sage, ihr solltet defensiv bleiben. Aber egal. Ich wollte Chillast alleine kämpfen lassen, da er die Energie später am wenigsten benötigen wird. Seemops, du warst unbeteiligt. Im nächsten Kampf werden wir es ähnlich machen. Wir werden Latias und ihren Bruder treffen. Gleichzeitig? Ja, Scheinux, Schlast, Zyropi. Ihr agiert im Hintergrund und helft inaktiv mit. Eevee, Seemops. Ihr werdet die vordere Front bilden. Wobei du als Nachthara kämpfen wirst, Eevee. So bist du offensiv deutlich stärker als als Felinara. Bulby, du hältst dich raus. Ich war etwas enttäuscht. Wirklich? Warum das denn? Das ist doch langweilig. Du hast ja als einzige große Probleme mit Psychoangriffen. Du würdest auf dem Kampffeld nicht durchhalten. Deine Stunde kommt noch. Ich sehe ein Muster. Gegen Lord Ecke wirst du dann mich und Bulby an die Front schicken. Nicht wahr? Falsch. Wie mal wieder. Ihr werdet euch alle eine Pause gönnen. Verwirrte Blicke von allen Seiten. Günthers Gesichtsausdruck veränderte sich wieder. Zu demselben bedrohlichen und irgendwie freudigen Ausdruck, den er hatte, bevor er Scheinungsweltbild zerstört hatte. Den Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Lord Ecke ist mein Gegner. Über den letzten Kampf reden wir, wenn wir vollzählig sind. So reisten wir weiter. Nun, zusammen mit Hydropi. Er schien immer noch unsicher und verwirrt, aber ich sah es ihm nach. Solange er uns freundlicher behandelte, als Günthers anfangs tat. Wir liefen eine ganze Weile weiter und ich wurde langsam angespannt. Ich wusste, wir könnten jeden Moment angegriffen werden. Doch wir wurden nicht überrascht. Es geschah etwas anderes. Hydropi blieb auf einmal stehen. Hier hielt sich eine Pfote an den Kopf, wobei er Schmerzen zu haben schien. Seine Augen fielen kurz zu und schlugen sofort wieder auf. Was zum... Was war das? Wir alle stoppten bei unserer Wanderung. Ist irgendwas passiert? Alles in Ordnung bei dir? Ich... Mein Kopf hat auf einmal angefangen zu dröhnen, als ich dann die Augen geschlossen habe. Ich hab mich selber vor mir gesehen. Du meinst, du hattest einen Albtraum? Nein, das nicht. Ich hab nur einen kurzen Dialog gesehen. Ich war selber da und... Stand neben einem... Riolu, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben gegen Rayquaza gekämpft. Wir sahen uns alle verwirrt an. Rayquaza, du meinst dieses dritte legendäre Pokémon neben Kyogre und Groudon? Er nickte. Hast du irgendeine Ahnung, woher das kommen könnte? Hast du sowas früher einmal erlebt? Bevor Hydropi überhaupt verneinen konnte, unterbrach Günther unsere Diskussion. Es war nur ein Traum. Du warst so lange ohne Bewusstsein, da wird sowas wohl vorkommen. Die anderen gaben sich mit dieser Antwort zufrieden. Ich hatte keine Lust, gerade jetzt einen Streit mit Günther vom Zaun zu brechen. Doch was ich mich bis heute frage, warum hat er gelogen? Ich hab's doch genau gemerkt. Günther wusste etwas, das er uns nicht erzählen wollte. Ich nahm mir ursprünglich vor, ihn nach unserer Reise, bevor wir zurückkehren würden, noch einmal damit zu konfrontieren. Doch für diesen Moment entschied ich mich weiter zu reisen. Und diese Reise führte schon bald zu dem, was ich erwartet hatte. Als in der Entfernung am Himmel zwei rotglühende Punkte in Sicht kamen, die mit hoher Geschwindigkeit auf uns zuflogen. Jetzt ist deine Zeit gekommen, Seemobs. Ich hab dich nur für diesen Kampf ins Team geholt. Also zeig auch, was du kannst. Kapitel 15 Wieder ein Team Die beiden legendären Äonen-Pokémon griffen uns an. Sie waren vom selben roten Schleim bedeckt wie zuvor Hydropi. Ich wollte mich schon beinahe in den Kampf stürzen, als mir wieder einfiel, wie Günther es geplant hatte. Ich durfte den anderen nur zugucken, wie sie kämpften. Ich spürte dabei einen Drang in mir. Einen Drang, der mir sagte, ich solle mich ebenfalls in die Schlacht stürzen. Doch ich wollte Günther nicht widersprechen, zumal ich sah, dass er recht gehabt hatte. Beide Drachen nutzten beinahe nur ihre Psychoattacken, was es Evie sehr einfach machte, mir jedoch große Probleme bereiten würde. Wenn ich in diesen Kampf hineingeraten würde, hätte ich keine hohen Überlebenschancen. Günther selber tat dasselbe, was mich schon beim ersten Kampf sehr geärgert hatte. Er stand am Rand und beobachtete das Geschehen. Obwohl er selber vermutlich mit Abstand der stärkste von uns allen wäre, hielt er es nicht für nötig, selber aktiv zu werden. Aufgrund der Anweisung, die er meinen Freunden zurief, wusste ich jedoch zumindest, dass er überhaupt auf den Kampf achtete. Die Schlacht wirkte alleine vom Zugucken her war um Welten schwieriger als die gegen Hydropi. Alle, die irgendwie am Kampf beteiligt waren, egal ob aktiv oder passiv, wurden von den beiden Geschwistern mit Attacken bedrängt. Evie und Semops gaben in der Offensive ihr Bestes. Semops war offensichtlich in jeder Form motiviert, alles für diese Schlacht zu geben. Vermutlich mit dem im Hinterkopf, was Günther ihm vor dem Kampf gesagt hatte. Jedoch verlief der Kampf offensichtlich nicht komplett nach Plan. Als Scheinux schließlich verwundet wurde, entschied Günther sich für einen taktischen Wechsel. Scheinux, zieh dich zurück, ich übernehme. Ich sah Günther fragend an und er schien sofort zu wissen, was ich sagen wollte. Du wirst nicht kämpfen, wenn es sich irgendwie verhindern lässt, Bulby. Vergisse es. Etwas enttäuscht sah ich zu, wie er auf das Kampffeld stürmte, während Scheinux sich unbemerkt zurückzog. Er gesellte sich zu mir in sicherem Abstand zum Kampf, der vor uns stattfand. Alles okay bei dir? Ja, alles super. Ich hätte noch ewig weitermachen können. Ich weiß nicht mehr genau, weshalb Günther mich zurückgerufen hat. Naja, mir soll's recht sein. Er sagt kurz wieder zu unseren Freunden. Ist es nicht langweilig, wenn du nur daneben stehen kannst? Ich meine, du hättest bestimmt noch etwas Training nutzen können. Ich dachte einmal kurz über unser Abenteuer nach. Mir fiel selber auf, er hatte recht. Ich hatte all die Zeit keinen wirklichen Kampf gehabt. Nur gegen Widropi durfte ich im Hintergrund agieren. Aber mir war es ehrlich gesagt so lieber, wenn ich daran zurückdenke, wie viele Schlachten alleine in Floings Abenteuer geschlagen wurden. Gerade als ich diesen Gedanken beendet hatte, achtete ich wieder etwas auf das Geschehen. In diesem Moment schlugen Eevee und Seemops beide zu. Sie konnten den letzten nötigen Schlag landen, um diesen Kampf für uns zu entscheiden. Auch die beiden Äonengeschwister gingen zu Boden und der rote Schlamm versickerte dort. Ich und Scheinux ging zu unseren Freunden. Seemops wirkte aufgeregt und Adrenalin geladen. Das war klasse! Den haben wir es total gezeigt. Auch Eevee wirkte sehr glücklich. Günthers Fokus lag eher auf den beiden Drachen neben uns, die langsam wieder zum Bewusstsein kamen. Was zur Hölle ist passiert? Latios wirkte sehr verwirrt. Von Latias kann ich es nicht genau sagen. Sie sah sich sofort in unserem ungewöhnlichen Team rum. Ihr Blick blieb, wie bei Hydropi auch, an Günther hängen. Halluziniere ich? Bist du das, Günther? Er erklärte den beiden, was er auch schon Hydropi erzählt hatte. Dieses Mal sieht er sich kürzer und übersprang unfreundlicherweise einige wichtige Sachen, was uns betraf. Über sich selber erzählte er alles haargenau. Außer der Sache, wie er überhaupt hier sein kann. Nach seiner Erzählung schweifte Latias' Blick wieder über unser Team. Dieses Mal jedoch achtete sie wirklich auf uns. Dann denke ich, gehe ich recht in der Annahme, dass ihr diejenigen seid, denen wir es zu verdanken haben, dass wir wieder beim Bewusstsein sind? Danke. Ich bin übrigens Latias, falls Günther euch das nicht schon erzählt hat. Und ich bin Latios. Freut mich ja auch, aber wer genau seid ihr? Günther war das, was euch angeht, ja relativ ungenau. Ich bin nun mal bei den wichtigen Punkten geblieben. Ich finde eigentlich, es wäre wichtiger gewesen, uns etwas über diese Kinder zu erzählen, als stundenlang über deine Planerei. Naja, das ist auch nicht so wichtig. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen? Günther, der immer noch etwas eingeschnappt von Latias' letzter Aussage war, schlug etwas anderes vor. Können wir damit vielleicht warten, bis wir alle da sind? Sonst müssen wir das Ganze nur nochmal machen. Wir müssen zuerst eine Decke finden. Wir können ihn auch wieder auf unsere Seite ziehen. Das ist klasse. Aber wie genau habt ihr das bei uns geschafft? Viel mitbekommen habe ich ja nicht. Günther lachte mal wieder seltsam, wie auch zuvor hin und wieder. Mit meiner Lieblingsmethode. Ein paar Respektschellen helfen jedem wieder auf die Sprünge. Unsere beiden neuen Mitstreiter sahen ihn etwas verwirrt an. Naja, wenn es funktioniert, also müssen wir laut Ecke bekämpfen. Und dann? Dann retten wir die Welt. Wir alle waren nicht zum ersten Mal überrascht von Evies Enthusiasmus, aber stimmten trotzdem alle zu. Somit machten wir uns auf den Weg weiter geradeaus und somit vermutlich in Richtung Lord Ecke. Doch bevor wir losgingen, machte Günther uns noch einmal seinen Plan für den nächsten Kampf klar. Jetzt nochmal für alle. Wenn wir Lord Ecke begegnen, das ist mein Kampf. Ihr mischt euch nicht ein. Und so schritten wir erneut weiter. Diesmal nicht nur mit einem, sondern mit zwei neuen Freunden. Die weitere Reise verlief ruhiger als zuvor. Es gab keine Zwischenfälle. Weder Hydropi noch einer der beiden Geschwister sahen erneut Bilder vor sich oder andere derartige Dinge. Zudem sprach keiner ein Wort. Allerdings fragte ich mich selber weshalb, doch mit jedem Schritt, den wir weitertraten, spürte ich mehr und mehr dasselbe, was wohl auch die anderen spürten. Die Landschaft wurde finsterer. Weniger Überreste von Materie befanden sich auf unserer Route. Die Atmosphäre hatte etwas Gewaltiges. Man konnte die Macht beinahe spüren. Ich wusste spätestens, als Günther mit sich selbst sprach, wieso all dies geschah. Wir sind also wirklich auf dem richtigen Weg. Ich spüre sie. Die Determination bekam ihr nahe. Und erneut wurde mir bewusst, unsere Reise. Sie standen kurz vor ihrem Ende. Nach einer Weile, weilte Marsches, hielt Günther auf einmal an. Mit einer Handbewegung signalisierte er uns zurück zu bleiben. Ich lief immer noch sehr weit hinten in unserer Gruppe, somit sah ich kaum, was weiter vorne vor sich ging. Als ich jedoch eine schemhafte Gestalt in einer riesigen Flamme stehen sah, wusste ich, was los war. Und bevor das Pokémon uns überhaupt bemerkte, landete Günther auch schon den ersten Angriff auf seinen besten Freund. Wir alle hielten uns zurück, während Günther sich mit seinem Kampf beschäftigte. Keiner wollte sich ihm widersetzen. Ich wollte versuchen, mich auf etwas anderes zu konzentrieren. Da fiel mir etwas auf. Obwohl ich versuchte, mit den anderen zu reden. Es kam einfach kein Ton heraus. Die Aura, die uns umgab, schüchterte meine Freundin nicht nur so sehr ein, dass sie nicht drehen wollten. Wir konnten es nicht einmal. Also war es wohl das Einzige, was wir tun konnten, Günther zu beobachten. Spannend war es jedoch nicht, ihm zuzusehen. Mir war durchaus bewusst, dass Günther und Lord Ecke beide starke Pokémon waren. Doch dieser Kampf machte einen anderen Eindruck. Anfangs dachte ich, es lege nur am Typen Vorteil. Jedoch stellte sich sofort heraus, dass Günther in diesem Kampf absolut dominant war. Er schien sich sogar einen Spaß aus seiner Sache zu machen. Sein Gegenüber gab alles, um etwas zu bewirken. Jedoch schienen Angriffe von seiner Lord Ecke wirkungslos. Egal wie er versuchte, Günther entging jedem seiner Versuche mit einer unfassbaren Agilität. Seine Wasserattacken nutzte Günther den ganzen Kampf über dabei nicht einmal, vermutlich, weil er sich dachte, dass es zu langweilig wäre. Stattdessen griff er rein physisch an, die meiste Zeit mit seinen Krallen. Der Kampf ging ein paar Minuten weiter, bis auf einmal die Flamme erloscht, die die gesamte Zeit gebrannt hatte. Zusammen mit ihr ging auch der Schleim. Für mich fühlte es sich ebenfalls befreiend an. Es war, als könnte ich endlich wieder atmen, als hätte irgendetwas mir die Luft geraubt. Das nächste, was geschah, war, dass ich Günther reden hörte. Das war ja langweilig. Naja, ihr könnt jetzt übrigens wieder reden. Die Flamme hat viel Sauerstoff zum Brennen gebraucht, deswegen war es hier schwer zu atmen und auch damit zu sprechen. Jetzt müsst's alle wieder gehen, wenn ihr nicht zu sprachlos von meiner Performance seid, natürlich. Lord Ecke kam in diesem Moment wieder zur Besinnung. Aua, mein Kopf, was? Er sah sofort zu Günther, der vor ihm stand. Günther? Wieso bist du hier? Ich dachte, die Determination. Und ihr auch? Latias, Latios, Hydropi? Wir könnt ihr alle hier sein. Er sah zu uns. Und wer seid ihr? Sein Blick war nun wieder zu Günther gerichtet. Ihr müsst mir das alles mal erklären. Kurz gesagt, Günther erzählte erneut dasselbe. Okay, danke, dann... Er richtete seinen Blick wieder zu mir und meinen Freunden. Seid ihr wohl die fünf, die Günther sich auserwählt hat? Wer genau seid ihr denn? Günther erkannte, dass nun die Zeit endlich gekommen war. Na gut, es wird Zeit für eine Vorstellungsrunde. Alle schön gesittet nacheinander. Jeder, wer ihr seid und warum ihr hier seid. Seemops begann die Runde. Ich bin Seemops. Ich komme aus Arktika und ich bin hier, weil... Er schien über seine Aussage nachdenken zu müssen. Naja, eigentlich, weil Günther niemand Besseren gefunden hat. Aber auch wenn ich die letzte Wahl war, bin ich immer noch hier und ich bin glücklich drüber. Ich bin Chilas, ursprünglich aus Schmuckstadt. Das ist das, was für euch Schatzstadt ist. Und ich bin hier, weil ich mal die Zerstörung der Zeit verhindert habe. Eigentlich genauso wie ihr, Lorek. Ich bin Evie. Eigentlich komme ich aus dem Wald, aber war die meiste Zeit eigentlich alleine und auf einer einsamen Insel. Ich bin hier wegen meinem Problem. Ich kann mich immer hin und zurück entwickeln in jegliche Form. Nur kann ich mich nicht immer ganz kontrollieren. Bevor unsere neuen Bekannten an der Reihe waren, entschieden ich uns Scheinux uns vorzustellen. Ich bin Scheinux, auch aus Schmuckstadt. Und ich bin hier wegen meiner Vergangenheit. Ich war bereits im Voraus gespannt gewesen, wie er mit dieser Situation umgehen würde. Zwar fing er sich ein paar neugierige Blicke ein, aber er kam mit dieser Aussage erst einmal davon. Und ich bin Bulby, auch aus Schmuckstadt. Ich bin hier, weil ich anscheinend eine besondere Aura habe oder sowas. Ich habe unsere Gruppe hier zusammen mit Scheinux zusammengebastelt. Außerdem hatte Günther mich aus irgendeinem Grund als Leitfigur geplant. Fragt mich ja nicht, warum. Nun stellten sich auch unsere neuen Mitstreiter vor und wir klärten noch einige Fragen. Wie ich bereits erwartet hatte, musste sich vor allem Evie solchen stellen. Jedoch kam sie offensichtlich relativ gut damit klar. Sie zeigte den anderen, wie ihre Fähigkeit funktionierte und erklärte die Probleme, die sie in der Vergangenheit damit hatte. Als endlich alles geklärt war, riss Günther, der sich aus unserer Vorstellung rausgehalten hatte, das Wort wieder an sich. Gut, jetzt kennt ihr euch allen wenig. Ich will mit euch den Schlachtplan besprechen für unsere letzte Schlacht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Also, womit fangen wir an? Evie, du wirst nicht kämpfen. Sie wirkte sehr wütend. Was? Wie? Ich werde nicht entspannen dich und lass mich ausreden. Du wirst uns unterstützen. Du nutzt deine Vorteile als Felinara. Du wirst rein defensiv agieren. Mit Mondschein, rechte Hand und Lichtschild kannst du uns gut helfen. Scheinux und Bulby, ich war nicht sonderlich gespannt. Mir war schon lange klar, dass er uns beide in die zweite Front hinter sich selber und laut Ecke stellen würde, damit wir sie offensiv unterstützen. Konnten, während die beiden den riskantesten Teil übernahmen. Ihr beide steht mit mir an der vordersten Front. Ihr seid unsere wichtigsten Kämpfer in dieser Schlacht. Er konnte nicht weiterreden. Er wurde von beinahe allen empört und zerbrochen. Seine Freunde waren alle sauer, da er uns Kinder an die Front stellte und sie als erfahrene Kämpfer im Hintergrund blieben. Ich war geschockt von dem Gedanken. Scheinux schien jedoch gut damit auszukommen. Vermutlich dachte er erneut an seine Vergangenheit und daran, dass er es wieder gut machen wollte. Günther hörte jedoch auf keinen. Die beiden sind unsere wichtigsten Kämpfer. Punkt. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht. Ihr werdet es verstehen. Kapitel 16 Die Schlacht gegen den Weltenrichter Die Determination Den Rest der Besprechung hörte ich überhaupt nicht zu. Meine Gedanken kreisten sich nur um diese eine Sache. Ich würde an der Front kämpfen, gegen eine Macht, die Welten zerbersten lassen kann. Was mir daran am meisten Angst machte, war die alte Sorge von mir. Die Front. Der riskanteste Platz. Der Platz, den das Schicksal für jemanden wählt, der ist, um zu verschwinden. Nach einer Weile schien alles ausdiskutiert zu sein und Günther stand auf. Also, wir haben lang genug auf diesen Moment gewartet. Seid ihr alle bereit? Können wir in den Kampf ziehen? Ich hätte am liebsten mit Nein geantwortet. Doch ich wusste, es würde sich nicht ändern. Für den Kampf, der mir bevorstand, würde ich nie bereit sein, egal wie lange ich warten würde. Somit machten wir uns ein letztes Mal auf. Ein letztes Mal in diesem Abenteuer wanderten wir als Gruppe in Richtung des letzten Feindes. Ich muss während unserer Wanderung so schrecklich ausgesehen haben, wie ich mich gefühlt habe, und es dauerte nicht lange, bis Evie mich darauf ansprach. Du machst dir Sorgen, oder? Ich nickte nur. Das musst du nicht. Günther hat bisher alles prima geplant. Warum sollte jetzt etwas schief gehen? Ich überlegte kurz, ob ich mit ihr darüber reden wollte, erinnerte mich aber schließlich daran, wie gut es letztes Mal für mich gewesen war. Naja, es könnte einiges schief gehen. Ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass das Schicksal will, dass ich am Ende unseres Abenteuers verschwinde. Und, nun ja, die vordere Front ist ein guter Ort für einen Unfall. Evie sah mich entgeistert an und scheinlich mischte sich ins Gespräch ein. Du bist nicht alleine da vorne, vergiss das nicht. Ich hab dir versprochen, alles dafür zu tun, dass du bleiben kannst. Und ich bin niemand, der seine Versprechen bricht in diesem Leben. Außerdem ist auch Günther dort. Auch wenn ihr in unserer gemeinsamen Zeit nie die besten Freunde geworden seid, er wird dich auch unterstützen, da bin ich mir sicher. Ich wollte gerade noch etwas sagen, da stoppte Günther uns wieder. Wir sind gleich da. Ich spüre die Macht genau. Die Determination ist nur noch wenige Minuten entfernt. Seid ihr alle bereit? Er rechnete offensichtlich mit positiven Antworten, denn er wirkte ziemlich überrascht von meiner Reaktion. Nein! Was? Wie bitte? Willst du jetzt etwas schlapp machen? Wir stehen schon so kurz davor jetzt. Ich werde kämpfen, keine Angst. Aber kann ich bitte vorher noch einmal mit meinen Freunden reden? Allen aus meiner Welt? Er wirkte etwas genervt, war aber einverstanden. Er ging zusammen mit seinen alten Teammitgliedern schon ein paar Meter weiter, während meine besten Freunde noch mit mir zurückblieben. einen Moment lang sagte keiner etwas. Die Zeit kommt wohl so langsam nicht? Wieder kehrte Stille ein. Ich dachte noch einmal über alles nach, was ich sagen wollte. Dann durchbrach ich die Stille. Also, ich sagte ja, ich wollte noch einmal mit euch reden. Wir haben inzwischen einiges als Team hinter uns nicht. Für mich und Scheinux schon das meiste. Und ich wollte euch noch einmal danken. Egal, was jetzt gleich passiert. Dieses Abenteuer hat wirklich einen Riesenspaß gemacht. Wenn ich darüber nachdenke, was ich zuvor in meinem Leben alles erlebt hatte. Dieses Abenteuer hatte seine Höhen und Tiefen. Und wir alle haben viel durchgemacht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat diese Reise definitiv geprägt und verändert. Egal, wie es nun enden wird, ich werde euch ewig dankbar sein. Wieder kehrte Stille ein. Aber müssten wir nicht eigentlich dankbar sein? Ihr beide habt euer ruhiges Leben für diese Reise aufgeben und uns somit geholfen. Ich meine, wir alle drei haben keine sonderlich schöne Zeit gehabt, nicht? Zu meiner Überraschung wechselte Lass das Thema sofort. Sei ehrlich, Bulby. Du wolltest noch einmal wegen deinem theoretischen Verschwinden mit uns reden, nicht? Mein Gesichtsausdruck muss alles verraten haben. Dachte ich's mir doch. Es ist offensichtlich nicht einfach, dir wirklich Mut zu machen. Aber wie auch, wenn wir selber nicht wissen, was geschehen wird. Aber wir können dir versprechen, dir beizustehen. Wir werden den Kampf einfach gewinnen und dann kehren wir wohl zurück. Er schien auf einmal viel trauriger. Ich wusste auch weshalb. Deswegen nutzte ich die Gelegenheit, um meinen Freunden zum ersten Mal von meiner Idee zu erzählen. Ihr wollt nicht wieder zurück in eure Heimaten, nicht? Da hatte ich auch schon drüber nachgedacht. Also, was würdet ihr davon halten? Jetzt egal, was mit mir passiert, sobald die Schlacht gewonnen ist. Würdet ihr vielleicht der Gilde beitreten wollen? Ich bin mir sicher, sie würden euch dort mit Freuden aufnehmen und ihr könntet aus eurem Alltag entfliehen. Die anderen schienen einen Moment nachzudenken. Und wir wären dort wirklich alle willkommen, auch ich mit meinem Problem. Das wäre kein Problem. Sie würden versuchen, dir zu helfen, so wie wir. Chillast, dich würden sowieso alle gerne wiedersehen. Und bei dir spricht ja auch nichts dagegen, Seemobs. Also, ich wäre dabei. Alles ist besser, als wieder in die Eiswüste zurückzukehren. Ich auch. Ich habe ja sowieso nicht wirklich was anderes zu tun. Der Wald ist jetzt, wo der rote Juwel erst mal in Sicherheit ist, auch nicht mehr bedroht. Und ich würde schon gerne meine alten Freunde wiedersehen. Denkt ihr etwa, ich bleib zurück? Ich bin froh, wenn ich endlich nicht mehr alleine sein muss. Und somit war es beschlossen. Vor einem Moment vergaß ich all meine Sorgen und freute mich einfach nur. Na dann ist es wohl entschieden. Wir gehen jetzt weiter, beleben diese Welt wieder und reisen dann alle zusammen zur Gilde zurück. All meine neuen Freunde freuten sich mit mir. Nur Scheinungs nicht. wir wirkte bedrückt. Ich dachte, vermutlich machte er sich Gedanken, da ich ihnen allen nun eine tolle Zukunft versprochen hatte, ohne jegliche Gewissheit, ob ich überhaupt ein Teil davon sein würde. Und dieser Gedanke machte mir Angst. Eine Angst, die mich vor Beginn dieses Abenteuers dazu gebracht hätte, in einer derartigen Situation aufzugeben. Doch meine Freunde gaben mir Mut. und mit diesem frischen Mut ging es los. In unsere letzte schicksalhafte Schlacht, die uns auf dieser Reise noch bevorstand. Wir zogen weiter, immer noch mit Günther an der Spitze unserer Gruppe. Anders als sonst hielt nicht und Scheinungs uns dieses Mal jedoch direkt hinter ihm auf und nicht am hinteren Ende des Teams. Wir wollten keine unnötige Zeit mit Formatieren verschwenden. Nach gerade mal zwei Minuten stoppte Günther. Etwa hundert Meter vor uns stand ein Wesen. Es sah genauso aus wie Günther, nur strahlte es etwas aus. Etwas Bedrohliches, Zerstörerisches. Du! Du bist wirklich wiedergekehrt! Das Wesen sprach offensichtlich mit Günther. Ja, das bin ich. So wie ich es dir angekündigt hatte. Du hättest mich nicht einfach laufen lassen sollen. Jetzt ist es für dich jedoch zu spät, diesen Fehler zu beheben. Ich denke, du wirst nicht einfach aufgeben. Sehe ich das richtig? Ein seltsames Geräusch empfuhlte Determination. Etwas, das vermutlich in einer anderen Welt ein Lachen sein sollte. Warum sollte ich auch? Du weißt selber, dass ich euch alle mit einem einzigen Angriff beseitigen kann? Es war närrisch, von euch zu kommen! Ohne Vorwarnung machte die Essenz eine Handbewegung und stieß eine Art Schockwellen aus. Günther hatte uns bereits von dieser Technik erzählt, doch er hatte behauptet, wir müssen uns keine Sorgen darum machen. Nun war erst der Moment gekommen, in dem er auffiel, dass es besser gewesen wäre, ihn zu fragen, warum wir es nicht müssten. Doch er reagierte tatsächlich ähnlich entspannt wie unser Gegenüber. Seine einzige Aktion war es, seine Hand zu heben. Die Hand, an der sein Band, der dunkle Stern, befestigt war. Kaum erreichten die Wellen ihn, breiten sie gegen eine Art Barriere. Was? Wenn du uns besiegen willst, helfen dir deine schmutzigen Tricks nicht weiter. Kämpfe wie ein Pokémon, auch wenn du keins bist und mir eins sein wirst. Die Determination brachte den Körper des vermeintlichen Günther vor uns zum Schweben. Ich bin ein Pokémon. Ich bin ein Gott. Ich bin der Weltenrichter. Ich wurde erschaffen und zu diesem Körper geführt. Ich bin der Host dieses Pokémon. Ich bin dieses Pokémon. Und trotzdem bin ich so viel stärker als ihr. Wenn ihr wirklich glaubt, mich dieses Mal besiegen zu können, weil ihr euch Kinder auf eure Seite geholt habt, dann täuscht ihr euch. Mit diesen Worten läutete der Weltenrichter die Schlacht ein. Kaum hatte der Kampf begonnen, hatten sich alle auf ihre von Günther geplanten Positionen begeben. Das erste Lichtschild, um feindliche Angriffe zu schwächen, stand bereits. Während unserer Schlacht merkte ich einerseits, weshalb Günther uns an die Front gestellt hatte und andererseits, dass nutzlos würde den Nagel besser auf den Kopf treffen. Selbst mögliche Angriffe, die uns die Determination ohne ihre Schockwellen entgegensetzen konnte, waren Angriffe aus dem Moveset eines normalen Kanimani, bloß deutlich stärker. Günther selber nutzte den Vorteil, dass sein Angriffset komplett anders war als das eines normalen Pokémon. Seine Techniken waren noch viel verrückter, als ich mehr hätte ausmalen können. Seine Angriffe wirkten beinahe irreal und arbeiteten vor allem mit Schatten. Ich fragte mich, ob dies die wahre Macht des dunklen Sternes war. Ich und Scheinux gaben ebenfalls alles, was wir hatten. Und trotz all meinen Befürchtungen war unsere Rolle an der Spitze deutlich weniger riskant, als ich erwartet hatte. Die meisten Angriffe des Feindes waren auf Günther gerichtet. Vermutlich dachte die Determination, dass sie, wenn er besiegt wäre, wieder auf ihre Wellen zurückgreifen konnte oder es nicht mehr benötigen würde, da der Rest von uns so schwach war. Ivi arbeitete etwas gegen Günthers Plan, da sie während ihrer Lichtschilde und sonstigen Unterstützungen noch wirkten immer einiges an Zeit hatte. Diese nutzte sie selber in der Offensive neben all den anderen, die sich passiver als wir verhielten. Die wenigen Angriffe, die Determination tatsächlich auf mich und Schein schoss, schienen nicht sonderlich stark und ich hatte den Eindruck, dass sie damit nur sagen wollte, lasst mich in Ruhe, ihr interessiert mich nicht. Aber uns war es egal, ob die Determination sich für uns interessierte. Was auch für meine Theorie sprach, war uns die gesamte Reise gewesen, die wir bestanden hatten. Bis alles, was sie getan hatte, war Groudon von uns zu berichten. Der Kampf ging eine Weile weiter, die Verletzungen, die uns zugefügt wurden, heilte Evie so schnell sie konnte und Günther ließ kein bisschen nach. Auf einmal hörte die Determination auf, sich zu bewegen. Nur für eine Sekunde. Danach schwebte sie in die Höhe. Ihr rotes Leuchten schien für einen Moment zu verschwinden. Diese Schlacht ist noch nicht vorbei, doch der Krieg ist beinahe gewonnen. Bleibt auf eurem Pfad und stellt euch euren Feinden. Stoppt den dunklen Gott, haltet den herferen Raum und Zeit auf. Besiegte auf einmal verstummte sie. Die Stimme, die wir gehört hatten, war nicht die der Determination gewesen. Das war uns allen bewusst. Was war das? Habe ich zu wenig Macht? Unmöglich! Ich werde die Kontrolle niemals verlieren! Lord Ecke wirkte überrascht. Diese Stimme gerade, sie klang genauso wie du Günther. Dieser wirkte sehr zurückhaltend. Das ist schön für die Stimme. Die Determination schwebte immer noch vor uns und sah etwas verwirrt aus. Dann stieß sie wieder ihr keuchendes Lachen aus. Ach warte, sie wissen es gar nicht. Das hätte ich mir auch denken können. Wir waren alle verwirrt. Wie, was wissen wir nicht? Was meinst du? Erneut das Gelächter. Ihr Narren, ihr armen, ahnungslosen Narren, habt ihr nicht bemerkt, dass ihr die ganze Zeit angelogen wurdet, vom Anfang bis zum Ende? Ich sah zu Günther, er wirkte zittrig, vor Wut. Was ist denn auf einmal mit dir los? Willst Die Determination verstummte. Wir wissen beide, weshalb ich handle, wie ich handle. Ich habe genug von dir. Ich habe gehofft, vielleicht ohne dieses Opfer aus dem Kampf zu kommen. Aber wenn du darauf bestehst, hier endet deine Herrschaft. Als Günther das Wort Opfer aussprach, zuckte ich schon zurück, da ich kurz wirklich Angst hatte, er würde der Grund für mein Verschwinden werden. Doch es Bevor die Determination die Gelegenheit hatte zu reagieren, nahm Günther den dunklen Stern von seiner Hand. Dunkler Stern, dies ist mein letzter Befehl. Nimm die Macht, die du mir gegeben hast. Entfalte deine Gewalt. Beende unsere Schlacht. Bevor noch irgendjemand reagieren konnte, schwebte der Stern in der Luft. Er sog Schatten aus Günthers Körper und sammelte sie. Ich bemerkte, dass mit ihm irgendetwas geschah. Der Stern, der nun all seine Macht besaß, löste sich auf und fuhr wie eine Klingel in den Körper der Determination. Ein Moment war es still. Günthers Erscheinungsbild änderte sich, als das Kanimani vor uns blutend auf dem Boden kniete. Du hast es wirklich geschafft? Schande über mich, aber, aber, wenn ich diese Welt nicht haben kann, dann soll sie keiner haben. Mit meiner Erscheinungsbild Meister Erscheinungsbild 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 Mit diesen Worten verschwand die Determination ins Nichts, zusammen mit Günther, dessen Körper sie besessen hatte. Der Fokus unseres Teams änderte sich nun. Nun lag er auf dem Punkt, an dem bis gerade eben noch Günther gestanden hatte. Nun schwebte dort ein Schatten. Ein Schatten mit hellblau glühenden Augen. Lord Ecke wurde total wütend. Was zur Darkrei? Was hat das alles zu bedeuten? Als er den Namen aussprach, schossen mir Erinnerungen durch den Kopf. Günthers Verhalten bei unserer ersten Begegnung, seine allgemeine Unfreundlichkeit, die Begegnung mit den Wächtern. Er musste ihnen sein wahres selbst gezeigt haben. Unauffällig, sodass nur die beiden Wesen es verstanden hatten. Von Anfang an war nie Günther der Überlebende gewesen. Der jenige, der all dies geplant hatte, der alles wusste, was nötig war. Es war Darkrei gewesen, der König der Albträume. Nun waren auch einige aus unseren Reihen wütend. Du, hast uns die ganze Zeit angelogen? Was euch beschweren, dass ich eure Welt gerettet habe? Hättet ihr mir etwa vertraut, wenn ich als ich selber aufgetaucht wäre? Sofort verstummten sie alle. Wir alle wussten, er hatte Recht. Keiner von uns hätte Darkrei vertraut. Doch so wie er es getan hatte, hatte er diese Welt gerettet. Nur Lade Ecke war nicht zufrieden. Und war es mit Günther, dem echten, der ist gerade aus Raum und Zeit entschwunden. Zusammen mit der Determination. Ich bemerkte, dass sich hinter mir etwas tat. Etwas materialisierte sich. Willst du damit sagen, dass er weg ist? Du hast ihn umgebracht. Die Determination hatte alles gesagt. Sie war ein Teil von ihm geworden. Sein Leben hieß das Leben der Determination. Ihres Opfer musste gebracht werden. Etwas erschien an der Stelle, an der die Determination verschwunden war. Äh, Leute, sie ignoriert mich. Du lügst doch, du wolltest doch nur Günther loswerden. Nein, verdammt noch mal. Ich wollte diese Welt retten, ob es dir passt oder nicht. In diesem Abenteuer war ich ein Held und kein Feind. Das, was erschien, nahm langsam Form an. Du wirst nie ein Held sein. Du hast überlebt hast, weil du Maschine hattest, die dich beinahe unsterblich macht. Der dunkle Stern macht niemanden unsterblich und egal, das ist nicht das Thema. Du solltest mir danken, ich habe dich gerettet. Ohne mich wärt ihr alle jetzt nicht hier. Ohne Leute, sie verstummten und sahen zu mir und somit sahen sie alle nun endlich auch, was ich schon lange gesehen hatte. Ein Fleunk. Ein dunkles Fleunk. Eines, aus dem die Schatten loderten. Fortsetzung folgt. Musik Kapitel 17 Die Stunde der Rache Ein Moment lang herrschte Stille. Wir starrten alle zu diesem Pokémon. Zum dunklen Rächer. Zu Fleunk. Er starrte in die Leere und sagte nichts. Latias war die Erste, die versuchte sich ihm anzunähern. Fleunk, bist das wirklich du? Bist du wirklich? Weshalb seid ihr hier? Wollt ihr mich verhöhnen? Latias schreckte zurück. Was? Wie? Ich weiß es genau. Ich habe alles gesehen. Alles was mit dieser Welt geschehen ist. Und ich werde nicht zulassen, dass sie diese Welt wieder belebt. Wir alle waren geschockt. Wir halten Giratinas Worte im Ohr. Legt euch nicht mit seiner Macht an. Er hatte gewusst, was hier vorfallen würde. Was redest du da, Fleunk? Du gehörst doch zu uns. Wir wollen sehen. Ihr habt mir geschworen diese Welt zu beschützen. Mir und dieser Sam habt ihr geschworen. Wie leid hat diese Welt überlebt, nachdem ich es in eure Hände gegeben habe? Eine Stunde? Zwei? Ihr habt mir bewiesen, dass ihr unfähig seid. Solange Pokémon wie ihr eine Welt beschützen sollen, ist es das Beste für sie nicht zu existieren. Solange sie tot ist, kann niemand sie töten. Ich kann es mir nicht noch einmal anzum diese Welt sterben zu sehen. Und ich werde alles dafür tun, es nicht zu müssen. Ein Moment kehrte Stille ein. Da Krei war derjenige, der es für klug hielt, sie zu unterbrechen. Dieses Mal hast du Unrecht, Floyd. Diese Welt verdient eine zweite Chance. Und wenn wir es schaffen, einen Feind wie die Determination zu stoppen, dann kann niemand dieser Welt noch etwas anhaben. Sie hat dir ebenfalls eine zweite Chance gegeben, so wie du sie nun dieser Welt geben solltest. Ich meine, wenn sogar ich mich auf eure Seite stelle, dann muss es ein sehr guter Zweck sein. Du hast nicht das Recht zu sprechen. Du bist nur hier, weil du eine zerstörte Welt nicht tyrannisieren kannst. Du hast mir meine Identität genommen. Du hast die Zerstörung durch die dunkle Macht ausufern lassen. Du bist der Letzte, der das Recht hat, hier zu reden. Die Letzte, die ihr Glück versuchte, war Latias. Bitte Floyd, ich weiß, das bist nicht du. Denk dran, was dieser Samen hier zu sagen würde. Ich bin mir sicher, er wird in diesem Moment auch hier sein, auch wenn dass ihr diese Welt habt sterben lassen, habt ihr auch ihn verschwinden lassen, das werde ich euch nie verzeihen. Seine Schatten rannten in einer immensen Form, doch loderten sofort wieder niedriger. Ihr beiden, das dieser Samen des Scheinungs. In diesem Moment verspürte ich eine so große Angst wie nie zuvor. Doch ich wusste, ich dürfte es mir nicht anmerken lassen. Was willst du von uns? Ihr beiden steht stellvertretend für alle fünf aus eurer Welt. Ihr seid bloß Kinder, ihr seid in einer Schlacht hineingezogen worden, die nicht eure ist. Ihr wurdet belogen und geködert. Euch trifft keine Schuld an diesen Ereignissen. Ich kann euch alle nach Schmuckstadt bringen. Dort könnt ihr euer normales Leben weiterführen oder ein neues Beginn. Ihr könnt genau das erhalten, was ihr nach eurem Sieg erträumt habt. Ihr entscheidet euch für euer gesamtes Team. Nehmt ihr mein Angebot an? Scheinux wirkte unsicher. Und was wirst du mit dieser Welt tun, wenn wir annehmen? Das einzig sinnvolle. Ich werde diese Fehlgeleiteten in den endlosen Erbiss verbannen und den friedlichen Schlummer der Materie wahren. Ich werde dieser Welt den letzten Wunsch erfüllen. Bevor überhaupt irgendjemand von den anderen reagieren konnte, sprach ich schon aus, was ich hoffte, was sie alle dachten. Vergiss es, Daikai hat uns belogen, das stimmt, doch es ändert nichts an unserem Ziel. Wir sind alle freiwillig losgezogen, um diese Welt wiederzubeleben, egal ob es nun unsere ist oder nicht. Für dieses Ziel haben wir viele Herausforderungen bestanden und viele Qualen erlitten. Wir haben Schlachten geführt, um dieses Team hier auf die Beine stellen zu können und selbst die Determination haben wir besiegt. Da werden wir jetzt nicht unverrichteter Dinge abziehen. Es tut mir leid, falls irgendjemand von meinen Freunden nicht einverstanden ist, aber das ist das einzige, was ich wählen kann. Die Flammen, die im dunklen Rächer brannten, verschwanden für einen Moment vollständig. Seinem Gesichtsausdruck nach war er vollkommen überrascht. Was du Die Flammen schossen wieder hervor, erneut so stark wie vor seinem Angebot. Du wagst es meine Genade abzulehnen. Du widersetzt dich einfach. Was denkst du wer du bist? Ich verspürte noch mehr Angst als zuvor. Ich war mir sicher, er würde gleich endgültig die Beherrschung verlieren und mir ein schnelles Ende bereiten. Doch es geschah etwas anderes. Wir glauben nicht, wir wissen, dass wir dieser Welt das Leben schenken wollen und dass wir uns nicht aufhalten lassen. Wir wollen der Welt eine verdiente zweite Chance geben. Jeder verdient eine zweite Chance. Ich habe selber die Erfahrung damit gemacht, aber du nutzt deine zweite Chance nicht. Was denkst du selber dabei? Denkst du, dass es dir nichts gebracht dein Held zu sein, das dir deswegen mehr bringt ein Feind zu werden? Oder willst du dein wahres selbst zeigen? Deine andere Hälfte? Den Teil von dir, den du dir selber verschweigst? Diese Kinder mögen nicht die stärksten im Kampf sein, doch ihren Willen kannst du nicht brechen. Dafür reicht deine Macht nicht. Niemand macht reich dafür. Diese Welt wird leben. Und ihre Bewohner mit ihr. Du hast die Chance diesen Krieg zu beenden. Du kannst das ruhige Leben führen, das du dir immer gewünscht hast. Jeder hier würde dich in unserer Mitte aufnehmen. Du musst nur wieder der werden, der du warst, als du gegangen bist. Und wenn du dich weigerst, dann tut es mir leid, aber werden nicht aufgeben. All meine Freunde versuchten mit mir zusammen davon zu überzeugen, dass es keinen Grund für einen Kampf gab. Wir alle glaubten an das Gute in ihm. Zu Unrecht. Er wirkte einen Moment lang schockiert, doch sein Ausdruck änderte sich schnell wieder. So, so, ihr seid eine entschlossene Gruppe und ihr beiden führt sie an wie Sasam und Scheinux. Na dann, echte Flammen schossen aus dem Boden. Sie formten einen Kreis um Wenn es euch zu ernst ist diese Welt zu retten beweist es mir. Wenn ihr mich besiegt wird diese Welt leben. Aber denkt nicht, dass ich das zulassen werde. Ich kämpfe bis zum bitteren Ende. Bis zu eurem Ende. Alles geschah vor meinen Augen so schnell. Die Flammenwand bildete sich. Floyd beendete seine Ansprache und griff uns an. Ich hörte auf der anderen Seite der Flammen meine Freunde rufen. Manchmal sah ich auch kurz hindurch. Ich erkannte, dass Ivi Semops und Hydropi verzweifelt und vor allem vergeblich alles versuchten, um das Feuer zu löschen. Darkrai versuchte durch die Flammen hindurch zu attackieren, jedoch prallten seine Geschosse ab. Der dunkle Rächer selber hatte sich seine Todesarena genauso aufgebaut, wie es für ihn am besten war. Kreisrund, nur ragten Feuersäulen an verschiedenen Stellen aus dem Boden. Ihn schmerzten diese nicht, mich und Scheinux hingegen nicht zu knapp. Zudem konnte er sie nutzen, um sich in ihnen zu verstecken. Zusammen mit seiner Teleportationsfähigkeit war dies ein absolut unfairer Trick. Er verschwand in einer der Säulen und in der nächsten Sekunde mussten wir im Angriff aus der nächsten ausweichen. In diesem Moment hätte ich mir nichts lieber gewünscht, als wieder an der Front gegen die Determination zu stehen. Unsere Attacken hatten es schwer ihr Ziel zu finden oder realistisch gesagt war es unmöglich. Keiner unserer Angriffe traf irgendwie in die richtige Richtung, da Fleung sofort als Folge auf sie verschwand. Gleichzeitig war es vor allem für mich so gut wie unmöglich den Attacken zu entrinnen. Scheinux mit seiner Geschwindigkeit schaffte es öfter, jedoch half ihm dies nicht. Dafür dass Fleung ihn kaum traf, fing er viele Schläge ab, die eigentlich für mich vorgesehen waren, mit dem Wissen dass ich kaum einen von ihnen überstehen könnte. Der Kampf war kaum zehn Minuten gegangen, als ich bereits jede Hoffnung verloren hatte. Das Schicksal hatte tatsächlich gewollt, dass ich verschwinden würde, zusammen mit allen, denen ich während diesem Abenteuer friedlich begegnet war. Es war nicht gewollt, dass diese Welt lebte. Und das Schicksal hatte nie gewollt, dass wir unser Versprechen an unsere Freundin der Gilde halten können. Wir würden hier sterben. Sie würden nie wissen, was mit uns geschehen war. Auch Scheinux bemerkte meine Hoffnungslosigkeit, die inzwischen jeden, außer Fleung natürlich, befallen hatte. Jedoch hatte er die Hoffnung noch nicht komplett verloren. Er hatte noch eine Idee, eine Idee, von der er genau wusste, was sie bewirken würde. Stopp! Aufhören! Sofort! Tatsächlich stoppte Fleung für einen Moment. Ach, bekommt ihr jetzt etwa kalte Füße? Es ist zu spät für euch, um Gnade zu erwarten. Ich erwarte keine Gnade. Ich habe ein Angebot. Du willst mir ein Angebot machen, dass ich nicht lache. Komm schon, spuck aus. Wenn du willst, dass deine letzten Worte ein schlechter Scherz sind, geht das in die Geschichte ein. Aber weshalb lässt du diese Wut an den unschuldigen Pokémon deiner Heimatwelt aus? Ich ahnte bereits, worauf er hinaus wollte. Nein, Scheinux, lass es, bitte. Es tut mir leid, Bulby, aber es ist die einzige Möglichkeit. Also Fleung, wie wäre es? Du bekommst die Rache, auf die du seit Jahren wartest und dafür lässt du meine Freunde gehen und diese Welt leben. Fleung wirkte überrascht und amüsiert. Du denkst, es wäre für mich eine Rache, dich auszuschalten? Was denkst du denn? Ich kenne dich nicht mal. Du hast nichts mit meinem Leid zu tun. Du bist nicht der, an dem ich mich rächen will. Du stehst mir einfach im Weg. Das heute schon so viel von einer zweiten Chance gehört, Fleung. Und ich gehöre zu den Glücklichen, die einer von ihn erfahren durften. Ich war nicht immer Scheinux. Ich war nicht immer ein gutes Pokémon. Ach, was willst du mir damit sagen? Wie, erkennst du mich immer noch nicht? Auf Scheinux Gesicht erschien ein seltsames Grinsen, etwas, das ich gar nicht von ihm kannte. Das ist eine Schande, bei unserer letzten Begegnung hast du mich noch dein Lieblingsverräter genannt. Ein Moment lang geschah nichts. Scheinux an. Du lügst! Du kannst nicht er sein! Nick Schosma würde sich selber nie für etwas Gutes in Gefahr bringen! Wenn du es wärst, hättest du mir das jetzt nicht erzählt! Oh doch, ich sehe die letzte Chance, meine Fehler wieder gut zu machen. Denn wie hab ich so schön immer früher gesagt? Ich bin kein Nah. Die Flammen um uns herum verschwanden. Hinter ihnen und Latios. Scheinux sah zu ihn. Es tut mir leid, dass ich euch nix davon gesagt habe. Das ist der Grund, weshalb Darkrai mich für diese Mission ausgewählt hat. Wegen meiner Vergangenheit als Necrozma. Ich hab mich nicht getraut, es euch zu verraten. Es kehrte ein weiteres Mal Stille ein. Floing starrte Scheinux immer noch mit hasserfüllten Blick an. Auf Scheinux die Gegend wurde dunkel. Es war wie eine Staubwolke, nur eben aus Schatten. Ich starrte schockiert dorthin, wo eben noch Scheinux gestanden hatte, wo nun nur noch eine Wolke war. Scheinux? Floing atmete schwer, doch langsam begann er zu lachen. Du hast endlich bekommen, was du verdienst hast. Du wirst schon an allem, wenn du nie in mein Leben gekommen wärst, dann wäre alles gut geworden. Alles! Nun sah er zu uns. Und jetzt ist es Zeit, den Schlaf dieser Welt ewig werden zu lassen und euren mit ihr. Er griff wie aus dem Nichts an, mitten in meine Richtung. Ich war zu überrascht, um zu reagieren und gleichzeitig wollte ich es auch nicht. Kämpfen hatte keinen Sinn mehr. Meinen besten Freund hatte ich verloren. Es hatte einfach keinen Sinn mehr, um mein Leben zu kämpfen. Doch in dem Moment, in dem ich mit dem Aufprall der Attacke rechnete, stellte sich etwas in den Weg. Es war ein Pokémon. Es fing Florengs Attacke für mich ab. Dies Pokémon war vor einem Moment noch nicht hier gewesen. Es war größer als alle anderen Pokémon, die sich derzeit in der zerstörten Welt befanden. Sein Körper reflektierte das bisschen Licht, was die Reste der Materie ausstrahlten. Das Pokémon schwebte vor mir. Ich erkannte es von einem der Bilder aus Florengs Tagebuch. Es war Necrosma. Du wirst diese Welt nicht zerstören, solange ich lebe. Floreng wirkte schockiert. Wo kommst du Verräter her? Hat das Schein es etwa doch gelogen? Nein, ich lüge nicht in diesem Leben. Du hast mir selber geholfen, meine wahre Form zurückzuerlagen. Ich wusste, ich müsse genug Schatten abbekommen, um meine Schattenseite ans Licht zu bringen. Floreng, ich fordere dich heraus. Erneut. Sein Gegenüber schien nicht zurecht mit der Situation zurecht zu kommen, nahm jedoch trotzdem an. Du bist naiv, ich hab dich bereits einmal besiegt, damals hattest du die Macht der Finsternis, deine Ultraform und warst unverletzt, anders als jetzt. Ich hingegen hab dieselbe Macht wie letztes Mal und dieses Mal noch rein zornen. Wir können ruhig deinen letzten Kampf wiederholen. Meinetwegen hatte ich letztes Mal diese Vorteile, doch eine Sache ist anders, mein Wille ist nun eisern, früher konntest du ihn mit einfachen Worten brechen. Zudem dieses Mal bin ich in diesem Kampf der Gute und das Gute gewinnt immer. Du wirst nie einer der Guten sein, du bist und bleibst Abschaum. So begann die wahrlich letzte große Schlacht unseres Abenteuers. Das finale Kapitel wird der Schmerz jemals vergehen. Der letzte Kampf begann in einer Aufstellung, die bis vor weniger als einer Stunde niemand aus unseren Reihen auch nur hätte erahnen können. Der dunkle Rächer Floink, der Held des letzten großen Abenteuers auf der Seite des Feindes, gegen den wahren Nick Crossma in seiner wahren Form, dem Verräter und dieser Samens Mörder als unser Mitstreiter. In dieser großen Schlacht wurde ziemlich schnell eine Sache auffällig. Floink hatte unterschätzt, welch eine Wirkung die deutlich stärkere Willenskraft meines besten Freundes haben würde. In ihrem letzten großen Kampf war Nick Crossma mit nur einem Schlag besiegt gewesen. Diesmal musste er zwar ähnlich starke Treffer einstecken, jedoch blieb er stark. Jede Attacke verwundete ihn, jede Attacke von Floink traf. Auch wenn es schien, als würde er jeden Moment zusammenbrechen, kämpfte er weiter. Er schien jeglichen Schmerz zu ignorieren, er war eindeutig nicht 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 Nick aus seinem letzten Leben. Er war ein Held geworden. Er kämpfte mit reiner Entschlossenheit für das Leben seiner alten Heimat und gegen seinen früheren Nemesis. Somit verlieb der Kampf in eine andere Richtung als beim letzten Aufeinandertreffen der beiden. Der Kampf wirkte auf den ersten Blick ungleich, gar chancenlos für Nick Crossma. Doch er war es nicht. Auch Floink hatte seine Probleme gegen ihn anzukommen. Ich weiß nicht, woran es wirklich lag, aber ich denke, es war entweder die Anstrengung oder der Frust. Doch dieser schaffte es nicht mehr, allen Angriffen, die auf ihn losgingen, zu entrinnen. Anfangs war ich selber noch sehr unsicher gewesen und hatte darüber nachgedacht, mich ebenfalls in den Kampf einzumischen. Jedoch hielten mich sämtliche der Helden der ersten beiden Legenden auf. Zuerst dachte ich, sie wollten nicht, dass jemand Nekrosma unterstützte, aus Zorn, jedoch verstand ich schnell, weshalb sie es wirklich taten. Sie alle wussten nun, wo Nekrosma wieder er selbst war. War der Kampf nicht mehr nur ein Kampf um diese Welt, es war etwas Persönliches geworden. Es war eine Schlacht zwischen Todfeinden. Keiner von ihnen würde sich diese Gelegenheit nehmen lassen. Trotzdem fiel es mir schwer, nur untätig herumzusitzen. Nekrosma wurde immer schwerer verwundet und jeden Treffer machte ich mir Sorgen, er würde es nicht überleben. Auch wenn die Situation eine vollkommen fremde für mich war, änderte dies nichts an der wichtigsten Tatsache. Scheinux war mein bester Freund. Ich weiß, dass er selber sagte, er wolle nicht, dass wir ihn sehen, wie Nekrosma und deshalb werde ich es auch nicht. Aber trotzdem war Scheinux ein Teil von Nekrosma. Innerlich waren sie in diesem Moment ein und dasselbe Pokémon. Und ich wusste, wenn Nekrosma diesen Kampf verlieren würde, dann würde ich meinen besten Freund verlieren, egal was danach geschehen würde. Doch Floink kam ebenfalls ins Straucheln. Der größte Unterschied zwischen den beiden Gegnern war dieses Mal, dass man Floink seinen Schmerz ansah. Mit jedem eingesteckten Treffer wurde er schwächer, langsamer, hoffnungsloser. Er wirkte vollkommen verzweifelt. Er selber musste seit Anfang der Schlacht jeden Schlag mit seinem Sieg gerechnet haben. Doch er kam einfach nicht. Jeder eingesteckte Schlag schien Nekrosmas Willen zu stärken. Und jedes Zeichen der Hoffnungslosigkeit des dunklen Rächers schien seine Hoffnung zu stärken. Der Kampf verlief so eine gesamte Weile weiter. Nekrosma hielt jedem Schlag stand. Die Entschlossenheit war ihm anzusehen. Doch Floink hatte noch Hoffnung. Eine Technik, von der ich bereits in seiner Geschichte etwas lesen konnte, die er bisher jedoch nicht genutzt hatte. Mit seiner letzten Kraft teleportierte er sich zwischen uns und Nekrosma. Im nächsten Moment durchströmte eine Explosion aus reiner Finsternis die gesamte Gegend. Jeder wurde von diesem Angriff getroffen und verletzt. Jedoch kam ich wie die meisten anderen noch relativ gut davon. Als die Schatten sich verzogen, sah ich, wie alle, die mit mir gewartet hatten, noch auf den Beinen waren. Floink stand vor uns mit dem Blick auf den Boden. Er atmete schwer. Er hatte sich sehr stark verausgabt. Nekrosma lag hinter ihm wachsen. Ich habe gewonnen und jetzt werde ich diese Welt erlösen und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Aus Floinks Körper strömten die Schatten. Sie bewegten sich zu jedem kleinsten Rest Materie. Im nächsten Moment wurden sie alle angesogen. Wir mussten ebenfalls aufpassen, dem Sog der Schatten standhalten zu können. Lord Ecke versuchte sich an einem Angriff, doch es nützte es mal Floink zur Vernunft zu bringen. Bitte Floink, stopp diesen Wahnsinn. Wir können über alles friedlich reden. Du hast deine Rache doch bekommen. Nein, diese Welt wird nie wieder erwachen. Sie wird jetzt untergehen und wir alle mit ihr. Es hatte keinen Zweck mehr. Wir hatten uns durch so ein langes Abenteuer gekämpft, alles getan, was in unserer Macht stand, gegen die mächtigsten Feinde gekämpft. Doch alles was wir taten war machtlos gegen dieses Wesen. Geratina hatte Recht gehabt. Wir hätten nie in diese Welt reisen dürfen. Wir hätten uns nicht mit der Macht des dunklen Rächers anlegen dürfen. Nun hatten wir alles verloren. Ich versuchte nicht einmal mehr mich gegen das Unabdingbare zu wehren. Wenn das Schicksal wollte, dass wir alle hier umkamen, dann würden wir es. Für mich lohnte es sich ohnehin nicht mehr zu kämpfen. Mein besten Freund hatte ich bereits verloren. Wenn nun alles enden würde, dann wären wir zumindest wieder vereint. Doch schon in den ersten beiden Teilen der Legende konnten wir es merken. Diese Welt hat vieles überlebt. Viele unglaubliche Dinge waren bereits geschehen. Oft hatte ein Wunder alles gerettet. Und auch an diesem Tag in dieser Situation schien in der Ferne noch ein Licht der Hoffnung. Und dieses Licht reflektierte sich in Necrosmas Körper. Diese Welt wird leben. Genauso wie meine Freunde. Niemals wirst du diese Schlacht gewinnen, solange ich am Leben bin. Auch wenn er Necrosmas Anwesenheit bemerkte, ignorierte Floreng seine Worte und setzte die Absorbierung fort. Sieh es ein, Necrosma, du hast wieder einmal versagt. Jedes Mal, jedes Mal aufs Neue enttäuscht du alle, für die du kämpfst. Sieh es ein, du bist nur Ballast, niemand wird dich je benötigen, du wirst immer einsam sein. Selbst wenn du Recht hast, ist es mir egal. Ich bin gekommen, um meine Fehler wieder gut zu machen. auch die, die ich dir gegenüber gemacht habe. Und deswegen wirst du diese Welt nicht zerstören. Ohne jegliche Vorwarnung schossen auf einmal Strahlen in Nick Schossmas Körper. Von der linken Seite, mitten aus dem Nichts, einer aus Licht und von rechts einer aus Schatten. Ich wusste zunächst nicht, was genau nun wirklich geschah. Doch als ich die Reaktion derjenigen, die es wussten, bemerkte, wurde es mir klar. Er, er führt sie tatsächlich aus. Wie? Die Hoffnung ist also noch nicht verloren? Vor allem Floings Reaktion sprach Bände. Was? Das kann ich, du dürftest diese Fähigkeit doch gar nicht haben und deine Stärke reicht sie wirklich noch dafür? Wenige Sekunden später schwebt erneut ein anderes Wesen dort, wo eben noch Nick Schossmas gewesen war. Es war größer als alle Pokémon, die ich je gesehen hatte, sogar als Groudon. Es war ein gelber Drache, dessen Augen in Regenbogenfarben leuchteten. Es war Ultra Nick Schossmas. Ich werde immer die Stärke haben, die ich brauche, ich habe eine zweite Chance erhalten. Ich habe sie genutzt, um mich zu bessern. Du hast deine zweite Chance weggeworfen. Du hättest haben können, was du immer wolltest. Doch stattdessen wolltest du die Zerstörung. Floyd brach ab, was er tat und griff ihn an. Er schoss ein Flammenwurf mitten auf Ultra Nick Schossner. Ein Lichtstrahl schoss aus einem seiner vier Flügel und stoppte Flammenwurf. Aus dem anderen der Flügel kam nun ebenfalls Licht und die Strahlen bündelten sich mitten vor seinem Herz. Im nächsten Moment schoss aus dem Brennpunkt ein einziger riesiger Strahl mitten auf Floyd. Verlasse diese Welt! Kehre nie wieder zurück! Du darfst nur dann wieder kehren, wenn du deine Meinung änderst! Floyd versuchte alles, um gegen die Macht von Ultra Nick Rosma stand zu halten. Er gab nicht auf, trotz all der Macht, auf ihn einschlug. Doch auch Nick Rosma ließ nicht nach. Er gab all seine Kraft für diesen Angriff. Er verwandelte sich wieder in den normalen Nick Rosma. Doch sein Strahl schoss er weiter ab. Immer noch gab Floyd nicht nach. Selbst seine Form als Nick Rosma verlor er In der Sekunde, in der er seine Verteidigung fallen ließ, umschloss das Licht ihn und seine Silhouette verschwand in ihm. Einen Moment lang herrschte beinahe komplette Stille. Nur Scheinux schweres Atmen war zu hören. Er stand am selben Punkt wie eben. Er sah schrecklich aus. Sein Anblick tat mir im Herzen weh. Er war komplett blutüberströmt, hatte lange Narben und eine große Wunde im Bauch. Doch es schien ihm selber kaum aufzufallen. Habe ich es geschafft? Ja, du hast gewonnen, Scheinux, du... Bevor ich überhaupt die Gelegenheit hatte, weiterzureden, brach er zusammen. Scheinux! Ich rannte sofort zu, um ihm irgendwie zu helfen. Scheinux, bist wach? Bitte, bitte sag doch was! Mir schossen Tränen in die Augen. Bitte, Scheinux, bitte... Danke. Ich war völlig überrascht, als ich ihn dieses Wort aussprechen hörte. Wie danke? Was meinst du? Du hast uns alle gerettet. Ich war es dieser Welt schuldig. Ohne euch alle hätte ich es nie geschafft. Ohne euch wäre diese Welt verloren. Ich wusste nicht, was ich wirklich sagen sollte. Doch tief in mir wusste ich, ich müsse etwas sagen. Irgendetwas. Doch stattdessen fuhr Scheinux fort. Danke, dass ich euch alle begleiten durfte. Ich hoffe, ich konnte es zumindest irgendwie wieder gut machen. Bulby, kehre zurück nach Schmuckstadt. Erzähle allen dort, was hier vorgefallen ist. Ich verstand nicht. Wie? Du kommst doch auch mit zurück nach Schmuckstadt. Wir werden dort alle zusammen Pokémon helfen. Wir werden wieder in unser altes Leben kommen. Alle zusammen. Nein, Bulby, ich denke, ich werde es nicht schaffen. Ich kann nicht mit euch kommen. Was meinst du? Du musst es schaffen. Bitte, du kannst doch jetzt nicht einfach Ich habe schon lange so ein Ende erwartet. Immer wenn du erzählt hast, dass du glaubst, dass du verschwinden wirst. Jedes Mal hatte ich gehofft, dass es vielleicht nicht dich trifft, sondern mich. Und nun ist es anscheinend wirklich so gekommen und ich bin glücklich. Nein, warum sollte das Schicksal dieses Mal gerade dich nehmen? Warum? Ich habe viele Dinge getan, auf die ich nicht stolz sein kann. Ich bin schuld daran, dass diese Reise zustande kommen musste. Wenn jemand verschwinden sollte, bin ich das. Ihr habt noch eine goldene Zukunft vor euch. Ich habe schon viel erlebt und alles geschafft, was ich je wollte. meine Fehler wieder gut machen. Bulby, bitte versprich mir, dass ihr allen berichtet, was vorgefallen ist und dass ihr zusammen haltet. Ihr könnt als Team alles erreichen und scheinungsverstimmte für einen Moment. Und ich weiß, dass ihr nicht vergessen werdet. Ich war von der Situation vollkommen überfordert. Ich konnte und wollte nicht verstehen, was in diesen Minuten geschah. Ich weigerte mich einfach, es zu akzeptieren. Aber nein, ich werde dich hier nicht einfach zurücklassen. Das kann ich nicht. Die letzten sechs Jahre waren die besten meines Lebens, weil ich sie mit dir teilen konnte. Seit ich dich kenne, habe ich Selbstvertrauen. Du hast mir mein wahres Ich gezeigt. Wir waren immer füreinander da, egal was passiert ist. Ich kann nicht akzeptieren, dass all dies auf einmal enden soll. Was soll ich denn ohne dich machen? Du hast mich stark gemacht, all die Zeit. Ich wäre jetzt nicht hier, wenn du mich nicht begleitet hättest. Du bist ein starkes Pokémon, Bulby. Und du hast all deine Freunde. Du brauchst mich nicht, um stark zu sein. Wieder kehrte ein Mensch Stille ein. Es tut mir Ende. Ich habe versucht, dass jeder es schafft. Aber Fleunck hatte wohl recht. Ich versage immer. Lebe wohl. Dies waren die letzten Worte, die ich von Scheinux hörte. Ich war vollkommen am Ende. Ein derartiges Ende dieses Abenteuers war das schlimmste, was ich mir in diesem Moment hätte vorstellen können. Alles wäre besser gewesen, wenn ich zumindest irgendwie noch mit ihm vereint wäre. Ich kniete neben Scheinux auf den Boden immer noch mit Tränen in den Augen, während ich nebenbei mitbekam, wie um uns herum etwas geschah. Die Reste der Materie, die noch geblieben waren, explodierten. Sie füllten die Wände des Nichts aus. Es war, als würde jemand ein Gemälde um uns herum malen. Ein blauer Himmel entstand, ein See, ein großer Hügel und einige Häuser. Um uns herum baute sich aus den Resten dieser Welt Silberdorf auf. Und als schließlich die gesamte Welt wieder war, wie lange zuvor erschienen Pokémon wie aus dem Nichts. Sie materialisierten sich an verschiedenen Stellen des Dorfes. Dieser Welt war das Leben zurückgegeben worden und mir die Lebensfreude genommen. Immer noch saß ich weinend verscheinungsregungslosen Körper. Ich spürte eine Hand auf meiner Schulter. Als ich mich umdrehte, schwebte Latias direkt hinter mir. Bulby, ich denke, du brauchst etwas Ruhe. Du solltest sich ausruhen. Viele der Häuser im Dorf stehen leer durch die Ereignisse während der dunklen Macht. Ich wusste, dass sie recht hatte, doch trotzdem wollte ich nicht von hier gehen. Ich wusste, wenn ich nun ginge, würde ich Scheinux nie wiedersehen. Doch Latias gab mir neue Hoffnungen. Ich weiß nicht genau, wie es wirklich um Scheinux steht, aber Bulby, solange nur die kleinste Chance besteht, werden wir alles geben, damit er wieder gesund wird. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Meinst du wirklich oder willst mich nur aufmuntern? Sie meint es, wie sie es sagt, wir werden alle mithelfen. Stimmt's nicht, Leute? Dort Ecke und Hydropi stimmten beide zu. Meine Freunde brauchten genau wie ich noch Zeit, den Schock zu verkraften. Doch anschließend stimmten sie auch zu. Nur einer nicht. Da Krei. Was ihr jetzt tut, ist euer Problem. Meine Aufgabe hier ist erledigt. Ich verschwinde. Aber wir sehen uns wieder. Nicht als Freunde, als Feinde. Merkt euch das. Im nächsten Moment war er bereits verschollen. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Und somit endet die Geschichte unseres großen Abenteuers. Etwa zwei Wochen sind inzwischen vergangen. Seemops, Chillast, Ivi und ich sind natürlich alle noch in Silberdorf geblieben. Ich werde nicht gehen, bevor ich endgültig Überscheinungsbescheid weiß. Leider weigern sich alle strikten auch, nur irgendetwas über seinen Zustand zu sagen. Ihre Begründung ist, dass sie mir keine Informationen geben wollen, die dann vielleicht eine Stunde später wieder falsch sind. Somit weiß ich zumindest eine Sache, sein Zustand ist instabil, aber nicht hoffnungslos. Alles, was ich nun noch tun kann, ist zu warten und zu beten. Doch ich bin nicht die Einzige, die immer noch sehr mitgenommen von den letzten Ereignissen unseres Abenteuers ist. Auch Lord Ecke wirkt sehr traurig über Günther. Und ich sitze nun hier in einem der verlassenen Häuser in dem, was früher dieser Samen gehört hatte und warte und ich werde weiter warten. Diese Geschichte ist hier fürs Erste zu Ende. Vielleicht werde ich doch unser Abenteuer ist Geschichte und wer weiß, vielleicht werden sich die Pokémon eines Tages nun auch unsere Legende erzählen. Eine Legende von Hoffnung, von Abenteuer, von Mut, von Freundschaft und eine Legende von der Liebe. All dies steht in den Sternen und eines Tages werde ich es wissen. Doch bis dahin werde ich warten. Scheinlich ich weiß, du kannst mich hören, egal wie es derzeit um dich bestellt ist. Ich werde auf dich warten und wenn es für immer dauert. Genauso wie dieser Ausklang es im Moment tut. Ich werde diese Erzählung nun abschließen mit einem letzten Zitat, das mir gerade noch im Kopf herum schwirrt. Es stammt aus einem Buch, das ich gelesen habe. Im Leben zählen viele Dinge, Macht, Ruhm und Geld. Doch nur zwei Dinge haben wirklich eine Bedeutung, die Freundschaft und die Liebe. Nur wer dies realisiert, kann erfüllt leben. Mit diesen Worten macht es gut. Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 3 Heroes from another world Ende 1 2 1 1 2 From the sky it drops to rain Do you think it can sit due to pain? From beneath that red umbrella With the sound of the droplets tell ya that I'm here Just right here It cannot be, what have I done? After it all, this game wasn't very fun It's my mistake and I'm really sorry But it's alright, you don't have to worry about me It's okay When you see me again I give you one request Please don't think I'm a friend That's my only request All the pain All the haunts All the haunts All the memories Our memories Our friendship Our friendship Our fun Let them be washed away My small drum Let's array My small drum Coming up As big stars I wonder where you are Among the Words of gold Though I'm without a mind I'm waiting Just waiting I miss you I love you Musik Musik Epilog Wie ich bereits im letzten regulären Kapitel diese Geschichte erwähnt hatte, ist diese Erzählung noch nicht ganz vorbei. Seitdem ich das letzte Kapitel geschrieben habe, sind heute etwa drei Monate vergangen. Und das meiste, über das ich euch nun noch etwas erzählen will, stammt aus der Zeit vor eineinhalb Monaten. Doch zuvor muss ich noch ein paar allgemeinere Dinge erzählen. Die nächsten vier Wochen nach Ende des letzten Kapitels tat sich nicht sonderlich viel, was Scheinux betraf. Alle weigerten sich weiterhin, mir irgendetwas zu sagen. Ich hatte nach einer Zeit dann auch die Nase voll davon und hörte auf, nachzufragen. Mir war klar, wenn wirklich etwas passieren würde, dann würden sie mir Bescheid sagen. Doch ich sah diesem Moment immer weniger optimistisch entgegen. Es war bereits eine gefühlte Ewigkeit vergangen. Und ich hatte immer noch kein Wort darüber gehört, ob sich irgendetwas an seinem Zustand gebessert hatte. Ich machte mir Sorgen, sie wüssten bereits etwas Genaues, aber wüssten nicht, wie sie es mir schon beibringen sollen. Um diese Sorgen irgendwie zumindest vergessen zu können, konzentrierte ich mich auf andere Dinge. Vor allem verbrachte ich viel Zeit mit Chillast, Eevee und Seemops, aber auch mit Lord Ecke, Hydro, Pilatias und Latios. Sie alle schienen sich zu freuen, wieder mehr Leben in Silberdorf zu haben. Genau das, was auch die Gildenmitglieder am Anfang unserer Reise über uns gesagt hatten. Auch eine Sache, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Hydro, Pilatias waren uns allen gegenüber sehr freundlich und versuchten sich auch irgendwie für unsere Hilfe zu revanchieren. Sie lehrten uns. Denn auch wenn wir auf unserer Reise Kämpfe bestritten hatten, sie waren uns immer noch Welten voraus. Deswegen trainierten sie uns. Anfangs dachte ich, sie wollten uns auf irgendetwas vorbereiten. Sie würden vielleicht schon von etwas wissen, was noch geschehen würde. Aber ich fand ziemlich schnell heraus, dass es ihnen einfach ähnlich ging wie mir. All die Zeit vor der Determination und ihr Wiedersehen mit Floink saß immer noch tief. Sie wollten die Zeit irgendwie rumkriegen. Und sie hatten auch etwas gefunden, das ihnen Spaß machte. Wo wir gerade von Spaß reden. Latias schien immer, wenn wir sie zu Gesicht bekamen, das Pokémon zu sein, das die größte Freude an unserer Anwesenheit zu haben schien. Sie half uns immer, wenn sie da war, wenn wir irgendein Problem hatten, egal welches. Sie brachte uns auch so manches bei, jedoch nicht im Kampf, sondern in der Medizin. Dies war auch der Grund, warum wir sie eher selten sahen. Sie war beinahe den ganzen Tag damit beschäftigt, Scheinungs zu pflegen. Und ich war ja sehr dankbar dafür, dass sie es tat. Genauso wie alle anderen in Silberdorf. Doch dass ich keine Informationen bekam, wurmte mich trotzdem. Aber weiter im Kontext. Der letzte, über den ich in diesem Kapitel noch nicht gesprochen habe, ist Lord Acre. Ich merke immer wieder, dass er wirklich immer versucht, in unserer Gegend sehr freundlich und fröhlich zu wirken. Aber er schafft es nicht immer. Wenn man sich im Umgang mit anderen Pokémon auskennt, merkt man, dass er ebenfalls ziemlich niedergeschlagen war. Einmal sprach ich ihn auch darauf an. Naja, ich denke schon noch öfters mal an Günther, das stimmt. Aber ich werde es schon überstehen. Ich habe ihn schon zweimal verloren und bisher sehr immer zurückgekommen. Und wenn es dieses Mal nicht so ist, werde ich es auch überleben. Inzwischen bin ich diese Situation einfach schon gewohnt. Mach dir keine Sorgen darüber. Was mir auch auffiel war, dass ihm eindeutig immer unwohl war, wenn er in die Gegend der Hütte kam, in der sich Scheinux befand. Nalf gieß damals nicht gerade weiter, um meine Sorgen loszuwerden. Doch heute weiß ich, dass es nichts mit seinem Zustand zu tun hatte. Lord Acre war immer noch sehr unsicher. Er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte, dass Scheinux in seinem letzten Leben Nick Shosma war. Er hatte diesen keinesfalls verziehen. Doch trotzdem half auch er ihm. Ich denke, das war genug für das Allgemeine. Ach ja, nur kurz, falls es jemanden interessiert. Darkrai hat sich nicht blicken lassen. Aber jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen. Das erste, was vor eineinhalb Monaten geschah. Es war gerade ein später Nachmittag gewesen. Ich tat, was ich oft in dieser Zeit tat, wenn ich nicht trainierte. Ich machte es mir im Haus bequem und las diese Geschichte. Ich verbesserte Dinge, die mich störten. Unnötige Stellen strich ich, so wie zum Beispiel manche von Kyogras Erzählungen. Andere Szenen notierte ich detaillierter. Ich saß oft stundenlang einfach da und las. Evie, die mit mir zusammen in dieser Samenshaus untergekommen war, wunderte sich schon oft genug darüber. In dieser Zeit dachte ich auch viel nach. Vor allem las ich mir immer und immer wieder einige Szenen durch, in denen Scheinux eine große Rolle spielte. Am liebsten Kapitel 12. An diesem Nachmittag war ich jedoch in einen anderen Teil der Geschichte versunken. In das letzte Kapitel. Ich las gerade den wichtigsten Teil. Mein letztes Gespräch mit Scheinux. Und wurde wieder traurig. Würde ich ihn jemals wiedersehen? Nach all der Zeit? Oder war wirklich alles zu spät gewesen, so wie Scheinux es selber gesagt hatte? Meine Gedanken wurden von einem Klopfen an der Tür gestört. Evie konnte es nicht sein, das wusste ich, da sie nicht klopfen würde. Ich rechnete mit Hydropi und Latios, die noch eine späte Trainingsrunde veranstalten wollten. Oder mit Latios, die wieder einmal abends am Lagerfeuer Geschichten von früher erzählen wollte. Ich hatte auf nichts von beiden sonderlich große Lust. Herein. Ich hörte die Tür knarzend aufgehen, richtete meinen Blick aber nicht von den Zeilen vor mir. Bulbi? Sofort sprang ich auf und sah zur Tür. Ich hatte die Stimme natürlich sofort erkannt. Scheinux stand im Türrahmen. Er sah immer noch keinesfalls gesund aus. Aber deutlich besser als letztes Mal. Seine Wunden waren alle gut verarztet und sein Fell war wieder sauber. Das Einzige, was noch eindeutig zu sehen war, war eine große Narbe, die sich an seinem Gesicht entlang zog. Ich war so glücklich und überrascht, ihn zu sehen, dass ich ihm etwas zu energisch um den Hals fiel. Au, bitte, sei noch etwas vorsichtiger. Tut mir leid, Scheinux. Es ist nur ich. Mir kamen wieder die Tränen. Dieses Mal jedoch vor Freude. Ich freu mich einfach so nicht wiederzusehen. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Ich weiß, Latias hat mir alles erklärt, als ich aufgewacht bin. Außerdem kenn ich dich gut genug. Aber du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Mir geht's gut, vermutlich besser als je zuvor. Aber ich sah ihn fragend an. Wirklich? Warum bist du denn so glücklich? Na, ich darf doch wohl glücklich sein, wieder bei dir zu sein. Und bei allen anderen. Außerdem, es scheint so, als hätte sich mein Wunsch erfüllt. Was für ein Wunsch denn? Meine Vergangenheit endlich hinter mir zu lassen. Nick Crossman zu entkommen. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht an den Kampf, nachdem ich Floyd meine Vergangenheit erzählt hatte. Aber so wie Latias es mir erklärt hat. Mit meiner letzten Attacke habe ich Floyd aus dieser Welt verbannt. Aber dafür war viel Kraft nötig. Mehr als ich eigentlich hatte. Der Teil von mir, der diesen Kampf geführt hatte. Der Teil, der noch mit Leib und Seele Nick Crossman war. Hat sich geopfert, um Floyd zu verbannen. Ich werde mich nie wieder in dieses Pokémon verwandeln können. Nick Crossman ist nicht länger ein Teil von mir. Nur noch ein Teil meiner Erinnerung. Aber das heißt auch, dass du einen Teil deiner Stärke verlierst oder nicht? Er grinste mich an. Wenn du wüsstest, wie verdammt egal mir das ist. Endlich kann ich mein Leben wieder richtig führen. Der Teil des Dialoges, der für diese Notizen wichtig ist, endet an dieser Stelle. Und wird rausgestrichen, da ihr ohnehin genug habt, um es anzuhören. Ein paar Tage später nahm das Geschehen seinen weiteren Verlauf. Latias und Latios hatten es geschafft, auch ohne einen dieser spirituellen Felsen, ein Portal zu erschaffen, das uns in die dunkle Welt bringen würde. Dort gab es neben dem Portal, das wir genutzt hatten, ein weiteres, das uns auf dem selben Kontinent in unsere Welt schicken würde, auf dem Schmuck statt lag. Wir mussten das Portal zwar noch öffnen, aber dazu hatten wir auch bereits eine Idee. Darkrai aufsuchen. Er würde sich in der dunklen Welt aufhalten. Und wie ich auch den anderen bereits an einem der Lagerfeuer sagte, Darkrai hat eine harte Schale, aber ich bin mir sicher, dass er innerlich ein gutes Pokémon ist. Wir sind lange mit ihm gereist und konnten ihn kennenlernen. Er hat aber ein Image zu wahren, wegen dem er diese weiche Seite nicht zeigt. Trotz der allem war ich mir sicher, dass er uns bei unserer Heimreise helfen würde. Also war für uns die Zeit des Abschieds aus dieser Welt gekommen. Die meisten Bewohner Silberdorfs hatten sich um das Portal herum versammelt, um uns zu verabschieden. Vor allem unsere neuen Freunde wirkten ziemlich traurig darüber, dass wir bereits gehen würden. Wir versprachen ihnen jedoch, sie zu besuchen und sie uns dasselbe. Doch als wir gerade gehen wollten, stoppte Shinox. Er hatte bereits den ganzen Tag nervös gewirkt. Komm schon, Shinox, die Gilde wartet auf uns, beeil dich! Er blieb immer noch am selben Punkt stehen und zwar zu all den Pokémon, die auf dem Dorfplatz warteten. Dann sprach er. Es... Es tut mir leid. Nein. Wie nein? Was ist denn auf einmal los? Die Mops wirkte genauso schockiert wie wir anderen. Es tut mir leid, ich... Ich hab schon lange nachgedacht. Seit Gun... Darkrai mir alles erklärt hat. Ich werde nicht zurückkehren. Wie, du willst nicht zurückkehren? Willst du denn nicht wieder dein normales Leben führen? Ich hab wirklich lange überlegt, Freunde. Aber auch wenn Necrosmos mir verschwunden ist. Irgendwie... Bin ich ja trotzdem noch eher nicht. Ich hab meine Wurzeln in dieser Welt. Und irgendetwas tief in mir sagt mir, ich sollte bleiben. Ich gehöre hierher. Bitte verzeiht mir. Aber was mit unserem Versprechen an die Gilde, dass wir zurückkehren würden? Auch deswegen hab ich überlegt. Sie würden es verstehen. Als ich dieses Versprechen gemacht habe, wusste ich nichts von allem, was meine Vergangenheit zu bieten hatte. Es tut mir leid, dass ich mich schon wieder von euch verabschieden muss, so kurz nachdem ich wieder zurückkehren konnte. Ich weiß, dass ihr Größeres als Erkunde erreichen könnt, aber... Kannst du mal kurz die Luft anhalten, Scheinux? Er stoppte und sah mich überrascht an. Denkst du wirklich, ich lasse da so etwas jetzt geschehen, nachdem ich all die Zeit gekämpft habe? Ich hab für dieses eine Ziel gekämpft. Du bist für mich das Wichtigste. Wenn du hier bleibst, dann verstehe ich das vollkommen. Und bleibe auch. Zum ersten Mal mischte sich jemand ins Geschehen ein, der nicht aus unserer Welt stammte. Latias. Also, das kommt jetzt für mich etwas überraschend, um ehrlich zu sein, aber... Ich würde mich zumindest auch freuen, wenn ihr bleiben würdet. Ihr müsst entscheiden, was ihr wirklich wollt. Dann bleiben wir beide. Ich sah zu unseren Freunden. Chillast, Seemops und Ivi sahen alle drei erstaunt zu uns. Was mit euch? Kehrt ihr zurück? Einen Moment lang sagte keiner von ihnen etwas. Seemops durchbrach die Stille als Erster. Natürlich nicht. Wenn ihr beide bleibt, dann bleibe ich auch. Vermissen wird mich sowieso keiner. Nur um den Fisch, den ich zu Hause gelassen habe, tut's mir leid. Er sah etwas traurig rein. Mehr nicht. Der war schon alt und hat gestunken. Endlich sprach jemand aus, was wir schon lange dachten. Seemops war wie zu erwarten nicht unbedingt begeistert von diesem Einwurf. Sag nichts gegen meinen Fisch. Den habe ich geerbt. Der ist seit Generationen in Familienbesitz. Und genau deswegen nicht mehr essbar. Tut mir leid, Seemops, aber das ist eine Tatsache. Und natürlich bleiben wir alle. Wir sind alle hier, weil es für uns kein Licht in unserer Welt gab. Wir waren alle vereinsamt. Wo sich unser Leben ändert, ist doch egal. Hauptsache wir haben jetzt Freunde, die uns unterstützen. Der ganze Dorfplatz brach in Jubel aus. Ivi, Chillast und ich waren einfach glücklich. Seemops war niedergeschlagen, weil keiner seinen Fisch mochte. Und Scheinux wirkte fassungslos. Was, ihr, was, erfing sich wieder etwas. Ihr seid alle bereit, eure Heimat hinter euch zu lassen, um bei mir zu bleiben? Ich danke euch von ganzem Herzen. Womit habe ich nur Freunde wie euch verdient? Na damit, dass du uns allen hier den Hintern gerettet hast, natürlich. Als die Menge sich wieder etwas beruhigte und das Portal geschlossen war, gab es nur noch eine Sache zu klären. Aber gibt es eine Möglichkeit zwischen den Welten Kontakt aufzunehmen? Ich möchte der Gilde zumindest erzählen, was alles passiert ist. Latias wusste, was zu tun war. Habt ihr ein Psycho-Pokémon in eurer Gilde? Ja, Abra. Dann können wir es hinbekommen. Bulbi, ich und Latias können dich telepathisch mit ihm verbinden. Du wirst ihm in Ruhe alles erzählen können. Ich war sehr aufgeregt. Na dann los. Latias sah mich etwas betroffen an. Bevor du das machst, solltest du wissen, nun ja, die Zeit der Welten ist verschieden. Mit dem Raum reist man oft auch durch die Zeit. Die Gegenwarten der Welten laufen nicht parallel zueinander. Welches Jahr hattet ihr bei eurer Abreise? Ich war etwas verwirrt. Äh, wie? Wie welches Jahr? Dieses Jahr. 10.009 nach der Erschaffung. So, so etwas habe ich mir gedacht. Bulbi, wenn du gleich mit diesem Abra redest, wird er vermutlich kein Abra mehr sein, sondern ein Kadabra oder Garzimsala. In eurer Welt sind 15 Jahre vergangen. Nicht nur ich war überrascht. 15 Jahre? Die werden... Alle denken, wir sind tot. So lange? Ich habe mir gedacht, dass ihr so reagiert. Aber es kann nicht geändert werden. Wieder zurück in eure Zeit gereist. Hättet ihr euch übrigens wieder zurück durch die Zeit bewegt. Seit eurem Aufbruch von dort werden nur ein paar Tage vergangen. Bulbi, bist du dir immer noch sicher, dass du mit ihm reden willst? Ich zögerte. Ja, auch wenn sie uns vielleicht schon vergessen haben, sie verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Dann... Schließ deine Augen. Konzentriere dich auf dieses Pokémon. Den Rest erledigen wir. Ich tat, wie sie mir gesagt hatte. Die Dunkelheit vor mir wandelte sich schon nach Sekunden. Ich sah einen Raum. Den Raum des Gildenmeisters. In ihm, an einem Tisch, saß ein Kadabra. Du kannst nun einfach mit ihm reden. Er sieht dich nicht, aber er wird dich hören. Und so versuchte ich, mit ihm zu reden. Hallo, Kadabra? Hörst du mich? Das Kadabra, das sich gerade noch einen Zettel durchgelesen hatte, zuckte zusammen und sah verwirrt in der Gegend herum. Hallo? Wer ist da? Auch wenn sie sich verändert hatte, ich erkannte die Stimme des Kadabra. Es war tatsächlich derjenige, den ich in der Gilda als Abra kennengelernt hatte. Nun, wo ich dieses Wissen hatte, fiel es mir etwas schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich spreche aus einer entfernten Welt zu dir. Zwei Pokémon helfen mir, äh, psychischen Kontakt aufzubauen. Aus einer fremden Welt? Warum willst du mit mir reden? Kenn ich dich? Das war die Frage, auf die ich gewartet hatte. Kenne ich dich? Ja, ich weiß aber nicht, ob du dich an mich erinnerst. Es sind zwischen über 15 Jahre her. Kadabra wirkte nachdenklich. 15 Jahre? Das ist eine lange Zeit. Das war, glaube ich, etwa... Erinnerst du dich an Bulby und Scheinux? Wiederzuckte er. Woher kennst du die beiden? Natürlich tue ich das. Es waren gute Freunde bis eines Tages auf ihrer Reise. Es muss ein Sturm gewesen sein. Als wir uns nach ein paar Tagen ohne jegliche Nachricht auf die Suche gemacht hatten, haben wir das Wrack ihres Schiffes gefunden. Keiner von uns hat sie vergessen. Und keiner von uns weiß, was damals genau geschehen ist. Sie sollten eine Welt retten, nicht? Aber sie haben es offensichtlich nicht in diese Welt geschafft. Er wirkte relativ fertig, während er redete. Scheinux hatte recht gehabt. Die Gilde hatte nach uns gesucht. Unser Wrack gefunden und uns für tot gehalten. Aber vergessen hatten sie uns nie. Kadabra, ich weiß, das hört sich für dich jetzt unmöglich und unglaubwürdig an, aber ich bin's, Bulby. Vor einem Moment saß er still da. Ich sah eine Träne in seinem Augenwinkel. Wirklich? Wie kann das sein? Bist du es wirklich, Bulby? Ja, wir sind alle am Leben. Uns geht's gut. Wenn du es wirklich bist, dann erzähl mir... Was zur Hölle ist passiert? Von der Nacht, in der ich zum letzten Mal von dir gehört habe, bis heute. Erzähl's mir. Gerne, aber ich hoffe, du hast genug Zeit. Es ist einiges passiert. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Ich hab alle Zeit der Welt und erzähl alles so genau es geht. Dann kann ich es mir besser merken. Und die anderen wollen sicher später auch alles erfahren. Also schieß los. Ich begann ihm alles zu erzählen, was geschehen war. Von dem Punkt an, an dem ich zum ersten Mal mit ihm reden konnte. Ich erzählte von Evies einsamer Insel, wo wir unser Treffen mit Groudon hatten. Ich erzählte von der Täuschung, mit der wir Groudon überlisten konnten. Von Kyogre, unserem Treffen mit Günther. Als wir bei Scheinungs Vergangenheit waren, stockte ich. Ich wusste nicht, ob er überhaupt wollte, dass die Gilde von seinem früheren Selbst abfuhr. Doch irgendwie spürte ich, er würde es wollen. Dass auch sie die ganze Wahrheit kennen. Deswegen erzählte ich ihnen auch darüber. Über unsere Reise durch die dunkle Welt, die Prophezeiung, die zerstörte Welt, das Team aus der Legende und natürlich über unser großes Finale. Zuerst die Determination und dann der dunkle Rächer. Ich war gerade noch in meiner Erzählung über Scheinungsletzten Kampf, als Kadabra mich unterbrach. Ach ja, das hatte ich auch beinahe verdrängt, wo wir gerade bei schicksalhaften Dingen sind. Da ich gerade mit dir rede, waren deine Sorgen offensichtlich umsonst, nicht? Ich stimmte zu. An sich ja, ich musste nicht verschwinden. Aber nachdem Floyd besieg war, stand alles dafür, dass Scheinungs es müsste. Er hat zwar gewonnen, aber ist nicht gerade gesund wieder aus dem Kampf herausgekommen. Abra wirkte ziemlich besorgt. Wirklich? Wie geht's ihm im Moment? Wieder ganz in Ordnung offensichtlich. Seine Verletzungen sind zwar noch nicht wirklich verheilt, aber er lässt sich davon nicht stören. Er wirkt so glücklich wie selten zuvor. Aber da kommt noch die eine Sache. Eigentlich wollten wir heute abreisen. Wir wollten in die Gilde zurückkehren. Da wir wieder die Zeitgrenze passiert hätten, wären wir vor genau 15 Jahren zurück gewesen. Aber als wir gerade aufbrechen wollten, Scheinungs hatte sich entschieden, in Silberdorf zu bleiben. Er fühlt sich hier wirklich zu Hause. Und wenn man seine Vergangenheit bedenkt... Und als er uns diese Idee offenbart hat, haben wir uns kurzerhand alle entschieden, hier zu bleiben. Wir hatten versprochen, dass wir zurückkehren würden, aber... Das werden wir wohl nun doch nicht. Es tut mir leid. Einen Moment lang wirkte Kadabra sehr nachdenklich. Ich verstehe euch. Ihr konntet nicht mit einer derartigen Wendung der Ereignisse rächen. Alle werden es verstehen. Ich wurde wieder fröhlicher. Dann können wir ja bald auch wieder zu Besuch kommen. Nein! Nun war ich es, die überrascht war. Es tut mir leid, aber das wird nicht gehen, weil du gerade mit mir redest. Würdet ihr nun zu Besuch kommen, würdet ihr uns vor 15 Jahren treffen. Und wir wüssten über alles Bescheid. Somit würde dieser Dialog nicht stattfinden. Es würde ein Zeitparadoxon entstehen, wenn es schlecht läuft. Oder wenn es gut läuft, wird diese Zukunft, in der du gerade mit mir redest, einfach ausradiert und ersetzt. Aber wir können kein solches Risiko eingehen. Ich wurde traurig und etwas sauer. Wussten Latias und Latios etwa nichts davon. Sonst hätten sie mich doch warnen müssen. Aber... Aber so wie wir gerade miteinander reden, geht es auch weiter, oder? Kadabra wirkte wieder glücklicher. Aber jederzeit? Auch meine Laune besserte sich dadurch wieder ein bisschen. Ich begann noch etwas mit ihm über die Gilde zu plaudern. Eine Sache, Kadabra. Was machst du im Zimmer des Gildenmeisters? Bist du etwa... Nur auf Zeit. Hubelupf hat sich vor ein paar Wochen zurückgezogen. Bis sich jemand Neues als Gildenmeister findet, übernehme ich die Organisation hier. Ich habe nicht vor, diesen Posten lange zu übernehmen. Wie stehe es denn um die anderen Gildenmitglieder? Sind sie noch alle da? Sind neue Rekruten gekommen? Kadabra wirkte etwas verlegen. Also von denen, die ihr kennengelernt habt, sind noch alle da. Und wir haben auch zwei neue. Ehrlich gesagt haben die beiden die Lücke gefüllt, die durch euer Verschwinden entstanden ist. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, dass wir euch einfach ersetzen wollten. Ich begann zu lachen. Natürlich nicht. Und schlagen die beiden sich gut? Kenne ich sie vielleicht von irgendwoher? Ich denke nicht, dass du sie kennst. Die beiden schlagen sich aber sehr gut. Sie sind inzwischen die Besten hier in der Gilde. Wobei sie ein ziemlich ungewöhnliches Duo sind, um ehrlich zu sein. Einen Divi und ein Blitzer. Auch noch ein Grund, weshalb einige hier erst einmal dachten, der Gildenmeister will euch einfach ersetzen. Das ist die Typenkombination der beiden. Endivir führt das Team an. Wenn ihr sie jemals treffen würdet, würdet ihr euch bestimmt prima verstehen. Die beiden erinnern mich oft an euch zwei. Er saß aus dem Fenster. Aber für heute reicht es langsam. Es wird bald Zeit fürs Abendessen. Und da muss ich noch allen anderen die Geschichte erzählen. Also wie gesagt, du kannst immer mit mir reden, wenn du willst. Nur nachts wäre es besser, wenn du auch schlafen würdest. Also, es wirkte, als wir dir mal ein Kloß im Hals stecken. Dann wünsche ich euch alles Gute für die Zukunft. Vor allem dir und Scheinux. Ihr werdet eine großartige Zukunft haben, da bin ich mir sicher. Und grüßt all deine Freunde von mir in Ordnung. Ich werde dafür sorgen, dass eure Legende bekannt wird. Verlass dich auf mich. Bevor ich ging, wollte ich noch eine Sache loswerden. Eine Sekunde noch ab... Kadabra? Was gibt's? Bitte versprich mir auch dem Gildenmeister zu erzählen, dass es uns gut geht. Natürlich mache ich das. Wo er sich doch selbst so viele Vorwürfe gemacht hat damals. Hoffentlich auf bald. Und so brach der Kontakt ab. Ich stand wieder auf dem Hauptplatz von Silberdorf. Die Menge, die vorhin noch um uns herum stand, war verschwunden. Auch meine Freunde waren außer den beiden Eonen-Pokémon nicht mehr hier. Die beiden öffneten gerade ihre Augen. Ihr hattet einiges zu übersprechen, nicht? Du hast ganz schön lange gebraucht. Naja, ich musste ihm erklären, was passiert ist. Und ich wollte wissen, was bei ihnen passiert ist. Das dauert nun mal eine Weile. Das ist klar. Schadet ja auch keinem. Die anderen sind, soweit ich weiß, zurück in ihren Häusern. Und eine Sache, Bulby. Ich sah ihn neugierig an. Während du geredet hast, haben die Bewohner von Silberdorf sich abgesprochen und geeinigt. Deine Freunde wissen auch schon Bescheid. Das ganze Dorf will euch noch einmal danken. Und nun, wo ihr dauerhaft hier bleibt, haben wir entschieden, dass ihr nicht ewig in den Häusern von Flöng und Bisasam leben könnt. Ab morgen werden wir euch ein Haus bauen. Ich war ziemlich überrascht von dieser Information. Die nächste Zeit verwendeten wir ausschließlich fürs Bauen. Und ich habe ein neues Hobby gefunden. Nun, wo diese Geschichte soweit abgeschlossen war, habe ich in meiner Freizeit gemalt. Auch wenn ich zugeben muss, dass es mir etwas an Talent mangelt, macht es mir zumindest Spaß. Zum Beispiel habe ich so das eine Bild nachgezeichnet, das für mich für immer für dieses Abenteuer stehen wird. Das Foto, wie ich es nenne. Das, wo alle Mitglieder dieses Teams sind. Sogar Günther, Flöng, Bisasam und Nick Rosma. Und was mir auch noch einmal eine Gänsehaut gegeben hat, war, als unser Abenteuer zu Ende war, hat sich etwas auf dem Foto verändert. Es ist noch ein Schriftzug hinzugekommen. Der Name eines berühmten Liedes in unserer Welt. Und gleichzeitig eine Art Sprichwort. Es soll einem sagen, dass man die Vergangenheit nicht vergessen soll. Selbst wenn man Abschiede nehmen muss, soll man fröhlich in die Zukunft blicken. Dies alles drücken wir mit drei Worten aus. Don't ever forget. Der Bau unseres neuen Hauses verlief prima. Jeder half mit und tat, was er konnte. Ich wurde bei diesem Anblick manchmal etwas sentimental. Alles war genauso wie am Anfang unserer Reise. Als ganz Schmuckstadt ein Boot für uns baute. Und nun heute, nach etwa einem Monat, war der große Tag gekommen. Wir konnten einziehen. Alle hatten sich riesige Mühe für dieses Haus gegeben. Es war nun das Größte in ganz Silberdorf. Was man aber auch verstehen muss. Da wird man nicht allein oder zu zweit, sondern zu fünft hier leben werden. Ich und Scheinux haben darauf bestanden, uns ein Zimmer zu teilen. So wie wir es schon immer getan hatten. Es war einfach das Normalste der Welt für uns geworden. Auch innerhalb unseres Teams, das wir aufgebaut hatten, verhalten sich Dinge gut. Wir wachsen immer fester zusammen. Chillast und Seemops scheinen inzwischen so ziemlich beste Freunde geworden sind. Und womit wir Chillast gerne oft auch aufziehen, wenn ich ehrlich bin. Ja und Eevee scheinen einander auch sehr zu mögen. Wenn wir ihn darauf ansprechen, läuft er immer rot an und stammelt irgendetwas daher. Aber auch wenn wir uns manchmal gegenseitig necken, verstehen wir uns alle großartig. Und ich habe auch das Gefühl, das Verhältnis zwischen mir und Scheinux war auch nie besser. Und das soll es nun auch endlich für diese Nachtragung gewesen sein. Nun ja, zumindest fast. Eine letzte Sache muss ich nämlich noch erzählen. Denn heute, als wir hier eingezogen sind, habe ich am Abend, direkt bevor ich begonnen habe, dies zu schreiben, ein Zettel gefunden. Er lag direkt auf meinem Bett. Die Handschrift darauf kam mir nicht bekannt vor. Sie war so sauber wie keine andere. Alle Linien waren fein säuberlich geschwungen. Doch spätestens, als ich die Sätze gelesen hatte, die auf dem Zettel geschrieben standen, wusste ich, von wem er stammte. Diesen Kampf habt ihr gewonnen. Doch der Krieg hat gerade erst angefangen. Wir sehen uns wieder. Doch wir werden Feinde sein.